Guten Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und amt das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grüne Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelensky Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscha und Irpin, dort wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscha anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscha, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen. Dazu seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscha. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporter-Kollege Paul Sonntag ist zu uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert, aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budja wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt, sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist. Man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft sieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Denn wir sind mitten im Krieg und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auch wo deshalb wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Asovstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Ankaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Imm- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert, die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und Weltreporter Alfred Hackensperger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Ja, Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast, immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unter dem Tag. Aber wir waren heute in Siversk. Siversk, das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche typische Feuerwerk dieser einzelnen Bomben für über eine Minute. Die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das machte die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter. Da sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschießt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Radraketen. Und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Wie bewegt ihr euch fort? Wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Man handelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren, ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau. Und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und genau. Und konnten sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht, so wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne und dann mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für dieser Eindruck nach Dozhkivka. Und du und dein Kameramann, ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensberger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kamatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen. Odessa, dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelschliche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter-Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die deutsche Botschaft in Kiew wieder eröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten, aber die deutsche Botschafterin Frau Feldenhusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen? Wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben Sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihnen gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein. Wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA, es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa, aber die Deutschen wollten es nicht hören. Und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung. Und leider Gottes hat es sich bewahrheitet. Und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also dem Diktator der Chinesen, in der westlichen Welt. Und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein, denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studio, Carsten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm, zum ersten Mal, muss man sagen. Lea Frey ist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige ließ die Vorhaben der Regierung vor, die Queens Speech ohne die Queen. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, ob gleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins The Athletic einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er wechselt ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Premier League Verein verlassen werde. So, und noch ein weiterer Wechsel ist jetzt bestätigt. Nach wochenlangem Theater steht fest, dass Erling Haaland den BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereine bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 75 Millionen Euro betragen werden. Der 21-Jährige hatte beim BVB eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach dem Ersatz scheint der BVB auch schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. Und wir blicken aufs Börsenparkett. Die Börse im Überblick von Franziska Schimpke. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte März gerutscht. An diesem Dienstag hat man einen klassischen Turnaround Tuesday aufs Parkett gelegt. Im Tageshoch der DAX sogar über den 13.700 Punkten. Allerdings eine erneut schwächelnde Wall Street, die drückt auf die Stimmung, kostet dem DAX ein bisschen Kraft. Trotzdem kann er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel gehen. 13.535 der Schlussstand in Frankfurt. Größter Gewinner, das Papier von Bayer. Da gab es Zahlen, die werden von Seiten der Experten als sehr stark eingestuft. Und letztlich hat sich dieses Bild auch bei den Anlegern durchgesetzt. Über 5 Prozent fester geht die Aktie aus dem Handel. Die Deutsche Post Henkel oder aber auch Siemens gefragt. Auf der Verliererseite hingegen das Papier der Porsche Holding. Den Gewinn hat man verdoppelt. Es gab aber weiter keine Details zu einem Börsengang von Porsche. Die Aktie am Ende 3 Prozent. Im Minus Fresenius nach einem negativen Analystenkommentar schwächer. Aber auch HelloFresh und Kia gehen im roten Bereich. Das berühmte Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Der stolze Kaufpreis beträgt umgerechnet 185 Millionen Euro. Damit ist das Werk der teuerste Warhol, der jemals versteigert wurde. Der Pop-Up-Künstler schuf das bemalte Foto des Hollywood-Stars 1964. Der Siebdruck ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte... Guten Abend in Die Welt am Abend. Guten Abend. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine dankte Selenskien und der Bundesrepublik für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo das Massaker und das heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantholt fasst diesen Baerbock-Besuchstag in Kiew zusammen. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut. Dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher. Von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und damit schauen wir nach Kiew, direkt vor die deutsche Botschaft. Also in Kiew, die hier heute wieder in Minimalbesetzung geöffnet worden ist. Max Hermes ist für uns dort. Und Max, du hast den ganzen Tag über Außenministerin Baerbock beobachtet und natürlich auch begleitet. Dein Eindruck? Ja, die Bundesaußenministerin hat sich hier ein Bild der Lage gemacht. Und sie hat es selbst ein bisschen so beschrieben. Eine trügerische Ruhe, die man hier feststellt in Kiew. Wenn man hier auf die Straße geht, da sieht man Menschen, die sich hier ein Eis kaufen, die hier essen gehen. Alles wirkt hier sehr, sehr friedlich. Der Krieg wirkt hier sehr weit weg. Deshalb hat sie auch schon so ein bisschen darüber geflaxt. Eigentlich könne man die Botschaft ja schon wieder mit vollem Personal eröffnen. Aber natürlich ist der Krieg hier weiterhin im Land vor Ort. Und das hat man auch ganz deutlich eben dort gesehen, wo die Bundesaußenministerin gewesen ist. Nämlich in Butscha, Irpin. Da hat sie sich nochmal ein Bild der Zerstörung machen können. Und insbesondere Butscha, das ist ja weltweit bekannt geworden durch die Massengräber dort. Da hat sie sich noch einmal die Bilder auch angeschaut von den Menschen, die dort auf der offenen Straße erschossen wurden. Und da war ihr ganz eindringlicher Appell, man möchte helfen. Wie möchte man helfen mit justiziabler Hilfe? Nämlich die Menschen zur Verantwortung ziehen, die dafür habhaft gemacht werden können. Also man möchte Ermittler schicken, die auch die Ukraine dabei unterstützen, dass die vielen Zivilprozesse, die jetzt gegen mögliche Kriegsverbrecher hier geführt wurden, dass die auch wirklich alle vollstreckt werden, damit jeder seine gerechte Strafe bekommt, der hier Kriegsverbrechen begangen hat. Das war hier ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hat man natürlich gesprochen. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch einmal der mögliche EU-Beitritt eben der Ukraine ein Thema. Da hat Annalena Baerbock so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie selbst ein großer Fan des Ganzen natürlich ist, möchte aber allerdings auch nicht, dass man dieses Verfahren jetzt überstürzt. Man muss sich da einmal vor Augen führen, was da alles dazu gehört. Und da geht es eben beispielsweise auch um die Außengrenzen eines Landes. Und wie möchte man über die Außengrenzen der Ukraine momentan jetzt etwas verhandeln können? Die Außengrenzen bestehen jetzt noch nicht einmal richtig, das ist Kriegsgebiet. Also all das hat sie ein bisschen dann eingedämpft und gesagt, man dürfe da keine Erwartungen schüren, die jetzt erst einmal nicht erfüllt werden können. Das Ganze könne viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern, bis da diese Beitrittsverhandlungen bis zum Ende geführt wurden. Ob sie dann letztlich erfolgreich werden oder nicht, das wird man dann auch sehen. Die weiteren Zugeständnisse, die sie gemacht hat, eben sie hat noch einmal betont, wie wichtig es jetzt gewesen ist, dass man jetzt eben die Leopardpanzer geliefert hat. Das hätte hier in der Ukraine auch einen großen, großen Beifall aus der Politik gefunden. Das hat sie auch von ihrem Amtskollegen Kuleba noch einmal gehört. Das wäre wichtig gewesen, dass Deutschland jetzt da Leoparden liefert und der Gesamteindruck, man möchte helfen vor allem, man hilft jetzt militärisch einerseits schon und man möchte vor allem auch bei der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen helfen. Max, danke für diese Einordnungen nach Kiew. Und damit blicken wir direkt weiter zu Achim Unser, am Bundeskanzleramt zugeschaltet. Achim, eine große Mehrheit der Deutschen würde es befürworten, wenn auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen würde. Aber auf seiner Pressekonferenz heute hat er wieder eine Frage dazu unbeantwortet gelassen. Ja, da hat sich zumindest eines geändert. Vor einiger Zeit war es noch so, dass sie ja die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, er soll nicht reisen. Da stand aber eben auch noch diese Steinmeier-Ausladung im Raum. Die ist ja jetzt mehr oder weniger ausgeräumt worden durch dieses Telefonat von Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten. Annalena Baerbock ist heute nun auch als erstes Regierungsmitglied dann in die Ukraine gereist. Und jetzt sehen wir es, okay, jetzt haben wir eine Mehrheit dafür, dass Olaf Scholz dann auch reist. Aber er hat es eben nicht beantwortet, diese Frage, weil er ist dann natürlich in einer Position des Getriebenen mittlerweile. Immer wieder Fragen, dann der Druck von der Opposition, dann auch die Vorwürfe von ukrainischer Seite, dass er eben nicht kommt oder wo er denn bliebe. Man kann das vielleicht mehr so formulieren. Und Olaf Scholz mag das natürlich nicht, in dieser Rolle zu sein des Getriebenen und verweigerst sich dem bislang. Jetzt muss man einfach mal abwarten. Irgendwann wird er vermutlich dann tatsächlich reisen. Ich denke, es könnte sein, dass das tatsächlich noch diesen Monat passiert, weil Ende des Monats ist ja ein großer EU-Gipfel dazu zu dem Thema. Und ich denke, da wird er sich nicht vorwerfen lassen, dass er sich noch kein Bild von der Lage in der Ukraine gemacht hat. Achim, vielen Dank dir vor das Kanzleramt. Die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen also unverändert weiter. Die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun ja vor allem weiterhin auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die hochmodernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben davon. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Schönen guten Abend, Frau Barley. Guten Abend. Guten Abend. Frau Barley, die Ukraine treibt ja den EU-Beitritt voran. Präsident Zelensky will schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erreichen. Seine Regierung hat ja sogar den Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag bereits fertig übergeben. Was spricht denn für einen möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine Ihrer Meinung nach? Dieser EU-Beitritt oder das Verfahren dazu ist ja im Moment vor allen Dingen ein symbolischer Akt. Also wir wollen ganz klar festhalten und auch der Ukraine zeigen, dass sie zu Europa gehört und dass sie ihren Platz in unserer Gemeinschaft hat. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Aufnahme dann nochmal sehr klare Kriterien erfüllen muss. Und davon ist die Ukraine noch eine ganze Weile entfernt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat ja heute nochmal klar gesagt, die EU soll von ihrer Paragrafenreiterei runterkommen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Ist sie da vielleicht ein bisschen schnell gewesen? Denn der französische Präsident und auch der Bundeskanzler, die halten sich da ja noch ein bisschen bedeckt. Ja, also ich finde das eine ziemlich gewagte und wenig nachvollziehbare Äußerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir ein Land in die Europäische Union aufnehmen, dann ist es da. Und zwar hoffentlich für immer. Und wir haben jetzt schon einige Mitgliedstaaten, mit denen wir große Probleme haben. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob die Europäische Union im jetzigen Status überhaupt aufnahmefähig ist. Und wenn wir ein Land aufnehmen, dann muss es klare Kriterien erfüllen. Und zwar im politischen Bereich, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im wirtschaftlichen Bereich. Es muss mithalten können in der Europäischen Union. Und dann muss es den sogenannten AKI erfüllen. Also es muss in der Rechtsetzung vergleichbare Regeln haben mit der Europäischen Union. Das ist ein Prozess. Selbst Finnland, was uns sehr ähnlich schon war vor dem Beitritt, hat dafür vier Jahre gebraucht. Was kann denn, Frau Barley, das EU-Parlament unternehmen, um zur Unterstützung der Ukraine beizutragen, sowohl was den EU-Beitritt angeht, aber eben auch das geplante Öl-Embargo gegen Russland zu beschleunigen? Das Europäische Parlament hat sehr klare Positionen bezogen. Das bezieht sich auf den Krieg selbst, auf die Aggressorolle Russlands, auf die Sanktionen, auf das, was man tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Natürlich müssen wir ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Wir müssen ihnen die Waffen zur Verfügung stellen und wir müssen Russland sanktionieren, so gut das eben geht. Dazu gehört auch ein Öl-Embargo. Dieses Öl-Embargo gehört dazu, sagen Sie, Frau Barley. Aber auf der anderen Seite haben wir Ungarn und bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass die Ungarn das Budapest also auch mitzieht. Es gibt in der EU das Veto-Rett. Das heißt, alles muss einstimmig beschlossen werden. Also muss die EU sich da nicht auch reformieren? Muss das Parlament da nicht Druck auf die Kommission und vor allem die Staats- und Regierungschefs ausüben? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hier alles einstimmig beschlossen werden muss. Das stimmt nicht. Es sind nur, fast alles wird mit Mehrheit beschlossen. Es sind ganz wenige Entscheidungen, die mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen. Aber dazu gehört eben alles, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Die mit Steuern gehören dazu und auch die Energie immer dann, wenn die Europäische Union nicht originär zuständig ist. Viktor Orban blockiert. Orban ist ein Freund Putins. Wir haben diese Entwicklung, dass er eigentlich ein Stellvertreter Russlands am EU-Tisch ist, schon lange kommen sehen. Wir haben lange die Kommission davor gewarnt, dass sie nichts dagegen tut. Jetzt ist es so, jetzt ist er da, jetzt vertritt er die Positionen Russlands. Man muss allerdings sagen, an dem Punkt Öl-Embargo ist er nicht allein. Auch die Slowakei und andere Länder haben große Probleme, weil sie eben viel, viel abhängiger sind von russischer Energie als wir sogar. Frau Barley, heute ist ja die Außenministerin Deutschlands in der Ukraine, Annalena Baerbock. Welche deutschen und europäischen Spitzenpolitiker sollten Ihrer Ansicht nach denn dort ebenfalls so bald wie möglich hinreisen? Also vielleicht liegt das daran, dass ich das Ganze hier mit etwas Entfernung betrachte aus Brüssel. Ich finde diese Diskussion seltsam. Es ist sicherlich nicht das, was am Ende der Ukraine hilft, wenn jetzt möglichst viele Leute dorthin reisen und möglichst schnell. Das sind auch symbolische Gesten. Das ist gut, das soll man tun. Aber daran hängt nun wirklich gar nichts. Viel wichtiger ist eine effektive Hilfe sowohl der Europäischen Union als auch Deutschlands. Und beides tun wir. Das ist der entscheidende Faktor. Und das bedeutet also auch, wie kann man der Ukraine denn weiterhin jetzt helfen? Nicht nur durch die Waffenlieferungen, die ja extrem wichtig sind. Aber wir haben ja heute auch gehört, dass alleine dort in der Ukraine Getreide für 8 Milliarden Euro festsitzt. Also muss man da nicht auch Wege finden unter dem europäischen Aspekt, dass man genau diese wichtigen Getreidelieferungen irgendwie rausbekommt? Das wäre natürlich ein wichtiges Ziel, sowohl für die Ukraine als auch für die Menschen, die auf diese Getreidelieferungen dringend angewiesen sind. Vor allen Dingen in Afrika sehen wir jetzt schon eine sich rasant ausbreitende Hungersnot. Natürlich ist das praktisch nicht einfach. Wir wissen, dass die Bahnstrecken zum Teil zerstört sind. Über die Schiffe, wie normalerweise das Getreide außer Landes gebracht wird, geht im Moment gar nichts, weil die Schwarzmeerküste ja nun ein Kriegsschauplatz ist. Und auf dem sonstigen Landweg können Sie sich vorstellen, solche große Mengen mit LKWs zu transportieren, ist auch nicht so einfach. Also da tut man, was man kann, aber das wird ohne eine Vereinbarung mit Russland, das über Schiffe zu erlauben, nicht möglich sein. Und die sehe ich im Moment nicht kommen. Katharina Barley, ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend nach Brüssel. Ihnen auch, Dankeschön. Ja, dann wollen wir jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schauen. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist bei uns im Studio. Guido, gib uns mal ein Update zum aktuellen Frontverlauf. Ja, ein Vertreter der US-Regierung hat den bisherigen Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass als blutarm bezeichnet. Das ist natürlich schon ein interessanter Ausdruck, wenn man sieht, welch blutige Kämpfe dort im Donbass stattfinden. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1.000 bis 2.000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt. Und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt bzw. in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelschliche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschallrakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen. Fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Also eine Hightech-Waffe, die man da jetzt wieder eingesetzt hat in Odessa, aber man muss sagen, taktisch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch andere Systeme einsetzen können. Also auch große Symbolwirkung, um zu zeigen, ihr greift uns an und sorgt dafür, dass wir herbe Niederlagen dort haben mit unserer Schwarzmeerflotte. Wir haben moderne Waffen und zeigen euch, was wir können. Guido, danke für deine Ausführungen. Aber Xenia und ich weisen dich nochmal darauf hin. Du hast es heute so plastisch für uns alles gezeigt. Du räumst das Studio nachher noch auf. Und ich hole den Besen persönlich. Danke, Guido. Guido, danke dir. Guido, danke dir. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, wie unser Kollege Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum heraus begangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Nach dem wochenlangen Wechseltheater steht nun endgültig fest, dass Erling Haaland, den die BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereinigten bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen. Der 21-Jährige hatte nämlich eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach Ersatz scheint der BVB schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. So viel also zum Thema Fußball, Carsten. Und wir müssen noch diskutieren, Eröffnungsspiel, ja, WM in München oder Finalspiel in Berlin. Schauen wir es beides an. Es ist das große Turnier, die Europameisterschaft 2024 und du als Münchnerin, ich als Berlin, wir sind natürlich froh, die beiden schönsten Stadien in der Republik, oder? Absolut, ich freue mich drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da, machen eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie also bei uns. Schauen wir natürlich jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine. Die Ukraine-Außenministerin Annalena Baerbock ist dort und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die Grünpolitikerin wurde auch von Präsident Zelensky empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte er Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sicher einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantholt berichtet. Gleich zu Beginn ihres nicht ungefährlichen Besuchs kommt Annalena Baerbock nach Butscher, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwältin sammelt seit dem Abzug der Russen Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock schaut sich in der Kirche von Butscher die schrecklichen Fotos an. Von Massengräbern und Leichen, die gefesselt am Straßenrand liegen. Sie verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen verkündet Baerbock, sie hat nicht nur Worte mitgebracht. Wir werden die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Paul Sonntag ist uns jetzt direkt aus Kiew zugeschaltet. Paul, wir haben es also gehört, Annalena Baerbock trifft Präsidenten Zelensky. Was wird denn erwartet von diesem Gespräch? Offenbar hat sie ihn auch schon getroffen. Es sei ein offenes, konstruktives Gespräch gewesen. Man muss dazu sagen, jeder Termin der Außenministerin heute war nur ganz kurzfristig vorher angekündigt worden, unter strenger Geheimhaltung auch vorher. Da ist nicht viel nach außen gedrungen. Ich würde sagen, allein dieses Symbol, das Zelensky jetzt auch tatsächlich die Außenministerin schon empfangen hat und nicht noch auf den Kanzler wartet, kann man als positives Zeichen werten und vielleicht auch gewissermaßen als Zeichen dahingehend, dass sich die Verhältnisse doch wieder normalisiert haben. Das hat man heute beim Treffen mit dem Außenminister Kuleba auch schon gemerkt. Das war demonstrative Freundschaft, die man da wirklich dargestellt hat. Man hat sich geduzt, man hat sich immer wieder Freundin und Freund genannt, immer wieder aufeinander Bezug genommen. Also da war eine deutliche Veränderung, zumindest was die Stimmung anging, dann zu merken. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch gemerkt hat, Annalena Baerbock hat sich doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, gerade wenn es um die Frage des möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Da haben wir ganz andere Töne von ihr gehört als beispielsweise von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der das doch etwas auf die lange Bank schieben wollte. Ein kleines Hintertürchen hat sie sich noch aufgelassen, indem sie gesagt hat, naja, diese Beitrittsverhandlungen, die dauern gewöhnlicherweise sehr, sehr lange und man müsse da vielleicht eine Reform anstreben. Das an sich dauert aber natürlich auch wieder. Also insofern trotzdem aber das Signal klar gewesen, dass sie das eigentlich befürworten würde. Man hat den Eindruck, jetzt ist die Basis geschaffen, um möglicherweise eben in eine andere Zusammenarbeit, in eine andere Unterstützung in Zukunft dann überzuführen. Sie hat ja sogar davon gesprochen, Paul, dass die EU-Paragrafenreiterei im Fall Ukraine jetzt nun ein Ende haben muss. Aber wir haben es ja auch gesehen, sie hat mehrere Termine gehabt, sie war ein Butcher, sie war ein Irrpin. Was bleibt von diesem Besuch? Hat sie vielleicht auch die Tür geöffnet für Kanzler Scholz, dass er der Nächste sein könnte oder aber auch der Bundespräsident? Ja, das zeigt auch einmal mehr, wie leicht sich Reporter auch in der Einschätzung irren können. Ich dachte eigentlich immer, dass das genau der Sinn und Zweck dieses Termins ist, dass man sich auf Außenminister-Ebene trifft, so wie das üblich ist. Und am Ende dann, wenn eben die Stimmungen passen, wenn eben die gegenseitigen Ankündigungen und Unterstützungen passen, dass man dann eben das große Treffen zwischen Scholz und Zelensky einfach vorbereitet. Jetzt hat man dem vorgegriffen, aber zumindest dahingehend ist das ein Erfolg für Annalena Baerbock, wenn sie dann wirklich tatsächlich auch von Zelensky schon empfangen wurde, auch wenn da nichts Substantielles tatsächlich dabei rumkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn da noch nichts angekündigt ist und noch nichts klar ist, dass das gewissermaßen den Weg freigemacht hat und dann auch hier am Ende Kanzler Scholz zu empfangen oder möglicherweise eben dann irgendwann auch mal den Bundespräsidenten Steinmeier. Paul, danke für den Moment und deine Einordnungen nach Kiew. Die Kämpfe gehen unterdessen in der Ukraine unverändert weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Aus dem belegten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfe über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren aus. Angeblich sollen sich noch mindestens 100 Zivilisten in den Ruinen befinden. Also der Krieg geht unvermindert weiter. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist nun bei uns im Studio. Guido, bring uns mal auf den neuesten Stand, wie der aktuelle Frontverlauf aussieht. Ja, vielleicht erst einmal ein Mitglied der US-Regierung hat die Erfolge der Russen im Donbass als blutarm bezeichnet. Das soll wahrscheinlich bedeuten, dass es da nicht wirklich vorangeht, aber trotzdem ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen missverstanden werden kann. Vor allem, wenn man sieht, wie blutig die Gefechte dort geführt werden zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Popasna, Kramatorsk, Kharkiv, Luhansk, da toben wirklich schwere Gefechte. Dort gibt es immer wieder Artillerieangriffe der russischen Streitkräfte und dort versuchen sie weiterhin Geländegewinne zu erzielen. Aber das geht sehr, sehr langsam voran und die Ukrainer verteidigen da sehr effektiv. Gucken wir auf Mariupol. In den letzten 24 Stunden 34 Luftangriffe alleine, unter anderem mit strategischen Bombern, die dort Bomben abgeworfen haben. Aber auch Schiffsartillerie ist eingesetzt worden, um Mariupol zu beschießen. Und dann gehen wir auf Odessa. Dort die Angriffe unter anderem mit drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal mit herkömmlichen Sprengköpfen. Denn diese Raketen können auch Nuklearsprengköpfe befördern. Und ganz interessant, groß taktisch ist das eigentlich nicht zu begründen. Dafür sind diese Hightech-Waffen eigentlich viel zu teuer und viel zu aufwendig. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer sehr geschickt in den letzten Tagen dort Nadelstiche gesetzt haben gegen die Schwarzmeerflotte der Russen und auch auf die Schlangeninsel. Wir sehen hier mal ein paar Bilder, wo man mit Drohnen, mit Kampfdrohnen aus türkischer Produktion, der sogenannten Bayraktar, die russischen Truppen auf der Schlangeninsel angegriffen hat. Und auch immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen hat und zerstören konnte. Und das sind große Erfolge, weil man natürlich ein wenig dafür sorgt, dass die Schwarzmeerflotte nicht zu dicht an die Küste herangelangt und man damit verhindert, dass es möglicherweise zu einer amphibischen Landungsaktion der Russen kommt. Keto, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, diese Hyperschallrakete, die die Russen eingesetzt haben. Was macht diese Waffe denn so besonders? Ja, dass sie so gut wie nicht verteidigt werden kann. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und zu dieser hohen Geschwindigkeit kommt, dass sie lenkbar ist. Wir können uns mal Bilder angucken von der Kindschall. Das Trägerflugzeug sehen wir hier ist eine MiG-31. Es kann aber durchaus auch von einem taktischen Bomber transportiert werden. Die Rakete wird praktisch im Flug gestartet und fällt erstmal ein bisschen und dann erst zünden die Feststofftriebwerke und katapultieren die Rakete dann bis auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer. Und dann wird die Rakete praktisch in einer semi-ballistischen Flugbahn, das kann man hier mal ein bisschen so sehen, nach oben befördert und dann die Erdanziehung sorgt dafür, dass die Rakete wieder nach unten Richtung Erde transportiert wird. 4000 Kilo Gewicht, 500 Kilogramm Sprengkopf, also eine Menge Splittersprengkopf, wenn sie denn einschlägt. Große Zerstörung, das haben wir jetzt auch in Odessa gesehen und mehr als 12.000 Stundenkilometern. Das ist das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit, also extrem hoch. Und die ist schon gefürchtet, weil es momentan eigentlich keine richtige Waffe dagegen gibt. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach mehr symbolisch eingesetzt in Odessa, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr uns mit solchen Nadelstichen bekämpft, dann setzen wir unsere Hightech-Waffen ein. Und ganz interessant vielleicht noch, dadurch, dass die Rakete außerhalb der Erdatmosphäre beschleunigt wird und dann wieder auf die Erde niederfällt, ist sie speziell beschichtet. Denn ansonsten würde diese hohe Kompressionswärme dafür sorgen, dass sie praktisch verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Also eine sehr effektive Waffe, aber taktisch gesehen hätte man das jetzt nicht nutzen müssen, um Odessa zu bombardieren. Guido Schmidke, diesmal mit Anschauungsmaterial bei uns im Studio. Vielen Dank dafür. Ich habe vergessen aufzuräumen, du, ja. Und auch im Süden der Ukraine-Stock, der Vormarsch der Russen, wie Gideon es eben gezeigt hat, Kiviri, das ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie auch Saporizhia. Sie galten ja schon als die nächsten potenzielle Ziele von Wladimir Putin. Denn von einer schnellen Eroberung kann aber längst keine Rede mehr sein. Und von der Grenze zur russisch besetzten Region Kherson berichtet unser Kollege Michael Wöhlenweber. Das ist eine Kriegshochzeit. Pavlo und Inna haben beschlossen, überstürzt zu heiraten. Pavlo hat zwei Tage Fronturlaub bekommen. Gäste sind nicht geladen. Wir sind im Süden der Ukraine. In Kiviri. Schnelles Ja-Wort. Ringe tauschen. Überglücklich trägt Pavlo seine Braut über die Schwelle. Zumindest für ein paar glückliche Momente wird versucht, den Krieg zu vergessen. Ja, wie soll ich es sagen? Wir wollten ohnehin heiraten. Aber wegen des Krieges haben wir uns entschlossen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, versucht Pavlo, schneidig zu erklären. Die Braut frage ich, ob sie denn keine Angst um ihren Mann habe. Die Gefahr lacht Inna weg. Nein, wir werden groß feiern mit der Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Am Tag darauf muss Pavlo wieder in den Krieg. Wir fahren im schon gewohnten Slalom nach Seljynodolsk. Frontstadt. Ab und zu hören wir von weiten Detonationen. Es war mal mehr, heißt es. Die wenigen Menschen, die noch hier sind, scheinen sich daran zu gewöhnen. Hier habe ich keine Angst. Ich hatte Angst vor den Russen in meinem Dorf. Das ist nicht weit von mir. Mein Leben hat sich nicht viel geändert. Ich bin überzeugt, unsere Armee wird die Stadt verteidigen. Die Region gehört im Süden zu den meist Beschossenen. Aber die Russen kommen nicht mehr richtig voran, freut sich dieser Offizier, der uns erklärt, wo die Front sich schlängelt. Die Russen sind im nächsten Dorf, keine 10 Kilometer entfernt. Die Front hier ist rund 100 Kilometer lang. Viele Menschen haben sich mit dem Fahrrad nach Seljynodolsk gerettet, sind einfach durch die Front geradelt. 400 Radesel stapeln sich inzwischen hier mit weißen Bändern am Lenkrad. Die sollten bei der Flucht vor Beschuss aus dem Hinterhalt schützen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, hofft Evgeny, werden die Besitzer sie abholen. Nach dem Sieg. Und bei uns im Studio begrüßen wir Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Guten Abend, Herr Roth. Guten Abend, Herr Roth. Danke für die Einladung. Sie kommen ja direkt aus der Fraktionssitzung im Prinzip. Heute ist Annalena Baerbock als erstes Kabinettsmitglied in Kiew zu Besuch. Wie ist denn so die Stimmung in der Fraktion? Sie hat den richtigen Ton dort getroffen? Das ist ein weiteres wichtiges Signal der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine in dramatischen Zeiten. Am vergangenen Sonntag war die Bundestagspräsidentin in Kiew und hat dort hochrangige Gespräche geführt. Das hat auch nochmal ein ganz wichtiges Signal ausgesendet, auch seitens des Parlaments. Denn wir haben im Deutschen Bundestag vor anderthalb Wochen einen wegweisenden Beschluss getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und dieser Beschluss ist mit breiter Mehrheit getroffen worden, auch mit großen Teilen der Opposition von CDU und CSU. Das ist gut und dafür sind wir auch dankbar. Und heute nochmal die Eröffnung unserer Botschaft in Kiew. Auch das ist nochmal ein wichtiges Zeichen unserer Präsenz, auch in Kriegszeiten. Und wir schließen damit an, an das, was auch andere europäische Staaten und andere Partner in der Welt schon getan haben, ihre Botschaften gerade jetzt wieder zu eröffnen. Aber wir sprechen von einer Minimalbesetzung und andere Partner aus Europa und auch die Vereinigten Staaten haben das bereits vor Wochen getan. Kommt das nicht ein bisschen zu spät? Das ist sehr abhängig von der Sicherheitslage. Das ist sehr abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Ich glaube nicht, dass da jetzt die Tage zählen. Ich finde es aber gut, dass die Außenministerin persönlich hingefahren ist, um diese Botschaft zu eröffnen. Machen wir uns nichts vor. Das ist nach wie vor noch lebensgefährlich. Und ich finde, dass auch wir Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung stehen, gegenüber unseren Diplomatinnen und Diplomaten verantwortbare Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt ein Signal, das hoffentlich auch ausstrahlt über die Ukraine hinaus. Und deswegen ist das heute sicherlich eine wichtige und eine notwendige Reise gewesen. Herr Roth, Sie waren ja selber dort. Jetzt ist heute Annalena Baerbock da. Sie sprechen ja von einem Signal, das eben in die Welt hinaus strahlt. Müsste nicht auch der deutsche Bundeskanzler, müsste nicht auch Olaf Scholz dorthin fahren? Also erst mal bin ich froh, dass die Diskussionen zwischen der Ukraine und der Bundesregierung beendet sind. Da hat es ein gutes, klärendes Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten Zelensky gegeben. Und damit ist auch dieser Stein aus dem Weg geräumt. Mich nervt an der Diskussion eigentlich nur eines. Es ist eine sehr persönliche Geste. Und ich finde, dass es nicht hilfreich ist, wenn fortwährend auch Druck von außen ausgeübt wird. Ich möchte jetzt nichts miteinander vergleichen, was man nicht vergleichen sollte. Und ich möchte es erst recht nicht gleichsetzen. Aber stellen wir uns mal einen Moment vor. Willy Brandt wäre damals wochenlang aufgefordert worden, nach Warschau zu fahren und auf die Knie zu gehen. Und ich glaube, so eine Geste, die muss ohne Druck aus freier Entscheidung heraus geschehen. Und deswegen respektiere ich die Entscheidung des Bundeskanzlers. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass auch weitere Mitglieder der Bundesregierung vielleicht sogar in Wälde der Bundespräsident reisen werden. Es wird noch genügend Anlässe geben, weil ich befürchte, auch nach der furchtbaren Rede von Putin gestern, anlässlich des Ende des Zweiten Weltkrieges, wir noch mit einem etwas längeren Verlauf dieses Krieges werden rechnen müssen. Und das heißt, wir müssen weiter unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg übersteht als freies, souveränes, demokratisches Land. Das ist das eine. Das andere ist, hat Annalena Berber heute ganz klar gemacht, die EU soll ihre Paragrafenreiterei lassen. Und die Ukraine ist Teil Europas und muss schnellstens in die EU aufgenommen werden. Mit einer Aussicht auf einen Kandidaten, dass man es jetzt wird. Man hat ja auch den Antrag jetzt eingereicht. Wie sehen Sie das? Hat Sie tatsächlich von Olaf Scholz diesen Auftrag bekommen? Weil Scholz und Macron halten sich ja genau in dieser Frage der Mitgliedschaft noch zurück. Also ich bin für einen Kandidatenstatus für die Ukraine. Wir haben den Staaten des östlichen Europas, die unsere Werte teilen wollen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu lange die kalte Schulter gezeigt. Und es ist jetzt überfällig und es wäre ein mutmachendes Zeichen für diese geplagte Bevölkerung, die massiv unter den Folgen dieses grauenhaften Krieges leidet, wenn wir jetzt sagen, ihr gehört zu uns. Das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Es gibt ja kein Schnellverfahren. Auch das lehne ich ab. Aber jetzt ein Signal zu setzen, in diesen entscheidenden Wochen und Monaten für die Ukraine, setzt vielleicht auch noch mal Kräfte frei in der Ukraine, die sie dringend braucht, um sich gegenüber dem russischen Aggressor zu wehren. Aber Frankreichs Präsident Macron hat ja gesagt, er stellt sich eben so eine europäische politische Gemeinschaft vor, der nicht nur die EU angehört, sondern auch Beitrittskandidaten wie Bosnien, wie eben auch dann die Ukraine. Würde damit die EU nicht absolut obsolet? Also ich finde es erst mal gut, dass man Kandidatenländern schon auf dem langen Weg in Richtung EU ein Angebot unterbreitet, mit der Europäischen Union enger zusammenzuarbeiten. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Was aber nicht geht, ist, dass das ein Ersatz ist für eine vollständige EU-Mitgliedschaft. Also eine engere Zusammenarbeit während dieses Weges, finde ich richtig. Und deswegen sollten wir diesen Vorschlag von Präsident Macron auch prüfen. Aber es darf nicht der Ersatz sein. Denn den Staaten des westlichen Balkans, den Staaten haben wir seit 2003 eine EU-Perspektive eröffnet. Es ist viel geleistet worden. Deswegen müssen wir auch dort unsere Versprechungen erfüllen, insbesondere gegenüber Nordmazedonien und Albanien, aber auch gegenüber dem Kosovo, was die Visa-Liberalisierung anbelangt. Und die Ukraine möchte gar nicht irgendwie so Mitglied eines lockeren Teams werden, sondern sie will Mitglied der EU werden. Und wenn sie die Bedingungen erfüllt, und dabei sollten wir sie nach Kräften unterstützen, hat sie es auch verdient, vollständiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und dass das Zeit braucht, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite haben wir dieses EU-Öl-Embargo gegen Russland, was kommen soll. Und da hat Annalena Baerbock heute auch nochmal sich nicht klar geäußert. Und die Ukraine hat es ja nochmal gefordert. Aber in diesem Punkt, eigentlich steht der Westen geschlossen. Die EU, die NATO, hinter dieser Aggressionskriege gegen Russland, hat bereits fünf Sanktionspakete beschlossen. Aber warum dauert es so lange mit dem Sechsten? Warum spricht die EU da nicht mit einer Stimme? Vor allen Dingen, ist da dieses Vetorecht, was Ungarn hat, wirklich das große Problem? Muss sich da die EU ändern in der Zukunft? Natürlich muss sie sich ändern, sie muss entscheidungsfähiger werden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja weitreichende Sanktionspakete beschlossen, die nicht nur sehr, sehr schmerzhaft Russland sind, sondern die auch uns einiges abverlangen. Und trotzdem haben wir in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, inzwischen fünf Pakete auf den Weg gebracht. Und ja, es wurde ja immer wieder fälschlicherweise behauptet, Deutschland stünde auf der Bremse. Jetzt erleben wir, dass Ungarn partout nicht will. Und da muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber ich bin auch Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er jetzt auch mit dem Team G7 verabredet hat, dass auch alle G7-Staaten dem amerikanischen Beispiel folgen und sich dem Öl-Embargo anschließen werden. Das heißt, sie werden die Öllieferungen aus Russland stoppen. Das ist gut. Michael Roth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. So, Christina, wir sind mit einer Einmeldung aus der Welt des Sportes eingestiegen. Jetzt haben wir schon wieder eine Einmeldung. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt verkaufst. Naja. Als Münchnerin, als Berliner? Ja. Also als Berliner bin ich natürlich sehr stolz. Berlin wird nämlich Gastgeber des Finales der EM 2024 in Berlin werden. Ich sage, wir haben das schönste Stadion in Deutschland. Aber naja, du als Münchnerin, du als Münchnerin. Und das Öffnungsspiel, was er jetzt vergessen wollte fast, das vergab das Exzertivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA am Dienstag nämlich nach München. Also komm, ist doch okay. Die schöne bayerische Landeshauptstadt. Ist okay. Du kriegst eins, ich kriegst eins. Das sind ja noch mehr Spieler, aber finde ich schon okay. München als Öffnungsspiel. Und wir sollten beide Urlaub einreichen, um das Öffnungsspiel zu sehen. Ist nicht. Wir werden hier sitzen und moderieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie ja zeitweise geschlossen werden. Und ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag. Das entschieden die Karlsruher Richter. Geklagt hatte eine Restaurantbetreiberin aus Berlin. Erstmals seit mehr als 60 Jahren, da war sie das letzte Mal schwanger. Nämlich fehlte Queen Elizabeth die zweite bei der Parlamentseröffnung in London. Und stattdessen hielt der Thronfolger, der älteste Sohn der Königin Prinz Charles, die Regierungserklärung. Mit der prunkvollen Zeremonie wird ja traditionell eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Zuvor hatte der Buckingham Palace mitgeteilt, dass die 96-Jährige wegen eingeschränkter Beweglichkeit auf diese Rede verzichten will. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtperks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er führte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl aus dem Grüngewirbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger nun gefasst worden. Seit Februar müssen sich ja bereits sechs Verdächtige wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Am Ende des Prozesses konnte jetzt ein 22-Jähriger festgenommen werden. Er soll das grüne Gewerbe im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Bei dem Raub wurden 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Der Raub geht vermutlich auf das Konto von Mitgliedern der kriminellen libanesischen Großfamilie Remmo. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch der Kiefer Vororte Butschau und Irpin erschüttert von den dort begangenen Kriegsverbrechen gezeigt. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, so die grüne Politikerin. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba erklärte sie, Deutschland werde künftig komplett ohne Energie aus Russland auskommen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist ist. Ja, und das lassen wir natürlich einordnen von unserem politischen Korrespondenten Achim Unser. Er ist für uns vor dem Kanzleramt. Achim, man kann es ja so sagen, Außenministerin Baerbock nun in Kiew, aber vom Kanzler geschickt. Hat sie ihren Auftrag erfüllt? Ich würde schon mal sagen, ja. Ja, sie hat ja vor allem eben sich auch ein Bild von der Lage vor Ort machen wollen, um eben auch dann dieses Bild an den Kanzler weiterzugeben. Das war bestimmt eine der Aufgabenstellungen. Das andere war natürlich auch, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und sie ist ja auch hingegangen, um den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen bei der Aufklärung jener Taten in Butschau. Das hat sie ja explizit auch nochmal gesagt. Also das waren schon mal so die drei Aufgabenstellungen, die sie hatte. Und ich habe darüber über diese Reise mit Jürgen Trittin gesprochen, dem Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss, und habe ihn nochmal dazu befragt, was er sich von der Reise von Annalena Baerbock erhofft. Ich glaube, von dieser Reise geht ein klares Signal aus. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest an der Seite der angegriffenen Ukrainer. Und wir wollen unseren Kurs der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Sie hat ja auch gesagt, bei der Reise ist es auch hier, um den Internationalen Strafgerichtshof sozusagen ihn zu unterstützen, weil eben diese Taten in Butschau zum Beispiel nicht ungesünd bleiben dürfen. Es sind dort Taten begangen worden, die auch nach den internationalen Regeln und nach dem Weltstrafrechtsprinzip in Deutschland und anderswo strafbar sind. Es ist nötig, das aufzuklären, weil Straflosigkeit ist eine Ermunterung für künftige Täter. Frau Baerbock trifft da jetzt auch Herrn Selenskyj. Und der sagt ja immer, mit leeren Händen brauchen wir nicht kommen. Was bringt sie ihm denn mit? Ich glaube, sie bringt etwas mit, was, glaube ich, sehr viel wert ist. Nämlich des gemeinsames Willen fast aller demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Ukraine weiterhin nach den besten Möglichkeiten zu unterstützen. Jetzt war es ja so, dass die Regierung bei den Waffenlieferungen immer erst gesagt hat, Frau Baerbock war eine der ersten, die gesagt hat, übrigens schwere Waffen werden auch gebraucht oder sollten wir liefen, die aber sich doch da zögerlich verhalten hat. Das wurde ja auch im Ausland, auch in der Ukraine beobachtet. War das wirklich eine zielführende Strategie, da immer so ein bisschen scheibchenweise da mit Neuerungen herauszukommen? Es geht nicht um scheibchenweise, sondern die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, der Bundeskanzler waren in dieser Frage immer völlig klar. Ja, wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie, aber wir sorgen dafür, dass Deutschland und die NATO nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland reingezogen werden. Und das ist etwas, was man sorgfältig abwägen muss. Und ich glaube, es ist klug, dass wir das sorgfältig abgewogen haben. Das entspricht auch dem Bedürfnis vieler Menschen in diesem Lande. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die haben frühzeitiger schwere Waffen geliefert, die auch schon dort sind. Unsere sind ja erst auf dem Weg. Es kommt hinzu, dass wir teilweise über das nicht verfügen, was gerne gewünscht worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne meinen europäischen Nachbarn zu nahe treten wollen, da sind auch viele Waffenlieferungen in der Presse angekündigt werden. Wenn ich mir die Gesamtbilanz angucke, stehen die Deutschen nicht so schlecht. Glauben Sie, dass die deutsche Presse und auch die Opposition zu kritisch in diesem Punkt mit der Regierung umgehen? Ich habe gar nicht zu beurteilen, wie die Presse sich an dieser Stelle verhält. Ich glaube aber, dass der Grundsatz, dass wir der Ukraine zur Seite stehen, aber jede Kriegsbeteiligung Deutschlands vermeiden werden, dass dieser Grundsatz von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung so getragen wird. Und das verbietet es, schlanke Erklärungen zu machen, weil man beispielsweise von einem Partygate ablenken will oder ähnlichen Dingen. Der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, wann er reist. Auch da ist es ähnlich, dass da der Druck groß auf ihn ist. Er wirkt teilweise ein bisschen wie ein Getriebener. Einerseits die Einladung von Herrn Zelensky, andererseits wieder auch die Opposition, die sagt, wann reisen Sie denn endlich, Herr Scholz? Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss er denn bald reisen? Das ist relativ ganz einfach. Wenn Herr Zelensky nicht unter Anstiftung der Bild-Zeitung Frank Steinmeier ausgeladen hätte, wäre Herr Scholz schon lange da gewesen. Heißt das, dass Herr Steinmeier zuerst reisen muss, dann kann Herr Scholz? Ich glaube, dass Herr Scholz und Herr Steinmeier sich darüber genau verständigen werden. Und mit der Korrektur der Position der Ukraine war ja auch erst die Reise von Frau Baerbock möglich. Genau. Jetzt ist es so, dass ja am Ende Mai dann ein EU-Gipfel zu dem Thema ist. Wäre das nicht, sage ich mal, der späteste Zeitpunkt, dass er dort, wenn er dort ankommt, dass er sagen kann, ja, ich war dort, habe mir ein Bild über die Lage gemacht? Ich gehe davon aus, dass wir so eine Reise sehen werden. Und wir werden sie sehen, wenn die Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind. Nochmal, es wäre klüger gewesen, wenn man den Bundespräsidenten nicht ausgeladen hätte. Dann hätten wir diese Diskussion. Und die ist aber nicht dem deutschen Bundeskanzler anzulasten, sondern die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der ukrainischen Seite. Gestern war der französische Staatspräsident zu Gast bei Olaf Scholz. Und da sprach Emmanuel Macron von einem neuen Gebilde, einem politischen europäischen Bündnis, in das dann auch die Ukraine eintreten könnte, wo man dann eben sozusagen auch Möglichkeit bei Sicherheit oder bei anderen, auf anderen Themenfeldern eng zusammenarbeitet. Natürlich vor dem Hintergrund, weil Emmanuel Macron auch gesagt hat, ein EU-Beitritt sei eben ein sehr langwieriges Projekt. Ist das die mögliche, sage ich mal, Ausweichlösung dieses Problems, dass die Ukraine ja eigentlich schnell in die EU will? Wir haben ein reales Problem. Die Ukraine war schon vor dem Krieg, den Russland da vom Zaun gebrochen hat, am 24. Februar, kaum wäre nicht in der Lage gewesen, der Europäischen Union beizutreten. Das ist ja nicht so, als wenn man einem Sportverein beitritt. Dann muss man beispielsweise die gesamte Wirtschaft entsprechend umbauen. Und man muss wettbewerbsfähig sein, um am Binnenmarkt bestehen zu können. Deswegen ist der Hinweis von Emmanuel Macron richtig, dass ein solcher Beitrittsprozess eine Weile braucht. Ich bin auch sehr dafür, den beschleunigt und so schnell wie möglich zu führen. Aber er wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es gibt gleichzeitig das Erfordernis, wenn in einer politischen Beendigung der Feindseligkeiten, ich vermeide das Wort Waffenstillstand und das Wort Frieden sowieso, wenn dort ist, dass es dann auch Garantien geben muss für die Ukraine, dass sie nicht erneut wieder überfallen wird. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das steht nicht im Widerspruch zu einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union, sondern ist Bestandteil desselben. Also das heißt, Sie befürworten das, dass man an einem möglichen neuen Konstrukt da arbeitet? Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zeit, wo der Beitritt läuft, parallel dazu auch Maßnahmen finden, wie die Ukraine besser mit Europa verbunden werden kann. Ja, wir haben es gehört, Jürgen Trittin als Vertreter der Ampelkoalition ist der Meinung, dass vor allem diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier der Hinderungsgrund war, warum Olaf Scholz noch nicht die Ukraine bereist hat. Aber dieser Hinderungsgrund ist ja jetzt weg, ist ja ausgeräumt. Und insofern können wir davon ausgehen, dass Olaf Scholz demnächst in die Ukraine reist. Jürgen Trittin war da auch ganz guter Dinge, dass das demnächst passiert. Guten Abend in die Welt am Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grüne Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Ja, und nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelenskyy Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscha und Irpin, dort wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscha anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscha von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscha. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporter-Kollege Paul Sonntag ist uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert. Aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budja wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt. Sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist. Man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft sieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Denn wir sind mitten im Krieg und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auch vor Dessa wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Asovstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und Weltreporter Alfred Hackensberger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast, immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unter dem Tag. Aber wir waren heute in Siversk. Das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche typische Feuerwerk dieser einzelnen Bomben für über eine Minute, die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das machte die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert. Und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter. Es sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschließt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Radraketen. Und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Wie bewegt ihr euch fort? Wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist. Und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Hangelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren. Ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau, und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und konnten sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht. So wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne. Und dann mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für dieser Eindruck nach Dozhkivka. Und du und dein Kameramann, ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensberger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern. Und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kamatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben. Unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausharren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen. Odessa, dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben. Unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien. Denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31. Und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden. Und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert. Und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm. Der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm. Also sehr, sehr schwer. Nuklearsplittersprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern. Und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die deutsche Botschaft in Kiew wieder eröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten. Aber die deutsche Botschafterin, Frau Feldenhusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet, direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen? Wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihnen gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein. Wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA. Es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa. Aber die Deutschen wollten es nicht hören und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung. Und leider Gottes hat es sich bewahrheitet und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also die Diktator der Chinesen in der westlichen Welt und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29% mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22% der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46%. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23%. Rund 40% dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein. Denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studio, Carsten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm. Zum ersten Mal, muss man sagen. Lea Freist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige liest die Vorhaben der Regierung vor. Die Queen's Speech ohne die Queen. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, ob gleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußballnationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins The Athletic einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er wechselt ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Premier League Verein verlassen werde. So, und noch ein weiterer Wechsel ist jetzt bestätigt. Nach wochenlangem Theater steht fest, dass Erling Haaland den BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereine bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 75 Millionen Euro betragen werden. Der 21-Jährige hatte beim BVB eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach dem Ersatz scheint der BVB auch schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. Und wir blicken aufs Börsenpaket. Die Börse im Überblick von Franziska Schimpke. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte März gerutscht. An diesem Dienstag hat man einen klassischen Turnaround-Tuesday aufs Parkett gelegt. Im Tageshoch der DAX sogar über den 13.700 Punkten. Allerdings eine erneut schwächelnde Wall Street, die drückt auf die Stimmung, kostet dem DAX ein bisschen Kraft. Trotzdem kann er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel gehen. 13.535 der Schlussstand in Frankfurt. Größter Gewinner, das Papier von Bayer. Da gab es Zahlen, die werden von Seiten der Experten als sehr stark eingestuft. Und letztlich hat sich dieses Bild auch bei den Anlegern durchgesetzt. Über 5 Prozent fester geht die Aktie aus dem Handel. Die Deutsche Post Henkel oder aber auch Siemens gefragt. Auf der Verliererseite hingegen das Papier der Porsche Holding. Den Gewinn hat man verdoppelt. Es gab aber weiter keine Details zu einem Börsengang von Porsche. Die Aktie am Ende 3 Prozent im Minus. Fresenius nach einem negativen Analystenkommentar schwächer. Aber auch HelloFresh und Kia gehen im roten Bereich. Das berühmte Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Der stolze Kaufpreis beträgt umgerechnet 185 Millionen Euro. Damit ist das Werk der teuerste Warhol, der jemals versteigert wurde. Der Pop-Up-Künstler schuf das bemalte Foto des Hollywood-Stars 1964. Der Siebdruck ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte... Guten Abend in Die Welt am Abend. Guten Abend. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Ja, nach den diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine dankte Selenskien und der Bundesrepublik für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo das Massaker und das heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold fasst diesen Baerbock-Besuchstag in Kiew zusammen. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und damit schauen wir nach Kiew, direkt vor die deutsche Botschaft, also in Kiew, die hier heute wieder in Minimalbesetzung geöffnet worden ist. Max Hermes ist für uns dort und Max, du hast den ganzen Tag über Außenministerin Baerbock beobachtet und natürlich auch begleitet. Dein Eindruck? Ja, die Bundesaußenministerin hat sich hier ein Bild der Lage gemacht und sie hat es selbst ein bisschen so beschrieben. Eine trügerische Ruhe, die ja man hier feststellt in Kiew. Wenn man hier auf die Straße geht, da sieht man Menschen, die sich hier ein Eis kaufen, die hier essen gehen. Alles wirkt hier sehr, sehr friedlich. Der Krieg wirkt hier sehr weit weg. Deshalb hat sie auch schon so ein bisschen darüber geflaxt. Eigentlich könne man die Botschaft ja schon wieder mit vollem Personal eröffnen. Aber natürlich ist der Krieg hier weiterhin im Land vor Ort. Und das hat man auch ganz deutlich eben dort gesehen, wo die Bundesaußenministerin gewesen ist, nämlich in Butscha, Irpin. Da hat sie sich nochmal ein Bild der Zerstörung machen können. Und insbesondere Butscha, das ist ja weltweit bekannt geworden durch die Massengräber dort. Da hat sie sich noch einmal die Bilder auch angeschaut von den Menschen, die dort auf der offenen Straße erschossen wurden. Und da war ihr ganz eindringlicher Appell, man möchte helfen. Wie möchte man helfen mit justiziabler Hilfe, nämlich die Menschen zur Verantwortung ziehen, die dafür habhaft gemacht werden können. Also man möchte Ermittler schicken, die auch die Ukraine dabei unterstützen, dass die vielen Zivilprozesse, die jetzt gegen mögliche Kriegsverbrecher hier geführt wurden, dass die auch wirklich alle vollstreckt werden, damit jeder seine gerechte Strafe bekommt, der hier Kriegsverbrechen begangen hat. Das war hier ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hat man natürlich gesprochen. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch einmal der mögliche EU-Beitritt der Ukraine ein Thema. Da hat Annalena Baerbock so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie selbst ein großer Fan des Ganzen natürlich ist, möchte aber allerdings auch nicht, dass man dieses Verfahren jetzt überstürzt. Man muss sich da einmal vor Augen führen, was da alles dazu gehört. Und da geht es eben beispielsweise auch um die Außengrenzen eines Landes. Und wie möchte man über die Außengrenzen der Ukraine momentan jetzt etwas verhandeln können? Die Außengrenzen bestehen jetzt noch nicht einmal richtig, das ist Kriegsgebiet. Also all das hat sie ein bisschen dann eingedämpft und gesagt, man dürfe da keine Erwartungen schüren, die jetzt erst einmal nicht erfüllt werden können. Das Ganze könne viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern, bis da diese Beitrittsverhandlungen bis zum Ende geführt wurden. Ob sie dann letztlich erfolgreich werden oder nicht, das wird man dann auch sehen. Die weiteren Zugeständnisse, die sie gemacht hat, eben sie hat noch einmal betont, wie wichtig es jetzt gewesen ist, dass man jetzt eben die Leopardpanzer geliefert hat. Das hätte hier in der Ukraine auch einen großen, großen Beifall aus der Politik gefunden. Das hat sie auch von ihrem Amtskollegen Kuleba noch einmal gehört. Das wäre wichtig gewesen, dass Deutschland jetzt da Leoparden liefert. Und der Gesamteindruck, man möchte helfen vor allem, man hilft jetzt militärisch einerseits schon und man möchte vor allem auch bei der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen helfen. Max, danke für diese Einordnungen nach Kiew. Und damit blicken wir direkt weiter zu Achim Unser, am Bundeskanzleramt zugeschaltet. Achim, eine große Mehrheit der Deutschen würde es befürworten, wenn auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen würde. Aber auf seiner Pressekonferenz heute hat er wieder eine Frage dazu unbeantwortet gelassen. Ja, da hat sich zumindest eines geändert. Vor einiger Zeit war es noch so, dass sie ja die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, er soll nicht reisen. Da stand aber eben auch noch diese Steinmeier-Ausladung im Raum. Die ist ja jetzt mehr oder weniger ausgeräumt worden durch dieses Telefonat von Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten. Annalena Baerbock ist heute nun auch als erstes Regierungsmitglied dann in die Ukraine gereist. Und jetzt sehen wir es, okay, jetzt haben wir eine Mehrheit dafür, dass Olaf Scholz dann auch reist. Aber er hat es eben nicht beantwortet, diese Frage, weil er ist dann natürlich in der Position des Getriebenen mittlerweile. Immer wieder Fragen, dann der Druck von der Opposition, dann auch die Vorwürfe von ukrainischer Seite, dass er eben nicht kommt oder wo er denn bliebe. Man kann das vielleicht mehr so formulieren. Und Olaf Scholz mag das natürlich nicht, in dieser Rolle zu sein des Getriebenen und verweigert sich dem bislang. Jetzt muss man einfach mal abwarten. Irgendwann wird er vermutlich dann tatsächlich reisen. Ich denke, es könnte sein, dass das tatsächlich noch diesen Monat passiert, weil Ende des Monats ist ja ein großer EU-Gipfel dazu zu dem Thema. Und ich denke, da wird er sich nicht vorwerfen lassen, dass er sich noch kein Bild von der Lage in der Ukraine gemacht hat. Achim, vielen Dank dir vor das Kanzleramt. Ja, die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen also unverändert weiter. Die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun ja vor allem weiterhin auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die hochmodernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben davon. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Vedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Ankaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus. Und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Schönen guten Abend, Frau Barley. Guten Abend. Guten Abend. Frau Barley, die Ukraine treibt ja den EU-Beitritt voran. Präsident Zelensky will schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erreichen. Seine Regierung hat ja sogar den Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag bereits fertig übergeben. Was spricht denn für einen möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine Ihrer Meinung nach? Dieser EU-Beitritt oder das Verfahren dazu ist ja im Moment vor allen Dingen ein symbolischer Akt. Also wir wollen ganz klar festhalten und auch der Ukraine zeigen, dass sie zu Europa gehört und dass sie ihren Platz in unserer Gemeinschaft hat. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Aufnahme dann nochmal sehr klare Kriterien erfüllen muss. Und davon ist die Ukraine noch eine ganze Weile entfernt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat ja heute nochmal klar gesagt, die EU soll von ihrer Paragrafenreiterei runterkommen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Ist sie da vielleicht ein bisschen schnell gewesen? Denn der französische Präsident und auch der Bundeskanzler, die halten sich da ja noch ein bisschen bedeckt. Ja, also ich finde das eine ziemlich gewagte und wenig nachvollziehbare Äußerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir ein Land in die Europäische Union aufnehmen, dann ist es da, ja, also und zwar hoffentlich für immer. Und wir haben jetzt schon einige Mitgliedstaaten, mit denen wir große Probleme haben. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob die Europäische Union im jetzigen Status überhaupt aufnahmefähig ist. Und wenn wir ein Land aufnehmen, dann muss es klare Kriterien erfüllen und zwar im politischen Bereich, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im wirtschaftlichen Bereich. Es muss mithalten können in der Europäischen Union und dann muss es den sogenannten Aki erfüllen. Also es muss in der Rechtsetzung vergleichbare Regeln haben mit der Europäischen Union. Das ist ein Prozess. Selbst Finnland, was uns sehr ähnlich schon war vor dem Beitritt, hat dafür vier Jahre gebraucht. Was kann denn, Frau Barley, das EU-Parlament unternehmen, um zur Unterstützung der Ukraine beizutragen, sowohl was den EU-Beitritt angeht, aber eben auch das geplante Öl-Embargo gegen Russland zu beschleunigen? Das Europäische Parlament hat sehr klare Positionen bezogen. Das bezieht sich auf den Krieg selbst, auf die Aggressorolle Russlands, auf die Sanktionen, auf das, was man tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Natürlich müssen wir ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, wir müssen ihnen die Waffen zur Verfügung stellen und wir müssen Russland sanktionieren, so gut das eben geht. Dazu gehört auch ein Öl-Embargo. Dieses Öl-Embargo gehört dazu, sagen Sie, Frau Barley, aber auf der anderen Seite haben wir Ungarn und bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass die Ungarn das Budapest also auch mitzieht. Es gibt in der EU das Veto-Rett. Das heißt, alles muss einstimmig beschlossen werden. Also muss die EU sich da nicht auch reformieren? Muss das Parlament da nicht Druck auf die Kommission und vor allem die Staats- und Regierungschefs ausüben? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hier alles einstimmig beschlossen werden muss. Das stimmt nicht. Fast alles wird mit Mehrheit beschlossen. Es sind ganz wenige Entscheidungen, die mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen. Aber dazu gehört eben alles, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Steuern gehören dazu und auch die Energie. Immer dann, wenn die Europäische Union nicht originär zuständig ist. Viktor Orban blockiert. Orban ist ein Freund Putins. Wir haben diese Entwicklung, dass er eigentlich ein Stellvertreter Russlands am EU-Tisch ist, schon lange kommen sehen. Wir haben lange die Kommission davor gewarnt, dass sie nichts dagegen tut. Jetzt ist es so. Jetzt ist er da. Jetzt vertritt er die Position Russlands. Man muss allerdings sagen, an dem Punkt Öl-Embargo ist er nicht allein. Auch die Slowakei und andere Länder haben große Probleme, weil sie eben viel, viel abhängiger sind von russischer Energie als wir sogar. Frau Barley, heute ist ja die Außenministerin Deutschlands in der Ukraine, Annalena Baerbock. Welche deutschen und europäischen Spitzenpolitiker sollten Ihrer Ansicht nach denn dort ebenfalls so bald wie möglich hinreisen? Vielleicht liegt das daran, dass ich das Ganze hier mit etwas Entfernung betrachte aus Brüssel. Ich finde diese Diskussion seltsam. Es ist sicherlich nicht das, was am Ende der Ukraine hilft, wenn jetzt möglichst viele Leute dorthin reisen und möglichst schnell. Das sind auch symbolische Gesten. Das ist gut, das soll man tun. Aber daran hängt nun wirklich gar nichts. Viel wichtiger ist eine effektive Hilfe sowohl der Europäischen Union als auch Deutschlands. Und beides tun wir. Das ist der entscheidende Faktor. Und das bedeutet also auch, wie kann man der Ukraine denn weiterhin jetzt helfen? Nicht nur durch die Waffenlieferungen, die ja extrem wichtig sind, aber wir haben ja heute auch gehört, dass alleine dort in der Ukraine Getreide für 8 Milliarden Euro festsitzt. Also muss man da nicht auch Wege finden unter dem europäischen Aspekt, dass man genau diese wichtigen Getreidelieferungen irgendwie rausbekommt? Das wäre natürlich ein wichtiges Ziel, sowohl für die Ukraine als auch für die Menschen, die auf diese Getreidelieferungen dringend angewiesen sind. Vor allen Dingen in Afrika sehen wir jetzt schon eine sich rasant ausbreitende Hungersnot. Natürlich ist das praktisch nicht einfach. Wir wissen, dass die Bahnstrecken zum Teil zerstört sind. Über die Schiffe, wie normalerweise das Getreide außer Landes gebracht wird, geht im Moment gar nichts, weil die Schwarzenmeerküste ja nun ein Kriegsschauplatz ist. Und auf dem sonstigen Landweg können Sie sich vorstellen, solche große Mengen mit LKWs zu transportieren, ist auch nicht so einfach. Also da tut man, was man kann, aber das wird ohne eine Vereinbarung mit Russland, das über Schiffe zu erlauben, nicht möglich sein. Und die sehe ich im Moment nicht kommen. Katharina Barley, ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend nach Brüssel. Ihnen auch, danke schön. Dann wollen wir jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schauen. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist bei uns im Studio. Guido, gib uns mal ein Update zum aktuellen Frontverlauf. Ja, ein Vertreter der US-Regierung hat den bisherigen Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass als blutarm bezeichnet. Das ist natürlich schon ein interessanter Ausdruck, wenn man sieht, welch blutige Kämpfe dort im Donbass stattfinden. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kamatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splittersprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Also eine Hightech-Waffe, die man da jetzt wieder eingesetzt hat in Odessa, aber man muss sagen, taktisch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch andere Systeme einsetzen können. Also auch große Symbolwirkung, um zu zeigen, ihr greift uns an und sorgt dafür, dass wir herbe Niederlagen dort haben mit unserer Schwarzmeerflotte. Wir haben moderne Waffen und zeigen euch, was wir können. Guido, danke für deine Ausführungen. Aber Christina und ich weisen dich nochmal darauf hin. Du hast es heute so plastisch für uns alles gezeigt. Du räumst das Studio nachher noch auf. Und ich hole den Besen persönlich. Danke, Guido. Guido, danke dir. Ja, der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtparks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er füllte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, wie unser Kollege Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29% mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also solche Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22% der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46%. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23%. Rund 40% dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Nach dem wochenlangen Wechseltheater steht nun endgültig fest, dass Erling Haaland, den die BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereinigten bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen. Der 21-Jährige hatte nämlich eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach Ersatz scheint der BVB schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. So viel also zum Thema Fußball, Carsten. Und wir müssen noch diskutieren. Eröffnungsspiel, ja, WM in München oder Finalspiel in Berlin. Schauen wir es beides an. Es ist das große Turnier der Europameisterschaft 2024. Und du als Münchnerin, ich als Berlin, wir sind natürlich froh. Tja, die beiden schönsten Stadien in der Republik, oder? Absolut, ich freue mich drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da. Noch eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie also bei uns. Schauen wir natürlich jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine. Innenaußenministerin Annalena Baerbock ist dort und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die Grünpolitikerin wurde auch von Präsident Zelensky empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte er Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sicher einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold berichtet. Gleich zu Beginn ihres nicht ungefährlichen Besuchs kommt Annalena Baerbock nach Butscher, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwältin sammelt seit dem Abzug der Russen Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock schaut sich in der Kirche von Butscher die schrecklichen Fotos an. Von Massengräbern und Leichen, die gefesselt am Straßenrand liegen. Sie verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Zehntausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen verkündet Baerbock, sie hat nicht nur Worte mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und Paul Sonntag ist uns jetzt direkt aus Kiew zugeschaltet. Paul, wir haben es also gehört, Annalena Baerbock trifft Präsidenten Zelensky. Was wird denn erwartet von diesem Gespräch? Offenbar hat sie ihn auch schon getroffen. Es sei ein offenes, konstruktives Gespräch gewesen. Man muss dazu sagen, jeder Termin der Außenministerin heute war nur ganz kurzfristig vorher angekündigt worden. Unter strenger Geheimhaltung auch vorher. Da ist nicht viel nach außen gedrungen. Ich würde sagen, allein dieses Symbol, das Zelensky jetzt auch tatsächlich die Außenministerin schon empfangen hat und nicht noch auf den Kanzler wartet, kann man als positives Zeichen werten und vielleicht auch gewissermaßen als Zeichen dahingehend, dass sich die Verhältnisse doch wieder normalisiert haben. Das hat man heute beim Treffen mit dem Außenminister Kuleba auch schon gemerkt. Das war demonstrative Freundschaft, die man da wirklich dargestellt hat. Man hat sich geduzt, man hat sich immer wieder Freundinnen und Freund genannt, immer wieder aufeinander Bezug genommen. Also da war eine deutliche Veränderung, zumindest was die Stimmung anging, dann zu merken. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch gemerkt hat. Annalena Baerbock hat sich doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, gerade wenn es um die Frage des möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Da haben wir ganz andere Töne von ihr gehört als beispielsweise von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der das doch etwas auf die lange Bank schieben wollte. Ein kleines Hintertürchen hat sie sich noch aufgelassen, indem sie gesagt hat, naja, diese Beitrittsverhandlungen, die dauern gewöhnlicherweise sehr, sehr lange und man müsse da vielleicht eine Reform anstreben. Das an sich dauert aber natürlich auch wieder. Also insofern trotzdem aber das Signal klar gewesen, dass sie das eigentlich befürworten würde. Man hat den Eindruck, jetzt ist die Basis geschaffen, um möglicherweise eben in eine andere Zusammenarbeit, in eine andere Unterstützung in Zukunft dann überzuführen. Sie hat ja sogar davon gesprochen, Paul, dass die EU-Paragrafenreiterei im Fall Ukraine jetzt nun ein Ende haben muss. Aber wir haben es ja auch gesehen, sie hat mehrere Termine gehabt, sie war ein Butcher, sie war ein Irrpin. Was bleibt von diesem Besuch? Hat sie vielleicht auch die Tür geöffnet für Kanzler Scholz, dass er der Nächste sein könnte oder aber auch der Bundespräsident? Ja, das zeigt auch einmal mehr, wie leicht sich Reporter auch in der Einschätzung irren können. Ich dachte eigentlich immer, dass das genau der Sinn und Zweck dieses Termins ist, dass man sich auf Außenminister-Ebene trifft, so wie das üblich ist. Und am Ende dann, wenn eben die Stimmungen passen, wenn eben die gegenseitigen Ankündigungen und Unterstützungen passen, dass man dann eben das große Treffen zwischen Scholz und Selenski einfach vorbereitet. Jetzt hat man dem vorgegriffen. Aber zumindest dahingehend ist das ein Erfolg für Annalena Baerbock, wenn sie dann wirklich tatsächlich auch von Selenski schon empfangen wurde, auch wenn da nichts Substantielles tatsächlich dabei rumkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn da noch nichts angekündigt ist und noch nichts klar ist, dass das gewissermaßen den Weg freigemacht hat und dann auch hier am Ende Kanzler Scholz zu empfangen oder möglicherweise eben dann irgendwann auch mal den Bundespräsidenten Steinmeier. Paul, danke für den Moment und deine Einordnungen nach Kiew. Die Kämpfe gehen unterdessen in der Ukraine unverändert weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja und aus dem belegten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfe über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte, sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Ankaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Charkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Export läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk Harren aus. Angeblich sollen sich noch mindestens 100 Zivilisten in den Ruinen befinden. Also der Krieg geht unvermindert weiter. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist nun bei uns im Studio. Guido, bring uns mal auf den neuesten Stand, wie der aktuelle Frontverlauf aussieht. Ja, vielleicht erst einmal ein Mitglied der US-Regierung hat die Erfolge der Russen im Donbass als blutarm bezeichnet. Soll wahrscheinlich bedeuten, dass es da nicht wirklich vorangeht, aber trotzdem ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen missverstanden werden kann. Vor allem, wenn man sieht, wie blutig die Gefechte dort geführt werden zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Popasna, Kramatorsk, Kharkiv, Luhansk, da toben wirklich schwere Gefechte. Dort gibt es immer wieder Artillerieangriffe der russischen Streitkräfte und dort versuchen sie weiterhin Geländegewinne zu erzielen. Aber das geht sehr, sehr langsam voran und die Ukrainer verteidigen da sehr effektiv. Gucken wir auf Mariupol. In den letzten 24 Stunden 34 Luftangriffe alleine, unter anderem mit strategischen Bombern, die dort Bomben abgeworfen haben. Aber auch Schiffsartillerie ist eingesetzt worden, um Mariupol zu beschießen. Und dann gehen wir auf Odessa. Dort die Angriffe unter anderem mit drei Hyperschallraketen vom Typ Kinshal mit herkömmlichen Sprengköpfen. Denn diese Raketen können auch Nuklearsprengköpfe befördern. Und ganz interessant, groß taktisch ist das eigentlich nicht zu begründen. Dafür sind diese Hightech-Waffen eigentlich viel zu teuer und viel zu aufwendig. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer sehr geschickt in den letzten Tagen dort Nadelstiche gesetzt haben. Gegen die Schwarzmeerflotte der Russen und auch auf die Schlangeninsel. Wir sehen hier mal ein paar Bilder, wo man mit Drohnen, mit Kampfdrohnen aus türkischer Produktion, der sogenannten Bayraktar, die russischen Truppen auf der Schlangeninsel angegriffen hat. Und auch immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen hat und zerstören konnte. Und das sind große Erfolge, weil man natürlich ein wenig dafür sorgt, dass die Schwarzmeerflotte nicht zu dicht an die Küste herangelangt. Und man damit verhindert, dass es möglicherweise zu einer amphibischen Landungsaktion der Russen kommt. Keto, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, diese Hyperschallrakete, die die Russen eingesetzt haben. Was macht diese Waffe denn so besonders? Ja, dass sie so gut wie nicht verteidigt werden kann. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und zu dieser hohen Geschwindigkeit kommt, dass sie lenkbar ist. Wir können uns mal Bilder angucken von der Kindschall. Das Trägerflugzeug sehen wir hier ist eine MiG-31, kann aber durchaus auch von einem taktischen Bomber transportiert werden. Die Rakete wird praktisch im Flug gestartet und fällt erst mal ein bisschen. Und dann erst zünden die Feststofftriebwerke und katapultieren die Rakete dann bis auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer. Und dann wird die Rakete praktisch in einer semi-ballistischen Flugbahn. Das kann man hier mal ein bisschen so sehen. Nach oben befördert und dann die Erdanziehung sorgt dafür, dass die Rakete wieder nach unten Richtung Erde transportiert wird. 4000 Kilo Gewicht, 500 Kilogramm Sprengkopf, also eine Menge Splittersprengkopf, wenn sie denn einschlägt. Große Zerstörung, das haben wir jetzt auch in Odessa gesehen. Und mehr als 12.000 Stundenkilometer. Das ist das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit, also extrem hoch. Und die ist schon gefürchtet, weil es momentan eigentlich keine richtige Waffe dagegen gibt. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach mehr symbolisch eingesetzt in Odessa, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr uns mit solchen Nadelstichen bekämpft, dann setzen wir unsere Hightech-Waffen ein. Und ganz interessant vielleicht noch, dadurch, dass die Rakete außerhalb der Erdatmosphäre beschleunigt wird und dann wieder auf die Erde niederfällt, ist sie speziell beschichtet. Denn ansonsten würde diese hohe Kompressionswärme dafür sorgen, dass sie praktisch verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Also eine sehr effektive Waffe, aber taktisch gesehen hätte man das jetzt nicht nutzen müssen, um Odessa zu bombardieren. Guido Schmidtke, diesmal mit Anschauungsmaterial bei uns im Studio. Vielen Dank dafür. Sich vergessen aufzuräumen, du, ja? Und auch im Süden der Ukraine stockt ja der Vormarsch der Russen, wie Gideon es ihm gezeigt hat. Kiviri, das ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wie auch Saporizhia. Sie galten ja schon als die nächsten potenziellen Ziele von Wladimir Putin. Von einer schnellen Eroberung kann aber längst keine Rede mehr sein. Und von der Grenze zur russisch besetzten Region Kherson berichtet unser Kollege Michael Wöhlenweber. Das ist eine Kriegshochzeit. Pavlo und Inna haben beschlossen, überstürzt zu heiraten. Pavlo hat zwei Tage Fronturlaub bekommen. Gäste sind nicht gelaufen. Wir sind im Süden der Ukraine, in Kiviri. Schnelles Ja-Wort, Ringe tauschen. Überglücklich trägt Pavlo seine Braut über die Schwelle. Zumindest für ein paar glückliche Momente wird versucht, den Krieg zu vergessen. Ja, wie soll ich es sagen? Wir wollten ohnehin heiraten. Aber wegen des Krieges haben wir uns entschlossen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, versucht Pavlo, schneidig zu erklären. Die Braut frage ich, ob sie denn keine Angst um ihren Mann habe. Die Gefahr lacht Inna weg. Nein, wir werden groß feiern mit der Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Am Tag darauf muss Pavlo wieder in den Krieg. Wir fahren im schon gewohnten Slalom nach Seljö-Nodolsk. Frontstadt. Ab und zu hören wir von weiten Detonationen. Es war mal mehr, heißt es. Die wenigen Menschen, die noch hier sind, scheinen sich daran zu gewöhnen. Hier habe ich keine Angst. Ich hatte Angst vor den Russen in meinem Dorf. Das ist nicht weit von hier. Mein Leben hat sich nicht viel geändert. Ich bin überzeugt, unsere Armee wird die Stadt verteidigen. Die Region gehört im Süden zu den meist Beschossenen. Aber die Russen kommen nicht mehr richtig voran, freut sich dieser Offizier, der uns erklärt, wo die Front sich schlängelt. Die Russen sind im nächsten Dorf, keine 10 Kilometer entfernt. Die Front hier ist rund 100 Kilometer lang. Viele Menschen haben sich mit dem Fahrrad nach Seljö-Nodolsk gerettet, sind einfach durch die Front geradelt. 400 Drahtesel stapeln sich inzwischen hier mit weißen Bändern am Lenkrad. Die sollten bei der Flucht vor Beschuss aus dem Hinterhalt schützen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, hofft Evgeny, werden die Besitzer sie abholen. Nach dem Sieg. Und bei uns im Studio begrüßen wir Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Es ist guten Abend, Herr Roth. Guten Abend, Herr Roth. Danke für die Einladung. Sie kommen ja direkt aus der Fraktionssitzung im Prinzip. Heute ist Annalena Baerbock als erstes Kabinettsmitglied in Kiew zu Besuch. Wie ist denn so die Stimmung in der Fraktion? Sie hat den richtigen Ton dort getroffen? Das ist ein weiteres wichtiges Signal der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine. In dramatischen Zeiten. Am vergangenen Sonntag war die Bundestagspräsidentin in Kiew und hat dort hochrangige Gespräche geführt. Das hat auch nochmal ein ganz wichtiges Signal ausgesendet, auch seitens des Parlaments. Denn wir haben im Deutschen Bundestag vor anderthalb Wochen einen wegweisenden Beschluss getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und dieser Beschluss ist mit breiter Mehrheit getroffen worden, auch mit großen Teilen der Opposition von CDU und CSU. Das ist gut und dafür sind wir auch dankbar. Und heute nochmal die Eröffnung unserer Botschaft in Kiew. Auch das ist nochmal ein wichtiges Zeichen unserer Präsenz, auch in Kriegszeiten. Und wir schließen damit an, an das, was auch andere europäische Staaten und andere Partner in der Welt schon getan haben, ihre Botschaften gerade jetzt wieder zu eröffnen. Aber wir sprechen von einer Minimalbesetzung und andere Partner aus Europa und auch die Vereinigten Staaten haben das bereits vor Wochen getan. Kommt das nicht ein bisschen zu spät? Das ist sehr abhängig von der Sicherheitslage. Das ist sehr abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Ich glaube nicht, dass da jetzt die Tage zählen. Ich finde es aber gut, dass die Außenministerin persönlich hingefahren ist, um diese Botschaft zu eröffnen. Machen wir uns nichts vor. Das ist nach wie vor noch lebensgefährlich. Und ich finde, dass auch wir Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung stehen, gegenüber unseren Diplomatinnen und Diplomaten verantwortbarer Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt ein Signal, das hoffentlich auch ausstrahlt über die Ukraine hinaus. Und deswegen ist das heute sicherlich eine wichtige und eine notwendige Reise gewesen. Herr Roth, Sie waren ja selber dort. Jetzt ist heute Annalena Baerbock da. Sie sprechen ja von einem Signal, das eben in die Welt hinaus strahlt. Müsste nicht auch der deutsche Bundeskanzler, müsste nicht auch Olaf Scholz dorthin fahren? Also erstmal bin ich froh, dass die Diskussionen zwischen der Ukraine und der Bundesregierung beendet sind. Da hat es ein gutes, klärendes Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten Zelensky gegeben. Und damit ist auch dieser Stein aus dem Weg geräumt. Mich nervt an der Diskussion eigentlich nur eines. Es ist eine sehr persönliche Geste. Und ich finde, dass es nicht hilfreich ist, wenn fortwährend auch Druck von außen ausgeübt wird. Ich möchte jetzt nichts miteinander vergleichen, was man nicht vergleichen sollte. Und ich möchte es erst recht nicht gleichsetzen. Aber stellen wir uns mal einen Moment vor. Willy Brandt wäre damals wochenlang aufgefordert worden, nach Warschau zu fahren und auf die Knie zu gehen. Und ich glaube, so eine Geste, die muss ohne Druck aus freier Entscheidung heraus geschehen. Und deswegen respektiere ich die Entscheidung des Bundeskanzlers. Bin mir aber ziemlich sicher, dass auch weitere Mitglieder der Bundesregierung, vielleicht sogar in Wälde der Bundespräsident, reisen werden. Es wird noch genügend Anlässe geben, weil ich befürchte, auch nach der furchtbaren Rede von Putin gestern, anlässlich des Ende des Zweiten Weltkrieges, wir noch mit einem etwas längeren Verlauf dieses Krieges werden rechnen müssen. Und das heißt, wir müssen weiter unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg übersteht als freies, souveränes, demokratisches Land. Das ist das eine. Das andere ist, hat Annalena Berberk heute ganz klar gemacht, die EU soll ihre Paragrafenreiterei lassen und die Ukraine ist Teil Europas und muss schnellstens in die EU aufgenommen werden. Mit einer Aussicht auf einen Kandidaten, dass man jetzt wird. Man hat ja auch den Antrag jetzt eingereicht. Wie sehen Sie das? Hat sich tatsächlich von Olaf Scholz diesen Auftrag bekommen? Weil Scholz und Macron halten sich ja genau in dieser Frage der Mitgliedschaft noch zurück. Also ich bin für einen Kandidatenstatus für die Ukraine. Wir haben den Staaten des östlichen Europas, die unsere Werte teilen wollen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu lange die kalte Schulter gezeigt. Und es ist jetzt überfällig und es wäre ein mutmachendes Zeichen für diese geplagte Bevölkerung, die massiv unter den Folgen dieses grauenhaften Krieges leidet. Wenn wir jetzt sagen, ihr gehört zu uns, das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Es gibt ja kein Schnellverfahren. Auch das lehne ich ab. Aber jetzt ein Signal zu setzen in diesen entscheidenden Wochen und Monaten für die Ukraine, setzt vielleicht auch noch mal Kräfte frei in der Ukraine, die sie dringend braucht, um sich gegenüber dem russischen Aggressor zu wehren. Aber Frankreichs Präsident Macron hat ja gesagt, er stellt sich eben so eine europäische politische Gemeinschaft vor, eben, der nicht nur die EU angehört, sondern auch Beitrittskandidaten wie Bosnien, wie eben auch dann die Ukraine. Würde damit die EU nicht absolut obsolet? Also ich finde es erst mal gut, dass man Kandidatenländern schon auf dem langen Weg in Richtung EU ein Angebot unterbreitet, mit der Europäischen Union enger zusammenzuarbeiten. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Was aber nicht geht, ist, dass das ein Ersatz ist für eine vollständige EU-Mitgliedschaft. Also eine engere Zusammenarbeit während dieses Weges, finde ich richtig. Und deswegen sollten wir diesen Vorschlag von Präsident Macron auch prüfen. Aber es darf nicht der Ersatz sein. Denn den Staaten des westlichen Balkans, den Staaten haben wir seit 2003 eine EU-Perspektive eröffnet. Es ist viel geleistet worden. Deswegen müssen wir auch dort unsere Versprechungen erfüllen, insbesondere gegenüber Nordmazedonien und Albanien, aber auch gegenüber dem Kosovo, was die Visa-Liberalisierung anbelangt. Und die Ukraine möchte gar nicht irgendwie so Mitglied eines lockeren Teams werden, sondern sie will Mitglied der EU werden. Und wenn sie die Bedingungen erfüllt, und dabei sollten wir sie nach Kräften unterstützen, hat sie es auch verdient, vollständiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und dass das Zeit braucht, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite haben wir dieses EU-Öl-Embargo gegen Russland, was kommen soll. Und da hat Annalena Berberk heute auch nochmal sich nicht klar geäußert. Und die Ukraine hat es ja nochmal gefordert. Aber in diesem Punkt, da eigentlich steht der Westen geschlossen. Die EU, die NATO hinter diesem Aggressionskrieg gegen Russland hat bereits fünf Sanktionspakete beschlossen. Aber warum dauert es so lange mit dem Sechsten? Warum spricht die EU da nicht mit einer Stimme? Vor allen Dingen ist da dieses Vetorecht, was Ungarn hat, wirklich das große Problem? Muss sich da die EU ändern in der Zukunft? Natürlich muss sie sich ändern. Sie muss entscheidungsfähiger werden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja weitreichende Sanktionspakete beschlossen, die nicht nur sehr, sehr schmerzhaft Russland sind, sondern die auch uns einiges abverlangen. Und trotzdem haben wir in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, inzwischen fünf Pakete auf den Weg gebracht. Und ja, es wurde ja immer wieder fälschlicherweise behauptet, Deutschland stünde auf der Bremse. Jetzt erleben wir, dass Ungarn partout nicht will. Und da muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber ich bin auch Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er jetzt auch mit dem Team G7 verabredet hat, dass auch alle G7-Staaten dem amerikanischen Beispiel folgen und sich dem Öl-Embargo anschließen werden. Das heißt, sie werden die Öl-Lieferungen aus Russland stoppen. Das ist gut. Michael Roth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. So, Christina, wir sind mit einer Einmeldung aus der Welt des Sportes eingestiegen. Jetzt haben wir schon wieder eine Einmeldung. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt verkaufst. Naja. Als Münchnerin, als Berliner. Ja, also als Berliner bin ich natürlich sehr stolz. Berlin wird nämlich Gastgeber des Finales der EM 2024 in Berlin werden. Ich sage ja, wir haben das schönste Stadion in Deutschland. Aber naja, du als Münchnerin. Und das Öffnungsspiel, was er jetzt vergessen wollte fast, das vergab das Exzertivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA am Dienstag nämlich nach München. Die schöne bayerische Landeshauptstadt. Genau, du kriegst eins, ich kriegst eins, es sind ja noch mehr Spiele, aber finde ich schon okay. Und wir sollten beide Urlaub einreichen, um das Öffnungsspiel zu nehmen. Ist nicht, wir werden hier sitzen und moderieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie ja zeitweise geschlossen werden. Und ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag. Das entschieden die Karlsruher Richter. Geklagt hatte eine Restaurantbetreiberin aus Berlin. Erstmals seit mehr als 60 Jahren, da war sie das letzte Mal schwanger. Nämlich fehlte Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung in London. Und stattdessen hielt der Thronfolger, der älteste Sohn der Königin Prinz Charles, die Regierungserklärung. Mit der prunkvollen Zeremonie wird ja traditionell eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Zuvor hatte der Buckingham Palace mitgeteilt, dass die 96-Jährige wegen eingeschränkter Beweglichkeit auf diese Rede verzichten will. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtperks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er führte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grüngewölbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger nun gefasst worden. Seit Februar müssen sich ja bereits sechs Verdächtige wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Am Ende des Prozesses konnte jetzt ein 22-Jähriger festgenommen werden. Er soll das grüne Gewäbe im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Bei dem Raub wurden 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Der Raub geht vermutlich auf das Konto von Mitgliedern der kriminellen libanesischen Großfamilie Remmo. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch der Kiewer Vororte Butscha und Irpin erschüttert von den dort begangenen Kriegsverbrechen gezeigt. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, so die grüne Politikerin. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba erklärte sie, Deutschland werde künftig komplett ohne Energie aus Russland auskommen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist ist. Ja, und das lassen wir natürlich einordnen von unserem politischen Korrespondenten Achim Unser. Er ist für uns vor dem Kanzleramt. Und Achim, man kann es ja so sagen, Außenministerin Baerbock nun in Kiew, aber vom Kanzler geschickt. Hat sie ihren Auftrag erfüllt? Ich würde schon mal sagen, ja, sie hat ja vor allem eben sich auch ein Bild von der Lage vor Ort machen wollen, um eben auch dann dieses Bild an den Kanzler weiterzugeben. Das war bestimmt eine der Aufgabenstellungen. Das andere war natürlich auch, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und sie ist ja auch hingegangen, um den internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen bei der Aufklärung jener Taten in Butscha. Das hat sie ja explizit auch nochmal gesagt. Also das waren schon mal so die drei Aufgabenstellungen, die sie hatte. Und ich habe darüber über diese Reise mit Jürgen Trittin gesprochen, dem Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss, und habe ihn nochmal dazu befragt, was er sich von der Reise von Annalena Baerbock erhofft. Ich glaube, von dieser Reise geht ein klares Signal aus. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest an der Seite der angegriffenen Ukrainer. Und wir wollen unseren Kurs der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Sie hat ja auch gesagt, bei der Reise ist auch hier, um den internationalen Strafgerichtshof sozusagen ihn zu unterstützen, weil eben diese Taten in Butscha zum Beispiel nicht ungesünd bleiben dürfen. Es sind dort Taten begangen worden, die auch nach den internationalen Regeln und nach dem Weltstrafrechtsprinzip in Deutschland und anderswo strafbar sind. Es ist nötig, das aufzuklären, weil Straflosigkeit ist eine Ermunterung für künftige Täter. Frau Baerbock trifft da jetzt auch Herrn Selenskyj. Der sagt ja immer, mit leeren Händen brauchen wir nicht kommen. Was bringt sie ihm denn mit? Ich glaube, sie bringt etwas mit, was, glaube ich, sehr viel wert ist. Nämlich das gemeinsame Willen fast aller demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Ukraine weiterhin nach den besten Möglichkeiten zu unterstützen. Jetzt war es ja so, dass die Regierung bei den Waffenlieferungen immer erst gesagt hat, Frau Baerbock war eine der Ersten, die gesagt hat, übrigens schwere Waffen werden auch gebraucht oder sollten wir liefen, die aber sich doch da zögerlich verhalten hat. Das wurde ja auch im Ausland, auch in der Ukraine beobachtet. War das wirklich eine zielführende Strategie, da immer so ein bisschen scheibchenweise da mit Neuerungen herauszukommen? Es geht nicht um scheibchenweise, sondern die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, der Bundeskanzler waren in dieser Frage immer völlig klar. Wir stehen auf der Seite der Ukraine. Wir unterstützen sie, aber wir sorgen dafür, dass Deutschland und die NATO nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland reingezogen werden. Und das ist etwas, was man sorgfältig abwägen muss. Und ich glaube, es ist klug, dass wir das sorgfältig abgewogen haben. Das entspricht auch dem Bedürfnis vieler Menschen in diesem Lande. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die haben frühzeitiger schwere Waffen geliefert, die auch schon dort sind. Unsere sind ja erst auf dem Weg. Kommt hinzu, dass wir teilweise über das nicht verfügen, was gerne gewünscht worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne meinen europäischen Nachbarn nahetreten wollen, da sind auch viele Waffenlieferungen in der Presse angekündigt werden. Wenn ich mir die Gesamtbilanz angucke, stehen die Deutschen nicht so schlecht. Glauben Sie, dass die deutsche Presse und auch die Opposition zu kritisch in diesem Punkt mit der Regierung umgehen? Ich habe gar nicht zu beurteilen, wie die Presse sich an dieser Stelle verhält. Ich glaube aber, dass der Grundsatz, dass wir der Ukraine zur Seite stehen, aber jede Kriegsbeteiligung Deutschlands vermeiden werden, dass dieser Grundsatz von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung so getragen wird. Und das verbietet es, schlanke Erklärungen zu machen, weil man beispielsweise von einem Partygate ablenken will oder ähnlichen Dingen. Der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, wann er reist. Auch da ist es ähnlich, dass da der Druck groß auf ihn ist. Er wirkt teilweise ein bisschen wie ein Getriebener. Einerseits die Einladung von Herrn Zelensky, andererseits wieder auch die Opposition, die sagt, wann reisen Sie denn endlich, Herr Scholz? Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss er denn bald reisen? Relativ ganz einfach. Wenn Herr Zelensky nicht unter Anstiftung der Bild-Zeitung Frank Steinmeier ausgeladen hätte, wäre Herr Scholz schon lange da gewesen. Heißt das, dass Herr Steinmeier zuerst reisen muss, dann kann Herr Scholz? Ich glaube, dass Herr Scholz und Herr Steinmeier sich darüber genau verständigen werden. Und mit der Korrektur der Position der Ukraine war ja auch erst die Reise von Frau Baerbock möglich. Genau. Jetzt ist es so, dass ja am Ende Mai dann ein EU-Gipfel zu dem Thema ist. Wäre das nicht, sage ich mal, der späteste Zeitpunkt, dass er dort, wenn er dort ankommt, dass er sagen kann, ja, ich war dort, habe mir ein Bild über die Lage gemacht? Ich gehe davon aus, dass wir so eine Reise sehen werden. Und wir werden sie sehen, wenn die Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind. Und nochmal, es wäre klüger gewesen, wenn man den Bundespräsidenten nicht ausgeladen hätte. Dann hätten wir diese Diskussion. Und die ist aber nicht dem deutschen Bundeskanzler anzulasten, sondern die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der ukrainischen Seite. Gestern war der französische Staatspräsident zu Gast bei Olaf Scholz. Und da sprach Emmanuel Macron von einem neuen Gebilde, einem politischen europäischen Bündnis, in das dann auch die Ukraine eintreten könnte, wo man dann eben sozusagen auch Möglichkeit bei Sicherheit oder bei anderen, auf anderen Themenfeldern eng zusammenarbeitet. Natürlich vor dem Hintergrund, weil Emmanuel Macron auch gesagt hat, ein EU-Beitritt sei eben ein sehr langwieriges Projekt. Ist das die mögliche, sage ich mal, Ausweichlösung dieses Problems, dass die Ukraine ja eigentlich schnell in die EU will? Wir haben ein reales Problem. Die Ukraine war schon vor dem Krieg, den Russland da vom Zaun gebrochen hat, am 24. Februar, kaum wäre nicht in der Lage gewesen, der Europäischen Union beizutreten. Das ist ja nicht so, als wenn man einem Sportverein beitritt. Dann muss man beispielsweise die gesamte Wirtschaft entsprechend umbauen. Man muss wettbewerbsfähig sein, um am Binnenmarkt bestehen zu können. Deswegen ist der Hinweis von Emmanuel Macron richtig, dass ein solcher Beitrittsprozess eine Weile braucht. Ich bin auch sehr dafür, den beschleunigt und so schnell wie möglich zu führen. Aber er wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es gibt gleichzeitig das Erfordernis, wenn in einer politischen Beendigung der Feindseligkeiten, ich vermeide das Wort Waffenstillstand und das Wort Frieden sowieso, wenn dort ist, dass es dann auch Garantien geben muss für die Ukraine, dass sie nicht erneut wieder überfallen wird. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das steht nicht im Widerspruch zu einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union, sondern ist Bestandteil desselben. Also das heißt, Sie befürworten das, dass man an einem möglichen neuen Konstrukt da arbeitet? Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zeit, wo der Beitritt läuft, parallel dazu auch Maßnahmen finden, wie die Ukraine besser mit Europa verbunden werden kann. Ja, wir haben es gehört, Jürgen Trittin als Vertreter der Ampelkoalition ist der Meinung, dass vor allem diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier der Hinderungsgrund war, warum Olaf Scholz noch nicht die Ukraine bereist hat. Aber dieser Hinderungsgrund ist ja jetzt weg, ist ja ausgeräumt. Insofern können wir davon ausgehen, dass Olaf Scholz demnächst in die Ukraine reist. Jürgen Trittin war da auch ganz guter Dinge, dass das demnächst passiert. Guten Abend in Die Welt am Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und amt das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelensky Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butcher und Irpin, dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantol berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butcher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butcher, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butcher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen. Dazu seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butcher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporterkollege Paul Sonntag ist uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert, aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budzha wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt, sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist, man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft zieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Denn wir sind mitten im Krieg und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auch wo deshalb wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Und aus dem belagerten Stahlwerk Azovstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk, einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Charkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und Weltreporter Alfred Hackensberger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Ja, Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast, immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unterm Tag. Aber wir waren heute in Siversk, das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche, typische Feuerwerk, diese einzelnen Bomben für über eine Minute, die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das macht die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter, es sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschließt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Gradraketen und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Wie bewegt ihr euch fort? Wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Man handelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren, ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau. Und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und konnten es sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht, so wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne und da mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für diese Eindrücke nach Dozh Kivka und du und dein Kameramann. Ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensberger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kamatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG 31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter-Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die Deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die Deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten, aber die Deutsche Botschafterin Frau Feldenusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet, direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen, wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihnen gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein, wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA, es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa, aber die Deutschen wollten es nicht hören und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung und leider Gottes hat es sich bewahrheitet und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also den Diktator der Chinesen in der westlichen Welt und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also solche Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte, ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein. Denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studio, Carsten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm. Zum ersten Mal, muss man sagen. Lea Freist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige liest die Vorhaben der Regierung vor, die Queens Speech ohne die Queen. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, obgleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußballnationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins The Athletic einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er wechselt ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Premier League Verein verlassen werde. So, und noch ein weiterer Wechsel ist jetzt bestätigt. Nach wochenlangem Theater steht fest, dass Erling Haaland den BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereine bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 75 Millionen Euro betragen, denn der 21-Jährige hatte beim BVB eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach dem Ersatz scheint der BVB auch schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. Und wir blicken aufs Börsenpaket. Die Börse im Überblick von Franziska Schimpke. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte März gerutscht. An diesem Dienstag hat man einen klassischen Turnaround-Tuesday aufs Parkett gelegt. Im Tageshoch der DAX sogar über den 13.700 Punkten. Allerdings eine erneut schwächelnde Wall Street, die drückt auf die Stimmung, kostet dem DAX ein bisschen Kraft. Trotzdem kann er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel gehen. 13.535 der Schlussstand in Frankfurt. Größter Gewinner das Papier von Bayer. Da gab es Zahlen, die werden von Seiten der Experten als sehr stark eingestuft. Und letztlich hat sich dieses Bild auch bei den Anlegern durchgesetzt. Über 5 Prozent fester geht die Aktie aus dem Handel. Die Deutsche Post Henkel oder aber auch Siemens gefragt. Auf der Verliererseite hingegen das Papier der Porsche Holding. Den Gewinn hat man verdoppelt. Es gab aber weiter keine Details zu einem Börsengang von Porsche. Die Aktie am Ende 3 Prozent im Minus. Fresenius nach einem negativen Analystenkommentar schwächer. Aber auch HelloFresh und Kia gehen im roten Bereich. Das berühmte Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Der stolze Kaufpreis beträgt umgerechnet 185 Millionen Euro. Damit ist das Werk der teuerste Warhol, der jemals versteigert wurde. Der Pop-Up-Künstler schuf das bemalte Foto des Hollywood-Stars 1964. Der Siebdruck ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte. Guten Abend in die Welt am Abend. Guten Abend. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Ja, nach den diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine dankte Selenskien und der Bundesrepublik für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo das Massaker und das heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold fasst diesen Baerbock-Besuchstag in Kiew zusammen. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und damit schauen wir nach Kiew direkt vor die deutsche Botschaft, also in Kiew, die hier heute wieder in Minimalbesetzung eröffnet worden ist. Max Hermes ist für uns dort und Max, du hast den ganzen Tag über Außenministerin Baerbock beobachtet und natürlich auch begleitet. Dein Eindruck? Ja, die Bundesaußenministerin hat sich hier ein Bild der Lage gemacht und sie hat es selbst ein bisschen so beschrieben. Eine trügerische Ruhe, die ja man hier feststellt in Kiew. Wenn man hier auf die Straße geht, da sieht man Menschen, die sich hier ein Eis kaufen, die hier essen gehen. Alles wirkt hier sehr, sehr friedlich. Der Krieg wirkt hier sehr weit weg. Deshalb hat sie auch schon so ein bisschen darüber geflaxt. Eigentlich könnte man die Botschaft ja schon wieder mit vollem Personal eröffnen. Aber natürlich ist der Krieg hier weiterhin im Land vor Ort. Und das hat man auch ganz deutlich eben dort gesehen, wo die Bundesaußenministerin gewesen ist. Nämlich in Butscha, Irpin. Da hat sie sich nochmal ein Bild der Zerstörung machen können. Und insbesondere Butscha, das ist ja weltweit bekannt geworden durch die Massengräber dort. Da hat sie sich noch einmal die Bilder auch angeschaut von den Menschen, die dort auf der offenen Straße erschossen wurden. Und da war ihr ganz eindringlicher Appell, man möchte helfen. Wie möchte man helfen mit justiziabler Hilfe? Nämlich die Menschen zur Verantwortung ziehen, die dafür habhaft gemacht werden können. Also man möchte Ermittler schicken, die auch die Ukraine dabei unterstützen, dass die vielen Zivilprozesse, die jetzt gegen mögliche Kriegsverbrecher hier geführt wurden, dass die auch wirklich alle vollstreckt werden, damit jeder seine gerechte Strafe bekommt, der hier Kriegsverbrechen begangen hat. Das war hier ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hat man natürlich gesprochen. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch einmal der mögliche EU-Beitritt der Ukraine ein Thema. Da hat Annalena Baerbock so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie selbst ein großer Fan des Ganzen natürlich ist. Möchte aber allerdings auch nicht, dass man dieses Verfahren jetzt überstürzt. Man muss sich da einmal vor Augen führen, was da alles dazu gehört. Und da geht es eben beispielsweise auch um die Außengrenzen eines Landes. Und wie möchte man über die Außengrenzen der Ukraine momentan jetzt etwas verhandeln können? Die Außengrenzen bestehen jetzt noch nicht einmal richtig, das ist Kriegsgebiet. Also all das hat sie ein bisschen dann eingedämpft und gesagt, man dürfe da keine Erwartungen schüren, die jetzt erst einmal nicht erfüllt werden können. Das Ganze könne viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern, bis da diese Beitrittsverhandlungen bis zum Ende geführt wurden. Ob sie dann letztlich erfolgreich werden oder nicht, das wird man dann auch sehen. Die weiteren Zugeständnisse, die sie gemacht hat, eben sie hat noch einmal betont, wie wichtig es jetzt gewesen ist, dass man jetzt eben die Leopardpanzer geliefert hat. Das hätte hier in der Ukraine auch einen großen, großen Beifall aus der Politik gefunden. Das hat sie auch von ihrem Amtskollegen Kuleba noch einmal gehört. Das wäre wichtig gewesen, dass Deutschland jetzt da Leoparden liefert. Und der Gesamteindruck, man möchte helfen vor allem, man hilft jetzt militärisch einerseits schon und man möchte vor allem auch bei der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen helfen. Max, danke für diese Einordnungen nach Kiew. Und damit blicken wir direkt weiter zu Achim Unser am Bundeskanzleramt zugeschaltet. Achim, eine große Mehrheit der Deutschen würde es befürworten, wenn auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen würde. Aber auf seiner Pressekonferenz heute hat er wieder eine Frage dazu unbeantwortet gelassen. Ja, da hat sich zumindest eines geändert. Vor einiger Zeit war es noch so, dass sie ja die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, er soll nicht reisen. Da stand aber eben auch noch diese Steinmeier-Ausladung im Raum. Die ist ja jetzt mehr oder weniger ausgeräumt worden durch dieses Telefonat von Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten. Annalena Baerbock ist heute nun auch als erstes Regierungsmitglied dann in die Ukraine gereist. Und jetzt sehen wir es, okay, jetzt haben wir eine Mehrheit dafür, dass Olaf Scholz dann auch reist. Aber er hat es eben nicht beantwortet, diese Frage, weil er ist dann natürlich in einer Position des Getriebenen mittlerweile. Immer wieder Fragen, dann der Druck von der Opposition, dann auch die Vorwürfe von ukrainischer Seite, dass er eben nicht kommt oder wo er denn bliebe. Man kann das vielleicht mehr so formulieren. Und Olaf Scholz mag das natürlich nicht, in dieser Rolle zu sein des Getriebenen. Und verweigert sich dem bislang. Jetzt muss man einfach mal abwarten. Irgendwann wird er vermutlich dann tatsächlich reisen. Ich denke, es könnte sein, dass das tatsächlich noch diesen Monat passiert, weil Ende des Monats ist ja ein großer EU-Gipfel dazu zu dem Thema. Und ich denke, da wird er sich nicht vorwerfen lassen, dass er sich noch kein Bild von der Lage in der Ukraine gemacht hat. Achim, vielen Dank dir vor das Kanzleramt. Die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen also unverändert weiter. Die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun ja vor allem weiterhin auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die hochmodernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben davon. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Ankaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert, die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Schönen guten Abend, Frau Barley. Guten Abend. Guten Abend. Frau Barley, die Ukraine treibt ja den EU-Beitritt voran. Präsident Zelensky will schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erreichen. Seine Regierung hat ja sogar den Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag bereits fertig übergeben. Was spricht denn für einen möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine Ihrer Meinung nach? Dieser EU-Beitritt oder das Verfahren dazu ist ja im Moment vor allen Dingen ein symbolischer Akt. Also wir wollen ganz klar festhalten und auch der Ukraine zeigen, dass sie zu Europa gehört und dass sie ihren Platz in unserer Gemeinschaft hat. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Aufnahme dann nochmal sehr klare Kriterien erfüllen muss und davon ist die Ukraine noch eine ganze Weile entfernt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat ja heute nochmal klar gesagt, die EU soll von ihrer Paragrafenreiterei runterkommen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Ist sie da vielleicht ein bisschen schnell gewesen? Denn der französische Präsident und auch der Bundeskanzler, die halten sich da ja noch ein bisschen bedeckt. Ja, also ich finde das eine ziemlich gewagte und wenig nachvollziehbare Äußerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir ein Land in die Europäische Union aufnehmen, dann ist es da, ja, also und zwar hoffentlich für immer. Und wir haben jetzt schon einige Mitgliedstaaten, mit denen wir große Probleme haben. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob die Europäische Union im jetzigen Status überhaupt aufnahmefähig ist. Und wenn wir ein Land aufnehmen, dann muss es klare Kriterien erfüllen und zwar im politischen Bereich, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im wirtschaftlichen Bereich. Es muss mithalten können in der Europäischen Union und dann muss es den sogenannten AKI erfüllen. Also es muss in der Rechtsetzung vergleichbare Regeln haben mit der Europäischen Union. Das ist ein Prozess. Selbst Finnland, was uns sehr ähnlich schon war vor dem Beitritt, hat dafür vier Jahre gebraucht. Was kann denn, Frau Barley, das EU-Parlament unternehmen, um zur Unterstützung der Ukraine beizutragen, sowohl was den EU-Beitritt angeht, aber eben auch das geplante Öl-Embargo gegen Russland zu beschleunigen? Das Europäische Parlament hat sehr klare Positionen bezogen. Das bezieht sich auf den Krieg selbst, auf die Aggressorolle Russlands, auf die Sanktionen, auf das, was man tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Natürlich müssen wir ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, wir müssen ihnen die Waffen zur Verfügung stellen und wir müssen Russland sanktionieren, so gut das eben geht. Dazu gehört auch ein Öl-Embargo. Dieses Öl-Embargo gehört dazu, sagen Sie, Frau Barley, aber auf der anderen Seite haben wir Ungarn und bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass die Ungarn das Budapest also auch mitzieht. Es gibt in der EU das Veto-Rett. Das heißt, alles muss einstimmig beschlossen werden. Also muss die EU sich da nicht auch reformieren? Muss das Parlament da nicht Druck auf die Kommission und vor allem die Staats- und Regierungschefs ausüben? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hier alles einstimmig beschlossen werden muss. Das stimmt nicht. Es sind nur, fast alles wird mit Mehrheit beschlossen. Es sind ganz wenige Entscheidungen, die mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen. Aber dazu gehört eben alles, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Steuern gehören dazu und auch die Energie. Immer dann, wenn die Europäische Union nicht originär zuständig ist. Viktor Orban blockiert. Orban ist ein Freund Putins. Wir haben diese Entwicklung, dass er eigentlich ein Stellvertreter Russlands am EU-Tisch ist, schon lange kommen sehen. Wir haben lange die Kommission davor gewarnt, dass sie nichts dagegen tut. Jetzt ist es so. Jetzt ist er da. Jetzt vertritt er die Position Russlands. Man muss allerdings sagen, an dem Punkt Öl-Embargo ist er nicht allein. Auch die Slowakei und andere Länder haben große Probleme, weil sie eben viel, viel abhängiger sind von russischer Energie als wir sogar. Frau Walli, heute ist ja die Außenministerin Deutschlands in der Ukraine, Annalena Baerbock. Welche deutschen und europäischen Spitzenpolitiker sollten Ihrer Ansicht nach denn dort ebenfalls so bald wie möglich hinreisen? Vielleicht liegt das daran, dass ich das Ganze hier mit etwas Entfernung betrachte aus Brüssel. Ich finde diese Diskussion seltsam. Es ist sicherlich nicht das, was am Ende der Ukraine hilft, wenn jetzt möglichst viele Leute dorthin reisen und möglichst schnell. Das sind auch symbolische Gesten. Das ist gut, das soll man tun. Aber daran hängt nun wirklich gar nichts. Viel wichtiger ist eine effektive Hilfe sowohl der Europäischen Union als auch Deutschlands. Und beides tun wir. Das ist der entscheidende Faktor. Und das bedeutet also auch, wie kann man der Ukraine denn weiterhin jetzt helfen? Nicht nur durch die Waffenlieferungen, die ja extrem wichtig sind, aber wir haben ja heute auch gehört, dass alleine dort in der Ukraine Getreide für 8 Milliarden Euro festsitzt. Also muss man da nicht auch Wege finden unter dem europäischen Aspekt, dass man genau diese wichtigen Getreidelieferungen irgendwie rausbekommt? Das wäre natürlich ein wichtiges Ziel, sowohl für die Ukraine als auch für die Menschen, die auf diese Getreidelieferungen dringend angewiesen sind. Vor allen Dingen in Afrika sehen wir jetzt schon eine sich rasant ausbreitende Hungersnot. Natürlich ist das praktisch nicht einfach. Wir wissen, dass die Bahnstrecken zum Teil zerstört sind. Und über die Schiffe, wie normalerweise das Getreide außer Landes gebracht wird, geht im Moment gar nichts, weil die Schwarzenmeerküste ja nun ein Kriegsschauplatz ist. Und auf dem sonstigen Landweg können Sie sich vorstellen, solche große Mengen mit LKWs zu transportieren, ist auch nicht so einfach. Also da tut man, was man kann, aber das wird ohne eine Vereinbarung mit Russland, das über Schiffe zu erlauben, nicht möglich sein. Und die sehe ich im Moment nicht kommen. Katharina Bali, ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend nach Brüssel. Ihnen auch. Dankeschön. Ja, da brauchen wir jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schauen. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist bei uns im Studio. Guido, gib uns mal ein Update zum aktuellen Frontverlauf. Ja, ein Vertreter der US-Regierung hat den bisherigen Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass als blutarm bezeichnet. Das ist natürlich schon ein interessanter Ausdruck, wenn man sieht, welch blutige Kämpfe dort im Donbass stattfinden. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen, haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden. Und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter-Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung, denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Also eine Hightech-Waffe, die man da jetzt wieder eingesetzt hat in Odessa, aber man muss sagen, taktisch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch andere Systeme einsetzen können. Also auch große Symbolwirkung, um zu zeigen, ihr greift uns an und sorgt dafür, dass wir herbe Niederlagen dort haben mit unserer Schwarzmeerflotte. Wir haben moderne Waffen und zeigen euch, was wir können. Guido, danke für deine Ausführungen. Aber Christina und ich weisen dich nochmal darauf hin, du hast es heute so plastisch für uns alles gezeigt, du räumst das Studio nachher noch auf. Und ich hole den Besen persönlich. Danke, Guido. Guido, danke dir. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtparks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er füllte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, wie unser Kollege Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also solche Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechtsmotiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Nach dem wochenlangen Wechseltheater steht nun endgültig fest, dass Erling Haaland, den die BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereinigten bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen. Der 21-Jährige hatte nämlich eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach Ersatz scheint der BVB schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. So viel also zum Thema Fußball, Carsten. Und wir müssen noch diskutieren, Eröffnungsspiel, ja, WM in München oder Finalspiel in Berlin. Schauen wir es beides an. Es ist das große Turnier, die Europameisterschaft 2024. Und du als Münchnerin, ich als Berlin, wir sind natürlich froh, die beiden schönsten Stadionen in der Republik, oder? Absolut, ich freue mich drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da, machen eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie also bei uns. Schauen wir natürlich jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock ist dort und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die Grünpolitikerin wurde auch von Präsident Zelensky empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte er Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sicher einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plant heute berichtet. Gleich zu Beginn ihres nicht ungefährlichen Besuchs kommt Annalena Baerbock nach Butscher, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwältin sammelt seit dem Abzug der Russen Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock schaut sich in der Kirche von Butscher die schrecklichen Fotos an. Von Massengräbern und Leichen, die gefesselt am Straßenrand liegen. Sie verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen verkündet Baerbock, sie hat nicht nur Worte mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Paul Sonntag ist uns jetzt direkt aus Kiew zugeschaltet. Paul, wir haben es also gehört, Annalena Baerbock trifft Präsidenten Zelensky. Was wird denn erwartet von diesem Gespräch? Offenbar hat sie ihn auch schon getroffen. Es sei ein offenes, konstruktives Gespräch gewesen. Man muss dazu sagen, jeder Termin der Außenministerin heute war nur ganz kurzfristig vorher angekündigt worden. Unter strenger Geheimhaltung auch vorher. Da ist nicht viel nach außen gedrungen. Ich würde sagen, allein dieses Symbol, das Zelensky jetzt auch tatsächlich die Außenministerin schon empfangen hat und nicht noch auf den Kanzler wartet, kann man als positives Zeichen werten und vielleicht auch gewissermaßen als Zeichen dahingehend, dass sich die Verhältnisse doch wieder normalisiert haben. Das hat man heute beim Treffen mit dem Außenminister Kuleba auch schon gemerkt. Das war demonstrative Freundschaft, die man da wirklich dargestellt hat. Man hat sich geduzt, man hat sich immer wieder Freundinnen und Freund genannt, immer wieder aufeinander Bezug genommen. Also da war eine deutliche Veränderung, zumindest was die Stimmung anging, dann zu merken. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch gemerkt hat. Annalena Baerbock hat sich doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, gerade wenn es um die Frage des möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Da haben wir ganz andere Töne von ihr gehört, als beispielsweise von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der das doch etwas auf die lange Bank schieben wollte. Ein kleines Hintertürchen hat sie sich noch aufgelassen, indem sie gesagt hat, naja, diese Beitrittsverhandlungen, die dauern gewöhnlicherweise sehr, sehr lange und man müsse da vielleicht eine Reform anstreben. Das an sich dauert aber natürlich auch wieder. Also insofern trotzdem aber das Signal klar gewesen, dass sie das eigentlich befürworten würde. Man hat den Eindruck, jetzt ist die Basis geschaffen, um möglicherweise eben in eine andere Zusammenarbeit, in eine andere Unterstützung in Zukunft dann überzuführen. Sie hat ja sogar davon gesprochen, Paul, dass die EU-Paragrafenreiterei im Fall Ukraine jetzt nun ein Ende haben muss. Aber wir haben es ja auch gesehen, sie hat mehrere Termine gehabt. Sie war in Butcher, sie war in Irpin. Was bleibt von diesem Besuch? Hat sie vielleicht auch die Tür geöffnet für Kanzler Scholz, dass er der Nächste sein könnte oder aber auch der Bundespräsident? Ja, das zeigt auch einmal mehr, wie leicht sich Reporter auch in der Einschätzung irren können. Ich dachte eigentlich immer, dass das genau der Sinn und Zweck dieses Termins ist, dass man sich auf Außenminister-Ebene trifft, so wie das üblich ist. Und am Ende dann, wenn eben die Stimmungen passen, wenn eben die gegenseitigen Ankündigungen und Unterstützungen passen, dass man dann eben das große Treffen zwischen Scholz und Selensky einfach vorbereitet. Jetzt hat man dem vorgegriffen. Aber zumindest dahingehend ist das ein Erfolg für Annalena Baerbock, wenn sie dann wirklich tatsächlich auch von Selensky schon empfangen wurde, auch wenn da nichts Substantielles tatsächlich dabei rumkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn da noch nichts angekündigt ist und noch nichts klar ist, dass das gewissermaßen den Weg freigemacht hat und dann auch hier am Ende Kanzler Scholz zu empfangen oder möglicherweise eben dann irgendwann auch mal den Bundespräsidenten Steinmeier. Paul, danke für den Moment und deine Einordnungen nach Kiew. Die Kämpfe gehen unterdessen in der Ukraine unverändert weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfe über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk Harren aus. Angeblich sollen sich noch mindestens 100 Zivilisten in den Ruinen befinden. Also der Krieg geht unvermindert weiter. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist nun bei uns im Studio. Guido, bring uns mal auf den neuesten Stand, wie der aktuelle Frontverlauf aussieht. Ja, vielleicht erst einmal ein Mitglied der US-Regierung hat die Erfolge der Russen im Donbass als blutarm bezeichnet. Soll wahrscheinlich bedeuten, dass es da nicht wirklich vorangeht, aber trotzdem ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen missverstanden werden kann. Vor allem, wenn man sieht, wie blutig die Gefechte dort geführt werden zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Popasna, Kramatorsk, Charki, Fluhans, da toben wirklich schwere Gefechte. Dort gibt es immer wieder Artillerieangriffe der russischen Streitkräfte und dort versuchen sie weiterhin, Geländegewinne zu erzielen. Aber das geht sehr, sehr langsam voran und die Ukrainer verteidigen da sehr effektiv. Gucken wir auf Mariupol. In den letzten 24 Stunden 34 Luftangriffe alleine, unter anderem mit strategischen Bombern, die dort Bomben abgeworfen haben. Aber auch Schiffsartillerie ist eingesetzt worden, um Mariupol zu beschießen. Und dann gehen wir auf Odessa. Oder dort die Angriffe unter anderem mit drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal mit herkömmlichen Sprengköpfen. Denn diese Raketen können auch Nuklearsprengköpfe befördern. Und ganz interessant, groß taktisch ist das eigentlich nicht zu begründen. Dafür sind diese Hightech-Waffen eigentlich viel zu teuer und viel zu aufwendig. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer sehr geschickt in den letzten Tagen dort Nadelstiche gesetzt haben gegen die Schwarzmeerflotte der Russen und auch auf die Schlangeninsel. Wir sehen hier mal ein paar Bilder, wo man mit Drohnen, mit Kampfdrohnen aus türkischer Produktion, der sogenannten Bayraktar, die russischen Truppen auf der Schlangeninsel angegriffen hat. Und auch immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen hat und zerstören konnte. Und das sind große Erfolge, weil man natürlich ein wenig dafür sorgt, dass die Schwarzmeerflotte nicht zu dicht an die Küste herangelangt und man damit verhindert, dass es möglicherweise zu einer amphibischen Landungsaktion der Russen kommt. Keto, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, diese Hyperschallrakete, die die Russen eingesetzt haben. Was macht diese Waffe denn so besonders? Ja, dass sie so gut wie nicht verteidigt werden kann. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und zu dieser hohen Geschwindigkeit kommt, dass sie lenkbar ist. Wir können uns mal Bilder angucken von der Kindschall. Das Trägerflugzeug sehen wir hier ist eine MiG-31. Es kann aber durchaus auch von einem taktischen Bomber transportiert werden. Die Rakete wird praktisch im Flug gestartet und fällt erstmal ein bisschen und dann erst zünden die Feststofftriebwerke und katapultieren die Rakete dann bis auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer. Und dann wird die Rakete praktisch in einer semi-ballistischen Flugbahn, das kann man hier mal ein bisschen so sehen, nach oben befördert und dann die Erdanziehung sorgt dafür, dass die Rakete wieder nach unten Richtung Erde transportiert wird. 4000 Kilo Gewicht, 500 Kilogramm Sprengkopf, also eine Menge Splittersprengkopf, wenn sie denn einschlägt. Große Zerstörung, das haben wir jetzt auch in Odessa gesehen und mehr als 12.000 Stundenkilometern, das ist das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit, also extrem hoch. Und die ist schon gefürchtet, weil es momentan eigentlich keine richtige Waffe dagegen gibt. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach mehr symbolisch eingesetzt in Odessa, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr uns mit solchen Nadelstichen bekämpft, dann setzen wir unsere Hightech-Waffen ein. Und ganz interessant vielleicht noch, dadurch, dass die Rakete außerhalb der Erdatmosphäre beschleunigt wird und dann wieder auf die Erde niederfällt, ist sie speziell beschichtet. Denn ansonsten würde diese hohe Kompressionswärme dafür sorgen, dass sie praktisch verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Also eine sehr effektive Waffe, aber taktisch gesehen hätte man das jetzt nicht nutzen müssen, um Odessa zu bombardieren. Guido Schmidtke, diesmal mit Anschauungsmaterial bei uns im Studio. Vielen Dank dafür. Ich habe vergessen, aufzuräumen, du, ja? Und auch im Süden der Ukraine stockt ja der Vormarsch der Russen, wie Guido uns ihm gezeigt hat. Kyliri, das ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wie auch Saporizhia. Sie galten ja schon als die nächsten potenziellen Ziele von Wladimir Putin. Und von einer schnellen Eroberung kann aber längst keine Rede mehr sein. Und von der Grenze zur russisch besetzten Region Kherson berichtet unser Kollege Michael Wöhlenweber. Das ist eine Kriegshochzeit. Pavlo und Inna haben beschlossen, überstürzt zu heiraten. Pavlo hat zwei Tage Fronturlaub bekommen. Gäste sind nicht gelaufen. Wir sind im Süden der Ukraine, in Krivirik. Schnelles Ja-Wort, Ringe tauschen. Überglücklich trägt Pavlo seine Braut über die Schwelle. Zumindest für ein paar glückliche Momente wird versucht, den Krieg zu vergessen. Ja, wie soll ich es sagen? Wir wollten ohnehin heiraten. Aber wegen des Krieges haben wir uns entschlossen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, versucht Pavlo, schneidig zu erklären. Die Braut frage ich, ob sie denn keine Angst um ihren Mann habe. Die Gefahr lacht Inna weg. Nein, wir werden groß feiern mit der Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Am Tag darauf muss Pavlo wieder in den Krieg. Wir fahren im schon gewohnten Slalom nach Seljynodolsk. Frontstadt. Ab und zu hören wir von weiten Detonationen. Es war mal mehr, heißt es. Die wenigen Menschen, die noch hier sind, scheinen sich daran zu gewöhnen. Hier habe ich keine Angst. Ich hatte Angst vor den Russen in meinem Dorf. Das ist nicht weit von hier. Mein Leben hat sich nicht viel geändert. Ich bin überzeugt, unsere Armee wird die Stadt verteidigen. Die Region gehört im Süden zu den meist Beschossenen. Aber die Russen kommen nicht mehr richtig voran, freut sich dieser Offizier, der uns erklärt, wo die Front sich schlängelt. Die Russen sind im nächsten Dorf, keine 10 Kilometer entfernt. Die Front hier ist rund 100 Kilometer lang. Viele Menschen haben sich mit dem Fahrrad nach Seljynodolsk gerettet, sind einfach durch die Front geradelt. Und 400 Drahtesel stapeln sich inzwischen hier mit weißen Bändern am Lenkrad. Die sollten bei der Flucht vor Beschuss aus dem Hinterhall schützen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, hofft Evgeny, werden die Besitzer sie abholen. Nach dem Sieg. Und bei uns im Studio begrüßen wir Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Es ist guten Abend, Herr Roth. Schönen Abend, Herr Roth. Danke für die Einladung. Sie kommen ja direkt aus der Fraktionssitzung im Prinzip. Heute ist Annalena Baerbock als erstes Kabinettsmitglied in Kiew zu Besuch. Wie ist denn so die Stimmung in der Fraktion? Wollen Sie, sie hat den richtigen Ton dort getroffen? Das ist ein weiteres wichtiges Signal der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine in dramatischen Zeiten. Am vergangenen Sonntag war die Bundestagspräsidentin in Kiew und hat dort hochrangige Gespräche geführt. Das hat auch nochmal ein ganz wichtiges Signal ausgesendet, auch seitens des Parlaments. Denn wir haben im Deutschen Bundestag vor anderthalb Wochen einen wegweisenden Beschluss getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und dieser Beschluss ist mit breiter Mehrheit getroffen worden, auch mit großen Teilen der Opposition von CDU und CSU. Das ist gut und dafür sind wir auch dankbar. Und heute nochmal die Eröffnung unserer Botschaft in Kiew. Auch das ist nochmal ein wichtiges Zeichen unserer Präsenz, auch in Kriegszeiten. Und wir schließen damit an, an das, was auch andere europäische Staaten und andere Partner in der Welt schon getan haben, ihre Botschaften gerade jetzt wieder zu eröffnen. Aber wir sprechen von einer Minimalbesetzung und andere Partner aus Europa und auch die Vereinigten Staaten haben das bereits vor Wochen getan. Kommt das nicht ein bisschen zu spät? Das ist sehr abhängig von der Sicherheitslage. Das ist sehr abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Ich glaube nicht, dass da jetzt die Tage zählen. Ich finde es aber gut, dass die Außenministerin persönlich hingefahren ist, um diese Botschaft zu eröffnen. Machen wir uns nichts vor. Das ist nach wie vor noch lebensgefährlich. Und ich finde, dass auch wir Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung stehen, gegenüber unseren Diplomatinnen und Diplomaten verantwortbare Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt ein Signal, das hoffentlich auch ausstrahlt über die Ukraine hinaus. Und deswegen ist das heute sicherlich eine wichtige und eine notwendige Reise gewesen. Herr Roth, Sie waren ja selber dort. Jetzt ist heute Annalena Baerbock da. Sie sprechen ja von einem Signal, das eben in die Welt hinaus strahlt. Müsste nicht auch der deutsche Bundeskanzler, müsste nicht auch Olaf Scholz dorthin fahren? Also erst mal bin ich froh, dass die Diskussionen zwischen der Ukraine und der Bundesregierung beendet sind. Da hat es ein gutes, klärendes Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten Zelensky gegeben. Und damit ist auch dieser Stein aus dem Weg geräumt. Mich nervt an der Diskussion eigentlich nur eines. Es ist eine sehr persönliche Geste. Und ich finde, dass es nicht hilfreich ist, wenn fortwährend auch Druck von außen ausgeübt wird. Ich möchte jetzt nichts miteinander vergleichen, was man nicht vergleichen sollte. Und ich möchte es erst recht nicht gleichsetzen. Aber stellen wir uns mal einen Moment vor. Willy Brandt wäre damals wochenlang aufgefordert worden, nach Warschau zu fahren und auf die Knie zu gehen. Und ich glaube, so eine Geste, die muss ohne Druck aus freier Entscheidung heraus geschehen. Und deswegen respektiere ich die Entscheidung des Bundeskanzlers, bin mir aber ziemlich sicher, dass auch weitere Mitglieder der Bundesregierung vielleicht sogar in Wälde der Bundespräsident reisen werden. Es wird noch genügend Anlässe geben, weil ich befürchte, auch nach der furchtbaren Rede von Putin gestern anlässlich des Ende des Zweiten Weltkrieges, wir noch mit einem etwas längeren Verlauf dieses Krieges werden rechnen müssen. Und das heißt, wir müssen weiter unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg übersteht als freies, souveränes, demokratisches Land. Das ist das eine. Das andere ist, hat Annalena Berberk heute ganz klar gemacht, die EU soll ihre Paragrafenreiterei lassen und die Ukraine ist Teil Europas und muss schnellstens in die EU aufgenommen werden. Mit einer Aussicht auf einen Kandidaten, dass man jetzt wird. Man hat ja auch den Antrag jetzt eingereicht. Wie sehen Sie das? Hat sich tatsächlich von Olaf Scholz diesen Auftrag bekommen? Weil Scholz und Macron halten sich ja genau in dieser Frage der Mitgliedschaft noch zurück. Also ich bin für einen Kandidatenstatus für die Ukraine. Wir haben den Staaten des östlichen Europas, die unsere Werte teilen wollen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu lange die kalte Schulter gezeigt. Und es ist jetzt überfällig und es wäre ein mutmachendes Zeichen für diese geplagte Bevölkerung, die massiv unter den Folgen dieses grauenhaften Krieges leidet. Wenn wir jetzt sagen, ihr gehört zu uns, das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Es gibt ja kein Schnellverfahren. Auch das lehne ich ab. Aber jetzt ein Signal zu setzen in diesen entscheidenden Wochen und Monaten für die Ukraine, setzt vielleicht auch nochmal Kräfte frei in der Ukraine, die sie dringend braucht, um sich gegenüber dem russischen Aggressor zu wehren. Aber Frankreichs Präsident Macron hat ja gesagt, er stellt sich eben so eine europäische politische Gemeinschaft vor, der nicht nur die EU angehört, sondern auch Beitrittskandidaten wie Bosnien, wie eben auch dann die Ukraine. Würde damit die EU nicht absolut obsolet? Also ich finde es erstmal gut, dass man Kandidatenländern schon auf dem langen Weg in Richtung EU ein Angebot unterbreitet, mit der Europäischen Union enger zusammenzuarbeiten. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Was aber nicht geht, ist, dass das ein Ersatz ist für eine vollständige EU-Mitgliedschaft. Also eine engere Zusammenarbeit während dieses Weges, finde ich richtig. Und deswegen sollten wir diesen Vorschlag von Präsident Macron auch prüfen. Aber es darf nicht der Ersatz sein, denn den Staaten des westlichen Balkans, den Staaten haben wir seit 2003 eine EU-Perspektive eröffnet. Es ist viel geleistet worden. Deswegen müssen wir auch dort unsere Versprechungen erfüllen, insbesondere gegenüber Nordmazedonien und Albanien, aber auch gegenüber dem Kosovo, was die Visa-Liberalisierung anbelangt. Und die Ukraine möchte gar nicht irgendwie so Mitglied eines lockeren Teams werden, sondern sie will Mitglied der EU werden. Und wenn sie die Bedingungen erfüllt, und dabei sollten wir sie nach Kräften unterstützen, hat sie es auch verdient, vollständiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und dass das Zeit braucht, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite haben wir dieses EU-Öl-Embargo gegen Russland. Was kommen soll? Und da hat Annalena Baerbock heute auch nochmal sich nicht klar geäußert. Und die Ukraine hat es ja nochmal gefordert. Aber in diesen Punkten, eigentlich steht der Westen geschlossen. Die EU, die NATO, hinter diesem Aggressionskrieg gegen Russland, hat bereits fünf Sanktionspakete beschlossen. Aber warum dauert es so lange mit dem Sechsten? Warum spricht die EU da nicht mit einer Stimme? Vor allen Dingen, ist da dieses Vetorecht, was Ungarn hat, wirklich das große Problem? Muss sich da die EU ändern in der Zukunft? Natürlich muss sie sich ändern. Sie muss entscheidungsfähiger werden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja weitreichende Sanktionspakete beschlossen, die nicht nur sehr, sehr schmerzhaft Russland sind, sondern die auch uns einiges abverlangen. Und trotzdem haben wir in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, inzwischen fünf Pakete auf den Weg gebracht. Und ja, es wurde ja immer wieder fälschlicherweise behauptet, Deutschland stünde auf der Bremse. Jetzt erleben wir, dass Ungarn partout nicht will. Und da muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber ich bin auch Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er jetzt auch mit dem Team G7 verabredet hat, dass auch alle G7-Staaten dem amerikanischen Beispiel folgen und sich dem Öl-Embargo anschließen werden. Das heißt, sie werden die Öllieferungen aus Russland stoppen. Das ist gut. Michael Roth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. So, Christina, wir sind mit einer Einmeldung aus der Welt des Sportes eingestiegen. Jetzt haben wir schon wieder eine Einmeldung. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt verkaufst. Naja, also als Münchnerin, als Berliner. Also als Berliner bin ich natürlich sehr stolz. Berlin wird nämlich Gastgeber des Finales der EM 2024 in Berlin werden. Ich sage, wir haben das schönste Stadion in Deutschland. Aber naja, du als Münchnerin, du als Münchnerin. Und das Öffnungsspiel, was er jetzt vergessen wollte fast, das vergab das Exzeltivkomitee der Europäischen Fußballunion UEFA am Dienstag nämlich nach München. Also komm, ist doch okay. Die schöne bayerische Landeshauptstadt. Genau. Ist okay. Du kriegst eins, ich kriegst eins. Es sind ja noch mehr Spieler, aber finde ich schon okay. München als Öffnungsspiel. Und wir sollten beide Urlaub einreichen, ne? Um das Öffnungsspiel zu nehmen. Ist nicht. Wir werden hier sitzen und moderieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie ja zeitweise geschlossen werden. Und ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag. Das entschieden die Karlsruher Richter. Geklagt hatte eine Restaurantbetreiberin aus Berlin. Erstmals seit mehr als 60 Jahren, da war sie das letzte Mal schwanger. Nämlich fehlte Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung in London. Und stattdessen hielt der Thronfolger, der älteste Sohn der Königin, Prinz Charles, die Regierungserklärung. Mit der prunkvollen Zeremonie wird ja traditionell eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Zuvor hatte der Buckingham Palace mitgeteilt, dass die 96-Jährige wegen eingeschränkter Beweglichkeit auf diese Rede verzichten will. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtparks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er führte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grüngewirbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger nun gefasst worden. Seit Februar müssen sich ja bereits sechs Verdächtige wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Am Ende des Prozesses konnte jetzt ein 22-Jähriger festgenommen werden. Er soll das grüne Gewäbe im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Bei dem Raub wurden 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Der Raub geht vermutlich auf das Konto von Mitgliedern der kriminellen libanesischen Großfamilie Remmo. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch der Kiewer Vororte Butschau und Irpin erschüttert von den dort begangenen Kriegsverbrechen gezeigt. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, so die grüne Politikerin. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba erklärte sie, Deutschland werde künftig komplett ohne Energie aus Russland auskommen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist ist. Ja, und das lassen wir natürlich einordnen von unserem politischen Korrespondenten Achim Unser. Er ist für uns vor dem Kanzleramt. Achim, man kann es ja so sagen, Außenministerin Baerbock nun in Kiew, aber vom Kanzler geschickt. Hat sie ihren Auftrag erfüllt? Ich würde schon mal sagen, ja, sie hat ja vor allem eben sich auch ein Bild von der Lage vor Ort machen wollen, um eben auch dann dieses Bild an den Kanzler weiterzugeben. Das war bestimmt eine der Aufgabenstellungen. Das andere war natürlich auch, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und sie ist ja auch hingegangen, um den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen bei der Aufklärung jener Taten in Butschau. Ja, das hat sie ja explizit auch noch mal gesagt. Also das waren schon mal so die drei Aufgabenstellungen, die sie hatte. Und ich habe darüber über diese Reise mit Jürgen Trittin gesprochen, dem Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss, und habe ihn noch mal dazu befragt, was er sich von der Reise von Annalena Baerbock erhofft. Ich glaube, von dieser Reise geht ein klares Signal aus. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest an der Seite der angegriffenen Ukrainer. Und wir wollen unseren Kurs der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Sie hat ja auch gesagt, bei der Reise ist es auch hier, um den Internationalen Strafgerichtshof sozusagen ihn zu unterstützen, weil eben diese Taten in Butschau zum Beispiel nicht ungesünd bleiben dürfen. Es sind dort Taten begangen worden, die auch nach den internationalen Regeln und nach dem Weltstrafrechtsprinzip in Deutschland und anderswo strafbar sind. Es ist nötig, das aufzuklären, weil Straflosigkeit ist eine Ermunterung für künftige Täter. Frau Baerbock trifft da jetzt auch Herrn Selenskyj und der sagt ja immer, mit leeren Händen brauchen wir nicht kommen. Was bringt sie ihm denn mit? Ich glaube, sie bringt etwas mit, was, glaube ich, sehr viel wert ist. Nämlich das gemeinsame Willen fast aller demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Ukraine weiterhin nach den besten Möglichkeiten zu unterstützen. Jetzt war es ja so, dass die Regierung bei den Waffenlieferungen immer erst gesagt hat, Frau Baerbock war eine der Ersten, die gesagt hat, übrigens schwere Waffen werden auch gebraucht oder sollten wir liefen, die aber sich doch da zögerlich verhalten hat. Das wurde ja auch im Ausland, auch in der Ukraine beobachtet. War das wirklich eine zielführende Strategie, da immer so ein bisschen scheibchenweise da mit Neuerungen herauszukommen? Es geht nicht um scheibchenweise, sondern die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, der Bundeskanzler waren in dieser Frage immer völlig klar. Wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie, aber wir sorgen dafür, dass Deutschland und die NATO nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland reingezogen werden. Und das ist etwas, was man sorgfältig abwägen muss. Und ich glaube, es ist klug, dass wir das sorgfältig abgewogen haben. Das entspricht auch dem Bedürfnis vieler Menschen in diesem Lande. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die haben frühzeitige schwere Waffen geliefert, die auch schon dort sind. Unsere sind ja erst auf dem Weg. Es kommt hinzu, dass wir teilweise über das nicht verfügen, was gerne gewünscht worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne meinen europäischen Nachbarn zu nahe treten wollen, da sind auch viele Waffenlieferungen in der Presse angekündigt werden. Wenn ich mir die Gesamtbilanz angucke, stehen die Deutschen nicht so schlecht. Glauben Sie, dass die deutsche Presse und auch die Opposition zu kritisch in diesem Punkt mit der Regierung umgehen? Ich habe gar nicht zu beurteilen, wie die Presse sich an dieser Stelle verhält. Ich glaube aber, dass der Grundsatz, dass wir der Ukraine zur Seite stehen, aber jede Kriegsbeteiligung Deutschlands vermeiden werden, dass dieser Grundsatz von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung so getragen wird. Und das verbietet es, schlanke Erklärungen zu machen, weil man beispielsweise von einem Partygate ablenken will oder ähnlichen Dingen. Der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, wann er reist. Auch da ist es ähnlich, dass da der Druck groß auf ihn ist. Er wirkt teilweise ein bisschen wie ein Getriebener. Einerseits die Einladung von Herrn Zelensky, andererseits wieder auch die Opposition, die sagt, wann reisen Sie denn endlich, Herr Scholz? Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss er denn bald reisen? Das ist relativ ganz einfach. Wenn Herr Zelensky nicht unter Anstiftung der Bild-Zeitung Frank Steinmeier ausgeladen hätte, wäre Herr Scholz schon lange da gewesen. Heißt das, dass Herr Steinmeier zuerst reisen muss, dann kann Herr Scholz? Ich glaube, dass Herr Scholz und Herr Steinmeier sich darüber genau verständigen werden. Und mit der Korrektur der Position der Ukraine war ja auch erst die Reise von Frau Baerbock möglich. Genau. Jetzt ist es so, dass ja am Ende Mai dann ein EU-Gipfel zu dem Thema ist. Wäre das nicht, sage ich mal, der späteste Zeitpunkt, dass er dort, wenn er dort ankommt, dass er sagen kann, ja, ich war dort, habe mir ein Bild über die Lage gemacht? Ich gehe davon aus, dass wir so eine Reise sehen werden. Und wir werden sie sehen, wenn die Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind. Nochmal, es wäre klüger gewesen, wenn man den Bundespräsidenten nicht ausgeladen hätte. Dann hätten wir diese Diskussion. Und die ist aber nicht dem deutschen Bundeskanzler anzulasten, sondern die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der ukrainischen Seite. Gestern war der französische Staatspräsident zu Gast bei Olaf Scholz. Und da sprach Emmanuel Macron von einem neuen Gebilde, einem politischen europäischen Bündnis, in das dann auch die Ukraine eintreten könnte, wo man dann eben sozusagen auch Möglichkeit bei Sicherheit oder bei anderen, auf anderen Themenfeldern eng zusammenarbeitet. Natürlich vor dem Hintergrund, weil Emmanuel Macron auch gesagt hat, ein EU-Beitritt sei eben ein sehr langwieriges Projekt. Ist das die mögliche, sage ich mal, Ausweichlösung dieses Problems, dass die Ukraine ja eigentlich schnell in die EU will? Wir haben ein reales Problem. Die Ukraine war schon vor dem Krieg, den Russland da vom Zaun gebrochen hat, am 24. Februar, kaum wäre nicht in der Lage gewesen, der Europäischen Union beizutreten. Das ist ja nicht so, als wenn man einem Sportverein beitritt. Dann muss man beispielsweise die gesamte Wirtschaft entsprechend umbauen. Man muss wettbewerbsfähig sein, um am Binnenmarkt bestehen zu können. Deswegen ist der Hinweis von Emmanuel Macron richtig, dass ein solcher Beitrittsprozess eine Weile braucht. Ich bin auch sehr dafür, den beschleunigt und so schnell wie möglich zu führen. Aber er wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es gibt gleichzeitig das Erfordernis, wenn in einer politischen Beendigung der Feindseligkeiten, ich vermeide das Wort Waffenstillstand und das Wort Frieden sowieso, wenn dort ist, dass es dann auch Garantien geben muss für die Ukraine, dass sie nicht erneut wieder überfallen wird. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das steht nicht im Widerspruch zu einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union, sondern ist Bestandteil desselben. Also das heißt, Sie befürworten das, dass man an einem möglichen neuen Konstrukt da arbeitet? Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zeit, wo der Beitritt läuft, parallel dazu auch Maßnahmen finden, wie die Ukraine besser mit Europa verbunden werden kann. Ja, wir haben es gehört. Jürgen Trittin als Vertreter der Ampelkoalition ist der Meinung, dass vor allem diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier der Hinderungsgrund war, warum Olaf Scholz noch nicht die Ukraine bereist hat. Aber dieser Hinderungsgrund ist ja jetzt weg, ist ja ausgeräumt. Insofern können wir davon ausgehen, dass Olaf Scholz demnächst in die Ukraine reist. Jürgen Trittin war da auch ganz guter Dinge, dass das demnächst passiert. Guten Abend in die Welt am Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelenskyy Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin, dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen. Dazu seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporter-Kollege Paul Sonntag ist zu uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert. Aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budja wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt. Sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist. Man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft zieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Denn wir sind mitten im Krieg. Und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auch vor Dessa wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert. Mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Asovstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Ankaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und Weltreporter Alfred Hackensberger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Ja, Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast. Immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unterm Tag. Aber wir waren heute in Siversk. Das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche, typische Feuerwerk dieser einzelnen Bomben für über eine Minute, die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das machte die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert. Und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter. Es sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschließt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Radraketen. Und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Wie bewegt ihr euch fort? Wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist. Und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Hangelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren. Ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau, und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und konnten ja sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht, so wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne und dann mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für dieser Eindruck nach Dozhkivka und du und dein Kameramann. Ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensperger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern. Und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kamatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben. Unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen. Odessa, dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben. Unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien. Denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kingschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31. Und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden. Und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert. Und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm. Der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm. Also sehr, sehr schwer. Splittersprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern. Und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die deutsche Botschaft in Kiew wieder eröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten. Aber die deutsche Botschafterin Frau Feldenhusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen? Wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihnen gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein. Wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA, es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa, aber die Deutschen wollten es nicht hören und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung. Und leider Gottes hat es sich bewahrheitet und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also die Diktator der Chinesen in der westlichen Welt und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein. Denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studio, Carsten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm. Zum ersten Mal, muss man sagen. Lea freist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige ließ die Vorhaben der Regierung vor. Die Queen's Speech ohne die Queen. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, ob gleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußballnationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins The Athletic einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er wechselt ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Premier League Verein verlassen werde. So, und noch ein weiterer Wechsel ist jetzt bestätigt. Nach wochenlangem Theater steht fest, dass Erling Haaland den BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereine bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 75 Millionen Euro betragen werden. Der 21-Jährige hatte beim BVB eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach dem Ersatz scheint der BVB auch schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. Und wir blicken aufs Börsenpaket. Die Börse im Überblick von Franziska Schimpke. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte März gerutscht. An diesem Dienstag hat man einen klassischen Turnaround-Tuesday aufs Parkett gelegt. Im Tageshoch der DAX sogar über den 13.700 Punkten. Allerdings eine erneut schwächelnde Wall Street, die drückt auf die Stimmung, kostet dem DAX ein bisschen Kraft. Trotzdem kann er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel gehen. 13.535 der Schlussstand in Frankfurt. Größter Gewinner, das Papier von Bayer. Da gab es Zahlen, die werden von Seiten der Experten als sehr stark eingestuft. Und letztlich hat sich dieses Bild auch bei den Anlegern durchgesetzt. Über 5 Prozent fester geht die Aktie aus dem Handel. Die Deutsche Post Henkel oder aber auch Siemens gefragt. Auf der Verliererseite hingegen das Papier der Porsche Holding. Den Gewinn hat man verdoppelt. Es gab aber weiter keine Details zu einem Börsengang von Porsche. Die Aktie am Ende 3 Prozent im Minus. Fresenius nach einem negativen Analystenkommentar schwächer. Aber auch HelloFresh und Kia gehen im roten Bereich. Das berühmte Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Der stolze Kaufpreis beträgt umgerechnet 185 Millionen Euro. Damit ist das Werk der teuerste Warhol, der jemals versteigert wurde. Der Pop-Up-Künstler schuf das bemalte Foto des Hollywood-Stars 1964. Der Siebdruck ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte. Guten Abend in Die Welt am Abend. Guten Abend. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine dankte Selenskien und der Bundesrepublik für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo das Massaker und das heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold fasst diesen Baerbock-Besuchstag in Kiew zusammen. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und damit schauen wir nach Kiew direkt vor die deutsche Botschaft, also in Kiew, die hier heute wieder in Minimalbesetzung geöffnet worden ist. Max Hermes ist für uns dort und Max, du hast den ganzen Tag über Außenministerin Baerbock beobachtet und natürlich auch begleitet. Dein Eindruck? Ja, die Bundesaußenministerin hat sich hier ein Bild der Lage gemacht und sie hat es selbst ein bisschen so beschrieben. Eine trügerische Ruhe, die ja man hier feststellt in Kiew. Wenn man hier auf die Straße geht, da sieht man Menschen, die sich hier ein Eis kaufen, die hier essen gehen. Alles wirkt hier sehr, sehr friedlich. Der Krieg wirkt hier sehr weit weg. Deshalb hat sie auch schon so ein bisschen darüber geflaxt. Eigentlich könne man die Botschaft ja schon wieder mit vollem Personal eröffnen. Aber natürlich ist der Krieg hier weiterhin im Land vor Ort. Und das hat man auch ganz deutlich eben dort gesehen, wo die Bundesaußenministerin gewesen ist, nämlich in Butscha, Irpin. Da hat sie sich nochmal ein Bild der Zerstörung machen können. Und insbesondere Butscha, das ist ja weltweit bekannt geworden durch die Massengräber dort. Da hat sie sich noch einmal die Bilder auch angeschaut von den Menschen, die dort auf der offenen Straße erschossen wurden. Und da war ihr ganz eindringlicher Appell, man möchte helfen. Wie möchte man helfen mit justiziabler Hilfe, nämlich die Menschen zur Verantwortung ziehen, die dafür habhaft gemacht werden können. Also man möchte Ermittler schicken, die auch die Ukraine dabei unterstützen, dass die vielen Zivilprozesse, die jetzt gegen mögliche Kriegsverbrecher hier geführt wurden, dass die auch wirklich alle vollstreckt werden, damit jeder seine gerechte Strafe bekommt, der hier Kriegsverbrechen begangen hat. Das war hier ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hat man natürlich gesprochen. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch einmal der mögliche EU-Beitritt der Ukraine ein Thema. Da hat Annalena Baerbock so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie selbst ein großer Fan des Ganzen natürlich ist, möchte aber allerdings auch nicht, dass man dieses Verfahren jetzt überstürzt. Man muss sich da einmal vor Augen führen, was da alles dazu gehört. Und da geht es eben beispielsweise auch um die Außengrenzen eines Landes. Und wie möchte man über die Außengrenzen der Ukraine momentan jetzt etwas verhandeln können? Die Außengrenzen bestehen jetzt noch nicht einmal richtig, das ist Kriegsgebiet. Also all das hat sie ein bisschen dann eingedämpft und gesagt, man dürfe da keine Erwartungen schüren, die jetzt erst einmal nicht erfüllt werden können. Das Ganze könne viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern, bis da diese Beitrittsverhandlungen bis zum Ende geführt wurden. Ob sie dann letztlich erfolgreich werden oder nicht, das wird man dann auch sehen. Die weiteren Zugeständnisse, die sie gemacht hat, eben sie hat noch einmal betont, wie wichtig es jetzt gewesen ist, dass man jetzt eben die Leopardpanzer geliefert hat. Das hätte hier in der Ukraine auch einen großen, großen Beifall aus der Politik gefunden. Das hat sie auch von ihrem Amtskollegen Kuleba noch einmal gehört. Das wäre wichtig gewesen, dass Deutschland jetzt da Leoparden liefert. Und der Gesamteindruck, man möchte helfen vor allem, man hilft jetzt militärisch einerseits schon und man möchte vor allem auch bei der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen helfen. Max, danke für diese Einordnungen nach Kiew. Und damit blicken wir direkt weiter zu Achim Unser, am Bundeskanzleramt zugeschaltet. Achim, eine große Mehrheit der Deutschen würde es befürworten, wenn auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen würde. Aber auf seiner Pressekonferenz heute hat er wieder eine Frage dazu unbeantwortet gelassen. Ja, da hat sich zumindest eines geändert. Vor einiger Zeit war es noch so, dass sie ja die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, er soll nicht reisen. Da stand aber eben auch noch diese Steinmeier-Ausladung im Raum. Die ist ja jetzt mehr oder weniger ausgeräumt worden durch dieses Telefonat von Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten. Annalena Baerbock ist heute nun auch als erstes Regierungsmitglied dann in die Ukraine gereist. Und jetzt sehen wir es, okay, jetzt haben wir eine Mehrheit dafür, dass Olaf Scholz dann auch reist. Aber er hat es eben nicht beantwortet, diese Frage, weil er ist dann natürlich in der Position des Getriebenen mittlerweile. Immer wieder Fragen, dann der Druck von der Opposition, dann auch die Vorwürfe von ukrainischer Seite, dass er eben nicht kommt oder wo er denn bliebe. Man kann das vielleicht mehr so formulieren. Und Olaf Scholz mag das natürlich nicht, in dieser Rolle zu sein des Getriebenen und verweigert sich dem bislang. Jetzt muss man einfach mal abwarten. Irgendwann wird er vermutlich dann tatsächlich reisen. Ich denke, es könnte sein, dass das tatsächlich noch diesen Monat passiert, weil Ende des Monats ist ja ein großer EU-Gipfel dazu zu dem Thema. Und ich denke, da wird er sich nicht vorwerfen lassen, dass er sich noch kein Bild von der Lage in der Ukraine gemacht hat. Achim, vielen Dank dir vor das Kanzleramt. Ja, die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen also unverändert weiter. Die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun ja vor allem weiterhin auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die hochmodernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben davon. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk, einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Charkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Export läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Schönen guten Abend, Frau Barley. Guten Abend. Guten Abend. Frau Barley, die Ukraine treibt ja den EU-Beitritt voran. Präsident Zelensky will schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erreichen. Seine Regierung hat ja sogar den Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag bereits fertig übergeben. Was spricht denn für einen möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine Ihrer Meinung nach? Dieser EU-Beitritt oder das Verfahren dazu ist ja im Moment vor allen Dingen ein symbolischer Akt. Also wir wollen ganz klar festhalten und auch der Ukraine zeigen, dass sie zu Europa gehört und dass sie ihren Platz in unserer Gemeinschaft hat. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Aufnahme dann nochmal sehr klare Kriterien erfüllen muss. Und davon ist die Ukraine noch eine ganze Weile entfernt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat ja heute nochmal klar gesagt, die EU soll von ihrer Paragrafenreiterei runterkommen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Ist sie da vielleicht ein bisschen schnell gewesen? Denn der französische Präsident und auch der Bundeskanzler, die halten sich da ja noch ein bisschen bedeckt. Ja, also ich finde das eine ziemlich gewagte und wenig nachvollziehbare Äußerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir ein Land in die Europäische Union aufnehmen, dann ist es da. Und zwar hoffentlich für immer. Und wir haben jetzt schon einige Mitgliedstaaten, mit denen wir große Probleme haben. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob die Europäische Union im jetzigen Status überhaupt aufnahmefähig ist. Und wenn wir ein Land aufnehmen, dann muss es klare Kriterien erfüllen. Und zwar im politischen Bereich, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im wirtschaftlichen Bereich. Es muss mithalten können in der Europäischen Union. Und dann muss es den sogenannten AKI erfüllen. Also es muss in der Rechtsetzung vergleichbare Regeln haben mit der Europäischen Union. Das ist ein Prozess. Selbst Finnland, was uns sehr ähnlich schon war vor dem Beitritt, hat dafür vier Jahre gebraucht. Was kann denn, Frau Barley, das EU-Parlament unternehmen, um zur Unterstützung der Ukraine beizutragen, sowohl was den EU-Beitritt angeht, aber eben auch das geplante Öl-Embargo gegen Russland zu beschleunigen? Das Europäische Parlament hat sehr klare Positionen bezogen. Das bezieht sich auf den Krieg selbst, auf die Aggressorrolle Russlands, auf die Sanktionen, auf das, was man tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Natürlich müssen wir ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Wir müssen ihnen die Waffen zur Verfügung stellen. Und wir müssen Russland sanktionieren, so gut das eben geht. Dazu gehört auch ein Öl-Embargo. Dieses Öl-Embargo gehört dazu, sagen Sie, Frau Barley. Aber auf der anderen Seite haben wir Ungarn. Und bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass die Ungarn das Budapest also auch mitzieht. Es gibt in der EU das Veto-Rett. Das heißt, alles muss einstimmig beschlossen werden. Also muss die EU sich da nicht auch reformieren? Muss das Parlament da nicht Druck auf die Kommission und vor allem die Staats- und Regierungschefs ausüben? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hier alles einstimmig beschlossen werden muss. Das stimmt nicht. Fast alles wird mit Mehrheit beschlossen. Es sind ganz wenige Entscheidungen, die mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen. Aber dazu gehört eben alles, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Steuern gehören dazu und auch die Energie. Immer dann, wenn die Europäische Union nicht originär zuständig ist. Viktor Orban blockiert. Orban ist ein Freund Putins. Wir haben diese Entwicklung, dass er eigentlich ein Stellvertreter Russlands am EU-Tisch ist, schon lange kommen sehen. Wir haben lange die Kommission davor gewarnt, dass sie nichts dagegen tut. Jetzt ist es so. Jetzt ist er da. Jetzt vertritt er die Positionen Russlands. Man muss allerdings sagen, an dem Punkt Öl-Embargo ist er nicht allein. Auch die Slowakei und andere Länder haben große Probleme, weil sie eben viel, viel abhängiger sind von russischer Energie als wir sogar. Frau Barley, heute ist ja die Außenministerin Deutschlands in der Ukraine, Annalena Baerbock. Welche deutschen und europäischen Spitzenpolitiker sollten Ihrer Ansicht nach denn dort ebenfalls so bald wie möglich hinreisen? Vielleicht liegt das daran, dass ich das Ganze hier mit etwas Entfernung betrachte aus Brüssel. Ich finde diese Diskussion seltsam. Es ist sicherlich nicht das, was am Ende der Ukraine hilft, wenn jetzt möglichst viele Leute dorthin reisen und möglichst schnell. Das sind auch symbolische Gesten. Das ist gut, das soll man tun. Aber daran hängt nun wirklich gar nichts. Viel wichtiger ist eine effektive Hilfe sowohl der Europäischen Union als auch Deutschlands. Und beides tun wir. Das ist der entscheidende Faktor. Und das bedeutet also auch, wie kann man der Ukraine denn weiterhin jetzt helfen? Nicht nur durch die Waffenlieferungen, die ja extrem wichtig sind, aber wir haben ja heute auch gehört, dass alleine dort in der Ukraine Getreide für 8 Milliarden Euro festsitzt. Also muss man da nicht auch Wege finden unter dem europäischen Aspekt, dass man genau diese wichtigen Getreidelieferungen irgendwie rausbekommt? Das wäre natürlich ein wichtiges Ziel, sowohl für die Ukraine als auch für die Menschen, die auf diese Getreidelieferungen dringend angewiesen sind. Vor allen Dingen in Afrika sehen wir jetzt schon eine sich rasant ausbreitende Hungersnot. Natürlich ist das praktisch nicht einfach. Wir wissen, dass die Bahnstrecken zum Teil zerstört sind. Über die Schiffe, wie normalerweise das Getreide außer Landes gebracht wird, geht im Moment gar nichts, weil die Schwarzenmeerküste ja nun ein Kriegsschauplatz ist. Und auf dem sonstigen Landweg können Sie sich vorstellen, solche große Mengen mit LKWs zu transportieren, ist auch nicht so einfach. Also da tut man, was man kann. Aber das wird ohne eine Vereinbarung mit Russland, das über Schiffe zu erlauben, nicht möglich sein. Und die sehe ich im Moment nicht kommen. Katharina Barley, ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend nach Brüssel. Ihnen auch. Dankeschön. Dann brauchen wir jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schauen. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist bei uns im Studio. Guido, gib uns mal ein Update zum aktuellen Frontverlauf. Ja, ein Vertreter der US-Regierung hat den bisherigen Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass als blutarm bezeichnet. Das ist natürlich schon ein interessanter Ausdruck, wenn man sieht, welch blutige Kämpfe dort im Donbass stattfinden. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kamatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausharren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt. Und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden. Und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splittersprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern. Und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Also eine Hightech-Waffe, die man da jetzt wieder eingesetzt hat in Odessa, aber man muss sagen, taktisch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch andere Systeme einsetzen können. Also auch große Symbolwirkung, um zu zeigen, ihr greift uns an und sorgt dafür, dass wir herbe Niederlagen dort haben mit unserer Schwarzmeerflotte. Wir haben moderne Waffen und zeigen euch, was wir können. Guido, danke für deine Ausführungen. Aber Xenia und ich weisen dich nochmal darauf hin. Du hast es heute so plastisch für uns alles gezeigt. Du räumst das Studio nachher noch auf. Und ich hole den Besen persönlich. Danke, Guido. Guido, danke dir. Guido, danke dir. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, wie unser Kollege Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum heraus begangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Nach dem wochenlangen Wechseltheater steht nun endgültig fest, dass Erling Haaland, den die BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereinigten bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen. Der 21-Jährige hatte nämlich eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach Ersatz scheint der BVB schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizin-Check in Dortmund gesichtet. So viel also zum Thema Fußball, Carsten. Und wir müssen noch diskutieren, Eröffnungsspiel, ja, WM in München oder Finalspiel in Berlin. Schauen wir es beides an. Es ist das große Turnier, die Europameisterschaft 2024. Und du als Münchnerin, ich als Berliner, wir sind natürlich froh, die beiden schönsten Stadionen in der Republik, oder? Absolut. Ich freue mich drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da. Noch eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie also bei uns. Schauen wir natürlich jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock ist dort und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die Grünpolitikerin wurde auch von Präsident Zelensky empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte er Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sicher einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold berichtet. Gleich zu Beginn ihres nicht ungefährlichen Besuchs kommt Annalena Baerbock nach Butscher, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwältin sammelt seit dem Abzug der Russen Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock schaut sich in der Kirche von Butscher die schrecklichen Fotos an. Von Massengräbern und Leichen, die gefesselt am Straßenrand liegen. Sie verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen verkündet Baerbock, sie hat nicht nur Worte mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Paul Sonntag ist uns jetzt direkt aus Kiew zugeschaltet. Paul, wir haben es also gehört, Annalena Baerbock trifft Präsidenten Zelensky. Was wird denn erwartet von diesem Gespräch? Offenbar hat sie ihn auch schon getroffen. Es sei ein offenes, konstruktives Gespräch gewesen. Man muss dazu sagen, jeder Termin der Außenministerin heute war nur ganz kurzfristig vorher angekündigt worden. Unter strenger Geheimhaltung auch vorher. Da ist nicht viel nach außen gedrungen. Ich würde sagen, allein dieses Symbol, das Zelensky jetzt auch tatsächlich die Außenministerin schon empfangen hat und nicht noch auf den Kanzler wartet, kann man als positives Zeichen werten und vielleicht auch gewissermaßen als Zeichen dahingehend, dass sich die Verhältnisse doch wieder normalisiert haben. Das hat man heute beim Treffen mit dem Außenminister Kuleba auch schon gemerkt. Das war demonstrative Freundschaft, die man da wirklich dargestellt hat. Man hat sich geduzt, man hat sich immer wieder Freundin und Freund genannt, immer wieder aufeinander Bezug genommen. Also da war eine deutliche Veränderung, zumindest was die Stimmung anging, dann zu merken. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch gemerkt hat, Annalena Baerbock hat sich doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, gerade wenn es um die Frage des möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Da haben wir ganz andere Töne von ihr gehört als beispielsweise von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der das doch etwas auf die lange Bank schieben wollte. Ein kleines Hintertürchen hat sie sich noch aufgelassen, indem sie gesagt hat, naja, diese Beitrittsverhandlungen, die dauern gewöhnlicherweise sehr, sehr lange. Und man müsse da vielleicht eine Reform anstreben. Das an sich dauert aber natürlich auch wieder. Also insofern trotzdem aber das Signal klar gewesen, dass sie das eigentlich befürworten würde. Man hat den Eindruck, jetzt ist die Basis geschaffen, um möglicherweise eben in eine andere Zusammenarbeit, in eine andere Unterstützung in Zukunft dann überzuführen. Sie hat ja sogar davon gesprochen, Paul, dass die EU-Paragrafenreiterei im Fall Ukraine jetzt nun ein Ende haben muss. Aber wir haben es ja auch gesehen, sie hat mehrere Termine gehabt. Sie war ein Butcher, sie war ein Irrpin. Was bleibt von diesem Besuch? Hat sie vielleicht auch die Tür geöffnet für Kanzler Scholz, dass er der Nächste sein könnte oder aber auch der Bundespräsident? Ja, das zeigt auch einmal mehr, wie leicht sich Reporter auch in der Einschätzung irren können. Ich dachte eigentlich immer, dass das genau der Sinn und Zweck dieses Termins ist, dass man sich auf Außenminister-Ebene trifft, so wie das üblich ist. Und am Ende dann, wenn eben die Stimmungen passen, wenn eben die gegenseitigen Ankündigungen und Unterstützungen passen, dass man dann eben das große Treffen zwischen Scholz und Zelensky einfach vorbereitet. Jetzt hat man dem vorgegriffen, aber zumindest dahingehend ist das ein Erfolg für Annalena Baerbock, wenn sie dann wirklich tatsächlich auch von Zelensky schon empfangen wurde. Auch wenn da nichts Substantielles tatsächlich dabei rumkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn da noch nichts angekündigt ist und noch nichts klar ist, dass das gewissermaßen den Weg freigemacht hat. Und dann auch hier am Ende Kanzler Scholz zu empfangen oder möglicherweise eben dann irgendwann auch mal den Bundespräsidenten Steinmeier. Paul, danke für den Moment und deine Einordnungen nach Kiew. Die Kämpfe gehen unterdessen in der Ukraine unverändert weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Aus dem belagten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfe über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk, einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Charkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk Harren aus. Angeblich sollen sich noch mindestens 100 Zivilisten in den Ruinen befinden. Also der Krieg geht unvermindert weiter. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist nun bei uns im Studio. Guido, bring uns mal auf den neuesten Stand, wie der aktuelle Frontverlauf aussieht. Ja, vielleicht erst einmal ein Mitglied der US-Regierung hat die Erfolge der Russen im Donbass als blutarm bezeichnet. Soll wahrscheinlich bedeuten, dass es da nicht wirklich vorangeht, aber trotzdem ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen missverstanden werden kann. Vor allem, wenn man sieht, wie blutig die Gefechte dort geführt werden zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Popasna, Kramatorsk, Kharkiv, Luhansk, da toben wirklich schwere Gefechte. Dort gibt es immer wieder Artillerieangriffe der russischen Streitkräfte und dort versuchen sie weiterhin Geländegewinne zu erzielen. Aber das geht sehr, sehr langsam voran und die Ukrainer verteidigen da sehr effektiv. Gucken wir auf Mariupol. In den letzten 24 Stunden 34 Luftangriffe alleine, unter anderem mit strategischen Bombern, die dort Bomben abgeworfen haben. Aber auch Schiffsartillerie ist eingesetzt worden, um Mariupol zu beschießen. Und dann gehen wir auf Odessa. Dort die Angriffe unter anderem mit drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal mit herkömmlichen Sprengköpfen. Denn diese Raketen können auch Nuklearsprengköpfe befördern. Und ganz interessant, groß taktisch ist das eigentlich nicht zu begründen. Dafür sind diese Hightech-Waffen eigentlich viel zu teuer und viel zu aufwendig. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer sehr geschickt in den letzten Tagen dort Nadelstiche gesetzt haben, gegen die Schwarzmeerflotte der Russen und auch auf die Schlangeninsel. Wir sehen hier mal ein paar Bilder, wo man mit Drohnen, mit Kampfdrohnen aus türkischer Produktion, der sogenannten Bayraktar, die russischen Truppen auf der Schlangeninsel angegriffen hat und auch immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen hat und zerstören konnte. Und das sind große Erfolge, weil man natürlich ein wenig dafür sorgt, dass die Schwarzmeerflotte nicht zu dicht an die Küste herangelangt und man damit verhindert, dass es möglicherweise zu einer amphibischen Landungsaktion der Russen kommt. Keto, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, diese Hyperschallrakete, die die Russen eingesetzt haben. Was macht diese Waffe denn so besonders? Ja, dass sie so gut wie nicht verteidigt werden kann. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und zu dieser hohen Geschwindigkeit kommt, dass sie lenkbar ist. Wir können uns mal Bilder angucken von der Kindschall. Das Trägerflugzeug sehen wir hier, ist eine MiG-31. Es kann aber durchaus auch von einem taktischen Bomber transportiert werden. Die Rakete wird praktisch im Flug gestartet und fällt erstmal ein bisschen und dann erst zünden die Feststofftriebwerke und katapultieren die Rakete dann bis auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer. Und dann wird die Rakete praktisch in einer semi-ballistischen Flugbahn, das kann man hier mal ein bisschen so sehen, nach oben befördert und dann die Erdanziehung sorgt dafür, dass die Rakete wieder nach unten Richtung Erde transportiert wird. 4.000 Kilo Gewicht, 500 Kilogramm Sprengkopf, also eine Menge Splittersprengkopf, wenn sie denn einschlägt. Große Zerstörung, das haben wir jetzt auch in Odessa gesehen. Und mehr als 12.000 Stundenkilometer, das ist das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit, also extrem hoch. Und die ist schon gefürchtet, weil es momentan eigentlich keine richtige Waffe dagegen gibt. Und nichtsdestotrotz meiner Meinung nach mehr symbolisch eingesetzt in Odessa, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr uns mit solchen Nadelstichen bekämpft, dann setzen wir unsere Hightech-Waffen ein. Und ganz interessant vielleicht noch, dadurch, dass die Rakete außerhalb der Erdatmosphäre beschleunigt wird und dann wieder auf die Erde niederfällt, ist sie speziell beschichtet. Denn ansonsten würde diese hohe Kompressionswärme dafür sorgen, dass sie praktisch verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Also eine sehr effektive Waffe, aber taktisch gesehen hätte man das jetzt nicht nutzen müssen, um Odessa zu bombardieren. Und auch im Süden der Ukraine stockt der Vormarsch der Russen, wie Gideon es eben gezeigt hat. Kiviri, das ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelenskyj, wie auch Saborishia. Sie galten ja schon als die nächsten potenzielle Ziele von Wladimir Putin. Von einer schnellen Eroberung kann aber längst keine Rede mehr sein. Und von der Grenze zur russisch besetzten Region Kherson berichtet unser Kollege Michael Wöhlenweber. Das ist eine Kriegshochzeit. Pavlo und Inna haben beschlossen, überstürzt zu heiraten. Pavlo hat zwei Tage Fronturlaub bekommen. Gäste sind nicht geladen. Wir sind im Süden der Ukraine, in Kiviri. Schnelles Ja-Wort, Ringe tauschen. Überglücklich trägt Pavlo seine Braut über die Schwelle. Zumindest für ein paar glückliche Momente wird versucht, den Krieg zu vergessen. Ja, wie soll ich es sagen? Wir wollten ohnehin heiraten. Aber wegen des Krieges haben wir uns entschlossen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, versucht Pavel, schneidig zu erklären. Die Braut frage ich, ob sie denn keine Angst um ihren Mann habe. Die Gefahr lacht Inna weg. Nein, wir werden groß feiern, mit der Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Am Tag darauf muss Pavlo wieder in den Krieg. Wir fahren im schon gewohnten Slalom nach Seljynodolsk. Frontstadt. Ab und zu hören wir von weiten Detonationen. Es war mal mehr, heißt es. Die wenigen Menschen, die noch hier sind, scheinen sich daran zu gewöhnen. Hier habe ich keine Angst. Ich hatte Angst vor den Russen in meinem Dorf. Das ist nicht weit von mir. Mein Leben hat sich nicht viel geändert. Ich bin überzeugt, unsere Armee wird die Stadt verteidigen. Die Region gehört im Süden zu den meist Beschossenen. Aber die Russen kommen nicht mehr richtig voran, freut sich dieser Offizier, der uns erklärt, wo die Front sich schlängelt. Die Russen sind im nächsten Dorf, keine 10 Kilometer entfernt. Die Front hier ist rund 100 Kilometer lang. Viele Menschen haben sich mit dem Fahrrad nach Seljynodolsk gerettet, sind einfach durch die Front geradelt. 400 Drahtesel stapeln sich inzwischen hier mit weißen Bändern am Lenkrad. Die sollten bei der Flucht vor Beschuss aus dem Hinterhall schützen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, hofft Evgeny, werden die Besitzer sie abholen. Nach dem Sieg. Und bei uns im Studio begrüßen wir Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Guten Abend, Herr Roth. Guten Abend, Herr Roth. Danke für die Einladung. Sie kommen ja direkt aus der Fraktionssitzung im Prinzip. Heute ist Annalena Baerbock als erstes Kabinettsmitglied in Kiew zu Besuch. Wie ist denn so die Stimmung in der Fraktion? Sie hat den richtigen Ton dort getroffen? Das ist ein weiteres wichtiges Signal der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine in dramatischen Zeiten. Am vergangenen Sonntag war die Bundestagspräsidentin in Kiew und hat dort hochrangige Gespräche geführt. Das hat auch nochmal ein ganz wichtiges Signal ausgesendet, auch seitens des Parlaments. Denn wir haben im Deutschen Bundestag vor anderthalb Wochen einen wegweisenden Beschluss getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und dieser Beschluss ist mit breiter Mehrheit getroffen worden, auch mit großen Teilen der Opposition von CDU und CSU. Das ist gut und dafür sind wir auch dankbar. Und heute nochmal die Eröffnung unserer Botschaft in Kiew, auch das ist nochmal ein wichtiges Zeichen unserer Präsenz, auch in Kriegszeiten. Und wir schließen damit an, an das, was auch andere europäische Staaten und andere Partner in der Welt schon getan haben, ihre Botschaften gerade jetzt wieder zu eröffnen. Aber wir sprechen von einer Minimalbesetzung und andere Partner aus Europa und auch die Vereinigten Staaten haben das bereits vor Wochen getan. Kommt das nicht ein bisschen zu spät? Das ist sehr abhängig von der Sicherheitslage, das ist sehr abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Ich glaube nicht, dass da jetzt die Tage zählen. Ich finde es aber gut, dass die Außenministerin persönlich hingefahren ist, um diese Botschaft zu eröffnen. Machen wir uns nichts vor. Das ist nach wie vor noch lebensgefährlich. Und ich finde, dass auch wir Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung stehen gegenüber unseren Diplomatinnen und Diplomaten, verantwortbare Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt ein Signal, das hoffentlich auch ausstrahlt über die Ukraine hinaus. Und deswegen ist das heute sicherlich eine wichtige und eine notwendige Reise gewesen. Herr Roth, Sie waren ja selber dort. Jetzt ist heute Annalena Baerbock da. Sie sprechen ja von einem Signal, das eben in die Welt hinaus strahlt. Müsste nicht auch der deutsche Bundeskanzler, müsste nicht auch Olaf Scholz dorthin fahren? Also erstmal bin ich froh, dass die Diskussionen zwischen der Ukraine und der Bundesregierung beendet sind. Da hat es ein gutes, klärendes Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten Zelensky gegeben. Und damit ist auch dieser Stein aus dem Weg geräumt. Mich nervt an der Diskussion eigentlich nur eines. Es ist eine sehr persönliche Geste. Und ich finde, dass es nicht hilfreich ist, wenn fortwährend auch Druck von außen ausgeübt wird. Ich möchte jetzt nichts miteinander vergleichen, was man nicht vergleichen sollte. Und ich möchte es erst recht nicht gleichsetzen. Aber stellen wir uns mal einen Moment vor, Willy Brandt wäre damals wochenlang aufgefordert worden, nach Warschau zu fahren und auf die Knie zu gehen. Und ich glaube, so eine Geste, die muss ohne Druck aus freier Entscheidung heraus geschehen. Und deswegen respektiere ich die Entscheidung des Bundeskanzlers, bin mir aber ziemlich sicher, dass auch weitere Mitglieder der Bundesregierung vielleicht sogar in Wälde der Bundespräsident reisen werden. Es wird noch genügend Anlässe geben, weil ich befürchte, auch nach der furchtbaren Rede von Putin gestern anlässlich des Ende des Zweiten Weltkrieges, wir noch mit einem etwas längeren Verlauf dieses Krieges werden rechnen müssen. Und das heißt, wir müssen weiter unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg übersteht als freies, souveränes, demokratisches Land. Das ist das eine. Das andere ist, hat Annalena Berberkotte ganz klar gemacht, Die EU soll ihre Paragrafenreiterei lassen und die Ukraine ist Teil Europas und muss schnellstens in die EU aufgenommen werden. Mit einer Aussicht auf einen Kandidaten, dass man jetzt wird. Man hat ja auch den Antrag jetzt eingereicht. Wie sehen Sie das? Hat Sie tatsächlich von Olaf Scholz diesen Auftrag bekommen? Weil Scholz und Macron halten sich ja genau in dieser Frage der Mitgliedschaft noch zurück. Also ich bin für einen Kandidatenstatus für die Ukraine. Wir haben den Staaten des östlichen Europas, die unsere Werte teilen wollen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu lange die kalte Schulter gezeigt. Und es ist jetzt überfällig. Und es wäre ein mutmachendes Zeichen für diese geplagte Bevölkerung, die massiv unter den Folgen dieses grauenhaften Krieges leidet. Wenn wir jetzt sagen, ihr gehört zu uns, das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Es gibt ja kein Schnellverfahren. Auch das lehne ich ab. Aber jetzt ein Signal zu setzen in diesen entscheidenden Wochen und Monaten für die Ukraine, setzt vielleicht auch nochmal Kräfte frei in der Ukraine, die sie dringend braucht, um sich gegenüber dem russischen Aggressor zu wehren. Aber Frankreichs Präsident Macron hat ja gesagt, er stellt sich eben so eine europäische politische Gemeinschaft vor, eben, der nicht nur die EU angehört, sondern auch Beitrittskandidaten wie Bosnien, wie eben auch dann die Ukraine. Würde damit die EU nicht absolut obsolet? Also, ich finde es erstmal gut, dass man Kandidatenländern schon auf dem langen Weg in Richtung EU ein Angebot unterbreitet, mit der Europäischen Union enger zusammenzuarbeiten. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Was aber nicht geht, ist, dass das ein Ersatz ist für eine vollständige EU-Mitgliedschaft. Also, eine engere Zusammenarbeit während dieses Weges, finde ich richtig. Und deswegen sollten wir diesen Vorschlag von Präsident Macron auch prüfen. Aber es darf nicht der Ersatz sein. Denn den Staaten des westlichen Balkans, den Staaten haben wir seit 2003 eine EU-Perspektive eröffnet. Es ist viel geleistet worden. Deswegen müssen wir auch dort unsere Versprechungen erfüllen, insbesondere gegenüber Nordmazedonien und Albanien, aber auch gegenüber dem Kosovo, was die Visa-Liberalisierung anbelangt. Und die Ukraine möchte gar nicht irgendwie so Mitglied eines lockeren Teams werden, sondern sie will Mitglied der EU werden. Und wenn sie die Bedingungen erfüllt, und dabei sollten wir sie nach Kräften unterstützen, hat sie es auch verdient, vollständiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und dass das Zeit braucht, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite haben wir dieses EU-Öl-Embargo gegen Russland. Was kommen soll? Und da hat Annalena Baerbock heute auch nochmal sich nicht klar geäußert. Und die Ukraine hat es ja nochmal gefordert. Aber in diesen Punkten, eigentlich steht der Westen geschlossen. Die EU, die NATO, hinter dieser Aggressionskriege gegen Russland, hat bereits fünf Sanktionspakete beschlossen. Aber warum dauert es so lange mit dem Sechsten? Warum spricht die EU da nicht mit einer Stimme? Vor allen Dingen, ist da dieses Vetorecht, was Ungarn hat, wirklich das große Problem? Muss sich da die EU ändern in der Zukunft? Natürlich muss sie sich ändern. Sie muss entscheidungsfähiger werden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja weitreichende Sanktionspakete beschlossen, die nicht nur sehr, sehr schmerzhaft Russland sind, sondern die auch uns einiges abverlangen. Und trotzdem haben wir in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, inzwischen fünf Pakete auf den Weg gebracht. Und ja, es wurde ja immer wieder fälschlicherweise behauptet, Deutschland stünde auf der Bremse. Jetzt erleben wir, dass Ungarn partout nicht will. Und da muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber ich bin auch Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er jetzt auch mit dem Team G7 verabredet hat, dass auch alle G7-Staaten dem amerikanischen Beispiel folgen und sich dem Öl-Embargo anschließen werden. Das heißt, sie werden die Öllieferungen aus Russland stoppen. Das ist gut. Michael Roth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. So, Christina, wir sind mit einer Einmeldung aus der Welt des Sportes eingestiegen. Jetzt haben wir schon wieder eine Einmeldung. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt verkaufst. Naja. Als Münchnerin, als Berliner. Ja. Also als Berliner bin ich natürlich sehr stolz. Berlin wird nämlich Gastgeber des Finales der EM 2024 in Berlin werden. Ich sage ja, wir haben das schönste Stadion in Deutschland. Aber naja, du als Münchnerin, du als Münchnerin. Und das Öffnungsspiel, was er jetzt vergessen wollte fast, das vergab das Exzeltivkomitee der Europäischen Fußballunion UEFA am Dienstag, nämlich nach München. Die schöne bayerische Landeshauptstadt. Ist okay. Du kriegst eins, ich kriegst eins. Es sind ja noch mehr Spieler, aber finde ich schon okay. München als Öffnungsspiel. Wir müssen beide Urlaub einreichen, um das Öffnungsspiel zu sehen. Ist nicht. Wir werden hier sitzen und moderieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie ja zeitweise geschlossen werden. Und ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag. Das entschieden die Karlsruher Richter. Geklagt hatte eine Restaurantbetreiberin aus Berlin. Erstmals seit mehr als 60 Jahren, da war sie das letzte Mal schwanger. Nämlich fehlte Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung in London. Und stattdessen hielt der Thronfolger, der älteste Sohn der Königin Prinz Charles, die Regierungserklärung. Mit der prunkvollen Zeremonie wird ja traditionell eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Zuvor hatte der Buckingham Palace mitgeteilt, dass die 96-Jährige wegen eingeschränkter Beweglichkeit auf diese Rede verzichtet hätte. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtperks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er führte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger nun gefasst worden. Seit Februar müssen sich ja bereits sechs Verdächtige wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Am Ende des Prozesses konnte jetzt ein 22-Jähriger festgenommen werden. Er soll das grüne Gewölbe im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Bei dem Raub wurden 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Der Raub geht vermutlich auf das Konto von Mitgliedern der kriminellen libanesischen Großfamilie Remmo. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch der Kiefer Vororte Butschau und Irpin erschüttert von den dort begangenen Kriegsverbrechen gezeigt. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, so die grüne Politikerin. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba erklärte sie, Deutschland werde künftig komplett ohne Energie aus Russland auskommen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist ist. Ja, und das lassen wir natürlich einordnen von unserem politischen Korrespondenten Achim Unser. Er ist für uns vor dem Kanzleramt. Achim, man kann es ja so sagen, Außenministerin Baerbock nun in Kiew, aber vom Kanzler geschickt. Hat sie ihren Auftrag erfüllt? Ich würde schon mal sagen, ja. Sie hat ja vor allem eben sich auch ein Bild von der Lage vor Ort machen wollen, um eben auch dann dieses Bild an den Kanzler weiterzugeben. Das war bestimmt eine der Aufgabenstellungen. Das andere war natürlich auch, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und sie ist ja auch hingegangen, um den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen bei der Aufklärung jener Taten in Butscha. Das hat sie ja explizit auch nochmal gesagt. Also das waren schon mal so die drei Aufgabenstellungen, die sie hatte. Und ich habe darüber über diese Reise mit Jürgen Trittin gesprochen, dem Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss, und habe ihn nochmal dazu befragt, was er sich von der Reise von Annalena Baerbock erhofft. Ich glaube, von dieser Reise geht ein klares Signal aus. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest an der Seite der angegriffenen Ukrainer. Und wir wollen unseren Kurs der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Sie hat ja auch gesagt, bei der Reise ist es auch hier, um den Internationalen Strafgerichtshof sozusagen ihn zu unterstützen, weil eben diese Taten in Butscha zum Beispiel nicht ungesünd bleiben dürfen. Es sind dort Taten begangen worden, die auch nach den internationalen Regeln und nach dem Weltstrafrechtsprinzip in Deutschland und anderswo strafbar sind. Es ist nötig, das aufzuklären, weil Straflosigkeit ist eine Ermunterung für künftige Täter. Frau Baerbock trifft da jetzt auch Herrn Selenskyj. Und der sagt ja immer, mit leeren Händen brauchen wir nicht kommen. Was bringt sie ihm denn mit? Ich glaube, sie bringt etwas mit, was, glaube ich, sehr viel wert ist. Nämlich das gemeinsame Willen fast aller demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Ukraine weiterhin nach den besten Möglichkeiten zu unterstützen. Jetzt war es ja so, dass die Regierung bei den Waffenlieferungen immer erst gesagt hat, Frau Baerbock war eine der Ersten, die gesagt hat, übrigens schwere Waffen werden auch gebraucht, oder sollten wir liefen, die aber sich doch da zögerlich verhalten hat. Das wurde ja auch im Ausland, auch in der Ukraine beobachtet. War das wirklich eine zielführende Strategie, da immer so ein bisschen scheibchenweise da mit Neuerungen herauszukommen? Es geht nicht um scheibchenweise, sondern die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, der Bundeskanzler waren in dieser Frage immer völlig klar. Wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie, aber wir sorgen dafür, dass Deutschland und die NATO nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland reingezogen werden. Und das ist etwas, was man sorgfältig abwägen muss. Und ich glaube, es ist klug, dass wir das sorgfältig abgewogen haben. Und das entspricht auch dem Bedürfnis vieler Menschen in diesem Lande. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die haben frühzeitiger schwere Waffen geliefert, die auch schon dort sind. Unsere sind ja erst auf dem Weg. Kommt hinzu, dass wir teilweise über das nicht verfügen, was gerne gewünscht worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne meinen europäischen Nachbarn zu nahe treten wollen, da sind auch viele Waffenlieferungen in der Presse angekündigt werden. Wenn ich mir die Gesamtbilanz angucke, stehen die Deutschen nicht so schlecht. Glauben Sie, dass die deutsche Presse und auch die Opposition zu kritisch in diesem Punkt mit der Regierung umgehen? Ich habe gar nicht zu beurteilen, wie die Presse sich an dieser Stelle verhält. Ich glaube aber, dass der Grundsatz, dass wir der Ukraine zur Seite stehen, aber jede Kriegsbeteiligung Deutschlands vermeiden werden, dass dieser Grundsatz von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung so getragen wird. Und das verbietet es, schlanke Erklärungen zu machen, weil man beispielsweise von einem Partygate ablenken will oder ähnlichen Dingen. Der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, wann er reist. Auch da ist es ähnlich, dass da der Druck groß auf ihn ist. Er wirkt teilweise ein bisschen wie ein Getriebener. Einerseits die Einladung von Herrn Zelensky, andererseits wieder auch die Opposition, die sagt, wann reisen Sie denn endlich, Herr Scholz? Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss er denn bald reisen? Das ist relativ ganz einfach. Wenn Herr Zelensky nicht unter Anstiftung der Bild-Zeitung Frank Steinmeier ausgeladen hätte, wäre Herr Scholz schon lange da gewesen. Heißt das, dass Herr Steinmeier zuerst reisen muss, dann kann Herr Scholz? Ich glaube, dass Herr Scholz und Herr Steinmeier sich darüber genau verständigen werden. Und mit der Korrektur der Position der Ukraine war ja auch erst die Reise von Frau Baerbock möglich. Genau. Jetzt ist es so, dass ja am Ende Mai dann ein EU-Gipfel zu dem Thema ist. Wäre das nicht, sage ich mal, der späteste Zeitpunkt, dass er dort, wenn er dort ankommt, dass er sagen kann, ja, ich war dort, habe mir ein Bild über die Lage gemacht? Ich gehe davon aus, dass wir so eine Reise sehen werden. Und wir werden sie sehen, wenn die Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind. Nochmal, es wäre klüger gewesen, wenn man den Bundespräsidenten nicht ausgeladen hätte. Dann hätten wir diese Diskussion. Und die ist aber nicht dem deutschen Bundeskanzler anzulasten, sondern die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der ukrainischen Seite. Gestern war der französische Staatspräsident zu Gast bei Olaf Scholz. Und da sprach Emmanuel Macron von einem neuen Gebilde, einem politischen europäischen Bündnis, in das dann auch die Ukraine eintreten könnte, wo man dann eben sozusagen auch Möglichkeit bei Sicherheit oder bei anderen, auf anderen Themenfeldern eng zusammenarbeitet. Natürlich vor dem Hintergrund, weil Emmanuel Macron auch gesagt hat, ein EU-Beitritt sei eben ein sehr langwieriges Projekt. Ist das die mögliche, sag ich mal, Ausweichlösung dieses Problems, dass die Ukraine ja eigentlich schnell in die EU will? Wir haben ein reales Problem. Die Ukraine war schon vor dem Krieg, den Russland da vom Zaun gebrochen hat, am 24. Februar, kaum wäre nicht in der Lage gewesen, der Europäischen Union beizutreten. Das ist ja nicht so, als wenn man einem Sportverein beitritt. Dann muss man beispielsweise die gesamte Wirtschaft entsprechend umbauen. Und man muss wettbewerbsfähig sein, um am Binnenmarkt bestehen zu können. Deswegen ist der Hinweis von Emmanuel Macron richtig, dass ein solcher Beitrittsprozess eine Weile braucht. Ich bin auch sehr dafür, den beschleunigt und so schnell wie möglich zu führen. Aber er wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es gibt gleichzeitig das Erfordernis, wenn in einer politischen Beendigung der Feindseligkeiten, und ich vermeide das Wort Waffenstillstand und das Wort Frieden sowieso, wenn dort ist, dass es dann auch Garantien geben muss für die Ukraine, dass sie nicht erneut wieder überfallen wird. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das steht nicht im Widerspruch zu einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union, sondern ist Bestandteil desselben. Also das heißt, Sie befürworten das, dass man an einem möglichen neuen Konstrukt da arbeitet? Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zeit, wo der Beitritt läuft, parallel dazu auch Maßnahmen finden, wie die Ukraine besser mit Europa verbunden werden kann. Ja, wir haben es gehört, Jürgen Trittin als Vertreter der Ampelkoalition ist der Meinung, dass vor allem diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier der Hinderungsgrund war, warum Olaf Scholz noch nicht die Ukraine bereist hat. Aber dieser Hinderungsgrund ist ja jetzt weg, ist ja ausgeräumt. Insofern können wir davon ausgehen, dass Olaf Scholz demnächst in die Ukraine reist. Jürgen Trittin war da auch ganz guter Dinge, dass das demnächst passiert. Guten Abend in Die Welt am Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grüne Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelenskyy Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin, dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantol berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen. Dazu seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporterkollege Paul Sonntag ist zu uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert. Aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budja wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt. Sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist. Man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft sieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Denn wir sind mitten im Krieg und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auch vor Dessa wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Und aus dem belagerten Stahlwerk Asovstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und Weltreporter Alfred Hackensberger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast. Du hast immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unter dem Tag. Aber wir waren heute in Siversk. Das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche, typische Feuerwerk dieser einzelnen Bomben für über eine Minute, die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das machte die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert. Und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter. Es sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschließt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Radraketen. Und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Wie bewegt ihr euch fort? Wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist. Und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Hangelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren. Ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau, und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und konnten sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht, so wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne und dann mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für dieser Eindruck nach Dozhkivka und du und dein Kameramann. Ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensberger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern. Und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kamatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben. Unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen. Odessa, dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben. Unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien. Denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschallrakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen. Fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm. Der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm. Also sehr, sehr schwer, Splittersprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern. Und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die deutsche Botschaft in Kiew wieder eröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten. Aber die deutsche Botschafterin, Frau Feldenhusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet, direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen? Wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihnen gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein. Wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA. Es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa. Aber die Deutschen wollten es nicht hören. Und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung. Und leider Gottes hat es sich bewahrheitet. Und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also dem Diktator der Chinesen, in der westlichen Welt. Und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein. Denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studiokasten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm. Zum ersten Mal, muss man sagen. Lea Frey ist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige ließ die Vorhaben der Regierung vor. Die Queen's Speech ohne die Queen. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, ob gleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußballnationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins The Athletic einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er wechselt ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Premier League Verein verlassen werde. So, und noch ein weiterer Wechsel ist jetzt bestätigt. Nach wochenlangem Theater steht fest, dass Erling Haaland den BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereine bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 75 Millionen Euro betragen werden. Der 21-Jährige hatte beim BVB eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach dem Ersatz scheint der BVB auch schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. Und wir blicken aufs Börsenparkett. Die Börse im Überblick von Franziska Schimpke. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte März gerutscht. An diesem Dienstag hat man einen klassischen Turnaround Tuesday aufs Parkett gelegt. Im Tageshoch der DAX sogar über den 13.700 Punkten. Allerdings eine erneut schwächelnde Wall Street, die drückt auf die Stimmung, kostet dem DAX ein bisschen Kraft. Trotzdem kann er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel gehen. 13.535 der Schlussstand in Frankfurt. Größter Gewinner, das Papier von Bayer. Da gab es Zahlen, die werden von Seiten der Experten als sehr stark eingestuft. Und letztlich hat sich dieses Bild auch bei den Anlegern durchgesetzt. Über 5 Prozent fester geht die Aktie aus dem Handel. Die Deutsche Post Henkel oder aber auch Siemens gefragt. Auf der Verliererseite hingegen das Papier der Porsche Holding. Den Gewinn hat man verdoppelt. Es gab aber weiter keine Details zu einem Börsengang von Porsche. Die Aktie am Ende 3 Prozent. Im Minus Fresenius nach einem negativen Analystenkommentar schwächer. Aber auch HelloFresh und Kia gehen im roten Bereich. Das berühmte Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Der stolze Kaufpreis beträgt umgerechnet 185 Millionen Euro. Damit ist das Werk der teuerste Warhol, der jemals versteigert wurde. Der Pop-Up-Künstler schuf das bemalte Foto des Hollywood-Stars 1964. Der Siebdruck ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte... Guten Abend in Die Welt am Abend. Guten Abend. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine dankte Selenskien und der Bundesrepublik für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo das Massaker und das heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantholt fasst diesen Baerbock-Besuchstag in Kiew zusammen. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut. Dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher. Von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und damit schauen wir nach Kiew direkt vor die deutsche Botschaft. Also in Kiew, die hier heute wieder in Minimalbesetzung geöffnet worden ist. Max Hermes ist für uns dort. Und Max, du hast den ganzen Tag über Außenministerin Baerbock beobachtet und natürlich auch begleitet. Dein Eindruck? Ja, die Bundesaußenministerin hat sich hier ein Bild der Lage gemacht. Und sie hat es selbst ein bisschen so beschrieben. Eine trügerische Ruhe, die man hier feststellt in Kiew. Wenn man hier auf die Straße geht, da sieht man Menschen, die sich hier ein Eis kaufen, die hier essen gehen. Alles wirkt hier sehr, sehr friedlich. Der Krieg wirkt hier sehr weit weg. Deshalb hat sie auch schon so ein bisschen darüber geflaxt. Eigentlich könne man die Botschaft ja schon wieder mit vollem Personal eröffnen. Aber natürlich ist der Krieg hier weiterhin im Land vor Ort. Und das hat man auch ganz deutlich eben dort gesehen, wo die Bundesaußenministerin gewesen ist. Nämlich in Butscha, Irpin. Da hat sie sich nochmal ein Bild der Zerstörung machen können. Und insbesondere Butscha, das ist ja weltweit bekannt geworden durch die Massengräber dort. Da hat sie sich noch einmal die Bilder auch angeschaut von den Menschen, die dort auf der offenen Straße erschossen wurden. Und da war ihr ganz eindringlicher Appell, man möchte helfen. Wie möchte man helfen mit justiziabler Hilfe? Nämlich die Menschen zur Verantwortung ziehen, die dafür habhaft gemacht werden können. Also man möchte Ermittler schicken, die auch die Ukraine dabei unterstützen, dass die vielen Zivilprozesse, die jetzt gegen mögliche Kriegsverbrecher hier geführt wurden, dass die auch wirklich alle vollstreckt werden, damit jeder seine gerechte Strafe bekommt, der hier Kriegsverbrechen begangen hat. Das war hier ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hat man natürlich gesprochen. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch einmal der mögliche EU-Beitritt eben der Ukraine ein Thema. Da hat Annalena Baerbock so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie selbst ein großer Fan des Ganzen natürlich ist. Möchte aber allerdings auch nicht, dass man dieses Verfahren jetzt überstürzt. Man muss sich da einmal vor Augen führen, was da alles dazu gehört. Und da geht es eben beispielsweise auch um die Außengrenzen eines Landes. Und wie möchte man über die Außengrenzen der Ukraine momentan jetzt etwas verhandeln können? Die Außengrenzen bestehen jetzt noch nicht einmal richtig. Das ist Kriegsgebiet. Also all das hat sie ein bisschen dann eingedämpft und gesagt, man dürfe da keine Erwartungen schüren, die jetzt erst einmal nicht erfüllt werden können. Das Ganze könne viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern, bis da diese Beitrittsverhandlungen bis zum Ende geführt wurden. Ob sie dann letztlich erfolgreich werden oder nicht, das wird man dann auch sehen. Die weiteren Zugeständnisse, die sie gemacht hat, eben sie hat noch einmal betont, und wie wichtig es jetzt gewesen ist, dass man jetzt eben die Leopardpanzer geliefert hat. Das hätte hier in der Ukraine auch einen großen, großen Beifall aus der Politik gefunden. Das hat sie auch von ihrem Amtskollegen Kuleba noch einmal gehört. Das wäre wichtig gewesen, dass Deutschland jetzt da Leoparden liefert. Und der Gesamteindruck, man möchte helfen vor allem, man hilft jetzt militärisch einerseits schon, und man möchte vor allem auch bei der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen helfen. Max, danke für diese Einordnungen nach Kiew. Und damit blicken wir direkt weiter zu Achim Unser, am Bundeskanzleramt zugeschaltet. Achim, eine große Mehrheit der Deutschen würde es befürworten, wenn auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen würde. Aber auf seiner Pressekonferenz heute hat er wieder eine Frage dazu unbeantwortet gelassen. Ja, da hat sich zumindest eines geändert. Vor einiger Zeit war es noch so, dass sie ja die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, er soll nicht reisen. Da stand aber eben auch noch diese Steinmeier-Ausladung im Raum. Die ist ja jetzt mehr oder weniger ausgeräumt worden durch dieses Telefonat von Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten. Annalena Baerbock ist heute nun auch als erstes Regierungsmitglied dann in die Ukraine gereist. Und jetzt sehen wir es, okay, jetzt haben wir eine Mehrheit dafür, dass Olaf Scholz dann auch reist. Aber er hat es eben nicht beantwortet, diese Frage, weil er ist dann natürlich in der Position des Getriebenen mittlerweile. Immer wieder Fragen, dann der Druck von der Opposition, dann auch die Vorwürfe von ukrainischer Seite, dass er eben nicht kommt oder wo er denn bliebe. Man kann das vielleicht mehr so formulieren. Und Olaf Scholz mag das natürlich nicht, in dieser Rolle zu sein des Getriebenen und verweigert sich dem bislang. Jetzt muss man einfach mal abwarten. Irgendwann wird er vermutlich dann tatsächlich reisen. Ich denke, es könnte sein, dass das tatsächlich noch diesen Monat passiert, weil Ende des Monats ist ja ein großer EU-Gipfel dazu zu dem Thema. Und ich denke, da wird er sich nicht vorwerfen lassen, dass er sich noch kein Bild von der Lage in der Ukraine gemacht hat. Achim, vielen Dank dir vor das Kanzleramt. Die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen also unverändert weiter. Die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun ja vor allem weiterhin auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die hochmodernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben davon. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk, einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Export läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Schönen guten Abend, Frau Barley. Guten Abend. Guten Abend. Frau Barley, die Ukraine treibt ja den EU-Beitritt voran. Präsident Zelensky will schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erreichen. Seine Regierung hat ja sogar den Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag bereits fertig übergeben. Was spricht denn für einen möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine Ihrer Meinung nach? Dieser EU-Beitritt oder das Verfahren dazu ist ja im Moment vor allen Dingen ein symbolischer Akt. Also wir wollen ganz klar festhalten und auch der Ukraine zeigen, dass sie zu Europa gehört und dass sie ihren Platz in unserer Gemeinschaft hat. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Aufnahme dann nochmal sehr klare Kriterien erfüllen muss. Und davon ist die Ukraine noch eine ganze Weile entfernt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat ja heute nochmal klar gesagt, die EU soll von ihrer Paragrafenreiterei runterkommen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Ist sie da vielleicht ein bisschen schnell gewesen? Denn der französische Präsident und auch der Bundeskanzler, die halten sich da ja noch ein bisschen bedeckt. Ja, also ich finde das eine ziemlich gewagte und wenig nachvollziehbare Äußerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir ein Land in die Europäische Union aufnehmen, dann ist es da. Und zwar hoffentlich für immer. Und wir haben jetzt schon einige Mitgliedstaaten, mit denen wir große Probleme haben. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob die Europäische Union im jetzigen Status überhaupt aufnahmefähig ist. Und wenn wir ein Land aufnehmen, dann muss es klare Kriterien erfüllen. Und zwar im politischen Bereich, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im wirtschaftlichen Bereich. Es muss mithalten können in der Europäischen Union. Und dann muss es den sogenannten AKI erfüllen. Also es muss in der Rechtsetzung vergleichbare Regeln haben mit der Europäischen Union. Das ist ein Prozess. Selbst Finnland, was uns sehr ähnlich schon war vor dem Beitritt, hat dafür vier Jahre gebraucht. Was kann denn, Frau Barley, das EU-Parlament unternehmen, um zur Unterstützung der Ukraine beizutragen, sowohl was den EU-Beitritt angeht, aber eben auch das geplante Öl-Embargo gegen Russland zu beschleunigen? Das Europäische Parlament hat sehr klare Positionen bezogen. Das bezieht sich auf den Krieg selbst, auf die Aggressorolle Russlands, auf die Sanktionen, auf das, was man tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Natürlich müssen wir ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Wir müssen ihnen die Waffen zur Verfügung stellen und wir müssen Russland sanktionieren, so gut das eben geht. Dazu gehört auch ein Öl-Embargo. Dieses Öl-Embargo gehört dazu, sagen Sie, Frau Barley. Aber auf der anderen Seite haben wir Ungarn. Und bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass die Ungarn das Budapest also auch mitzieht. Es gibt in der EU das Herr Veto-Rett. Das heißt, alles muss einstimmig beschlossen werden. Also muss die EU sich da nicht auch reformieren? Muss das Parlament da nicht Druck auf die Kommission und vor allem die Staats- und Regierungschefs ausüben? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hier alles einstimmig beschlossen werden muss. Das stimmt nicht. Es sind nur, fast alles wird mit Mehrheit beschlossen. Es sind ganz wenige Entscheidungen, die mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen. Aber dazu gehört eben alles, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Und Steuern gehören dazu und auch die Energie immer dann, wenn die Europäische Union nicht originär zuständig ist. Viktor Orban blockiert. Orban ist ein Freund Putins. Wir haben diese Entwicklung, dass er eigentlich ein Stellvertreter Russlands am EU-Tisch ist, schon lange kommen sehen. Wir haben lange die Kommission davor gewarnt, dass sie nichts dagegen tut. Jetzt ist es so, jetzt ist er da, jetzt vertritt er die Positionen Russlands. Man muss allerdings sagen, an dem Punkt Öl-Embargo ist er nicht allein. Auch die Slowakei und andere Länder haben große Probleme, weil sie eben viel, viel abhängiger sind von russischer Energie als wir sogar. Frau Walli, heute ist ja die Außenministerin Deutschlands in der Ukraine, Annalena Baerbock. Welche deutschen und europäischen Spitzenpolitiker sollten Ihrer Ansicht nach denn dort ebenfalls so bald wie möglich hinreisen? Also ich, vielleicht liegt das daran, dass ich das Ganze hier mit etwas Entfernung betrachte aus Brüssel. Ich finde diese Diskussion seltsam. Es ist sicherlich nicht das, was am Ende der Ukraine hilft, wenn jetzt möglichst viele Leute dorthin reisen und möglichst schnell. Das sind auch symbolische Gesten. Das ist gut, das soll man tun. Aber daran hängt nun wirklich gar nichts. Viel wichtiger ist eine effektive Hilfe sowohl der Europäischen Union als auch Deutschlands. Und beides tun wir. Das ist der entscheidende Faktor. Und das bedeutet also auch, wie kann man der Ukraine denn weiterhin jetzt helfen? Nicht nur durch die Waffenlieferungen, die ja extrem wichtig sind. Aber wir haben ja heute auch gehört, dass alleine dort in der Ukraine Getreide für 8 Milliarden Euro festsitzt. Also muss man da nicht auch Wege finden unter dem europäischen Aspekt, dass man genau diese wichtigen Getreidelieferungen irgendwie rausbekommt? Das wäre natürlich ein wichtiges Ziel, sowohl für die Ukraine als auch für die Menschen, die auf diese Getreidelieferungen dringend angewiesen sind. Vor allen Dingen in Afrika sehen wir jetzt schon eine sich rasant ausbreitende Hungersnot. Natürlich ist das praktisch nicht einfach. Wir wissen, dass die Bahnstrecken zum Teil zerstört sind. Über die Schiffe, wie normalerweise das Getreide außer Landes gebracht wird, geht im Moment gar nichts, weil die Schwarzenmeerküste ja nun ein Kriegsschauplatz ist. Und auf dem sonstigen Landweg können Sie sich vorstellen, solche große Mengen mit LKWs zu transportieren, ist auch nicht so einfach. Also da tut man, was man kann. Aber das wird ohne eine Vereinbarung mit Russland, das über Schiffe zu erlauben, nicht möglich sein. Und die sehe ich im Moment nicht kommen. Katharina Barley, ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend nach Brüssel. Ihnen auch. Dankeschön. Ja, da brauchen wir jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schauen. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist bei uns im Studio. Guido, gib uns mal ein Update zum aktuellen Frontverlauf. Ja, ein Vertreter der US-Regierung hat den bisherigen Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass als blutarm bezeichnet. Das ist natürlich schon ein interessanter Ausdruck, wenn man sieht, welche blutige Kämpfe dort im Donbass stattfinden. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschallrakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen. Fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Also eine Hightech-Waffe, die man da jetzt wieder eingesetzt hat in Odessa, aber man muss sagen, taktisch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch andere Systeme einsetzen können, also auch große Symbolwirkung, um zu zeigen, ihr greift uns an und sorgt dafür, dass wir herbe Niederlagen dort haben mit unserer Schwarzmeerflotte. Wir haben moderne Waffen und zeigen euch, was wir können. Guido, danke für deine Ausführungen. Aber Christina und ich weisen dich nochmal darauf hin. Du hast es heute so plastisch für uns alles gezeigt. Du räumst das Studio nachher noch auf. Und ich hole den Besen persönlich. Danke, Guido. Guido, danke dir. Ja, der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtparks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er füllte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, wie unser Kollege Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Nach dem wochenlangen Wechseltheater steht nun endgültig fest, dass Erling Haaland, den die BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereinigten bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen. Der 21-Jährige hatte nämlich eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach Ersatz scheint der BVB schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. So viel also zum Thema Fußball, Carsten. Und wir müssen noch diskutieren. Eröffnungsspiel, ja, WM in München oder Finalspiel in Berlin. Schauen wir es beides an. Es ist das große Turnier, die Europameisterschaft 2024. Und du als Münchnerin, ich als Berlin, bist du natürlich froh. Tja, die beiden schönsten Stadien in der Republik, oder? Absolut. Ich freue mich drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da. Noch eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie also bei uns. Vielen Dank. In den Vororten Butscha und Irpin. Dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantold berichtet. Gleich zu Beginn ihres nicht ungefährlichen Besuchs kommt Annalena Baerbock nach Butscha, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwältin sammelt seit dem Abzug der Russen Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscha. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscha von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock schaut sich in der Kirche von Butscha die schrecklichen Fotos an. Von Massengräbern und Leichen, die gefesselt am Straßenrand liegen. Sie verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen verkündet Baerbock, sie hat nicht nur Worte mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Paul Sonntag ist uns jetzt direkt aus Kiew zugeschaltet. Paul, wir haben es also gehört, Annalena Baerbock trifft Präsidenten Zelensky. Was wird denn erwartet von diesem Gespräch? Offenbar hat sie ihn auch schon getroffen. Es sei ein offenes, konstruktives Gespräch gewesen. Man muss dazu sagen, jeder Termin der Außenministerin heute war nur ganz kurzfristig vorher angekündigt worden. Unter strenger Geheimhaltung auch vorher. Da ist nicht viel nach außen gedrungen. Ich würde sagen, allein dieses Symbol, das Zelensky jetzt auch tatsächlich die Außenministerin schon empfangen hat und nicht noch auf den Kanzler wartet, kann man als positives Zeichen werten und vielleicht auch gewissermaßen als Zeichen dahingehend, dass sich die Verhältnisse doch wieder normalisiert haben. Das hat man heute beim Treffen mit dem Außenminister Kuleba auch schon gemerkt. Das war demonstrative Freundschaft, die man da wirklich dargestellt hat. Man hat sich geduzt, man hat sich immer wieder Freundinnen und Freund genannt, immer wieder aufeinander Bezug genommen. Also da war eine deutliche Veränderung, zumindest was die Stimmung anging, dann zu merken. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch gemerkt hat. Annalena Baerbock hat sich doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, gerade wenn es um die Frage des möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Da haben wir ganz andere Töne von ihr gehört, als beispielsweise von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der das doch etwas auf die lange Bank schieben wollte. Ein kleines Hintertürchen hat sie sich noch aufgelassen, indem sie gesagt hat, naja, diese Beitrittsverhandlungen, die dauern gewöhnlicherweise sehr, sehr lange und man müsse da vielleicht eine Reform anstreben. Das an sich dauert aber natürlich auch wieder. Also insofern trotzdem aber das Signal klar gewesen, dass sie das eigentlich befürworten würde. Man hat den Eindruck, jetzt ist die Basis geschaffen, um möglicherweise eben in eine andere Zusammenarbeit, in eine andere Unterstützung in Zukunft dann überzuführen. Sie hat ja sogar davon gesprochen, Paul, dass die EU-Paragrafenreiterei im Fall Ukraine jetzt nun ein Ende haben muss. Aber wir haben es ja auch gesehen, sie hat mehrere Termine gehabt, sie war in Butcher, sie war in Irpen. Was bleibt von diesem Besuch? Hat sie vielleicht auch die Tür geöffnet für Kanzler Scholz, dass er der Nächste sein könnte oder aber auch der Bundespräsident? Ja, das zeigt auch einmal mehr, wie leicht sich Reporter auch in der Einschätzung irren können. Ich dachte eigentlich immer, dass das genau der Sinn und Zweck dieses Termins ist, dass man sich auf Außenminister-Ebene trifft, so wie das üblich ist. Und am Ende dann, wenn eben die Stimmungen passen, wenn eben die gegenseitigen Ankündigungen und Unterstützungen passen, dass man dann eben das große Treffen zwischen Scholz und Zelensky einfach vorbereitet. Jetzt hat man dem vorgegriffen, aber zumindest dahingehend ist das ein Erfolg für Annalena Baerbock, wenn sie dann wirklich tatsächlich auch von Zelensky schon empfangen wurde, auch wenn da nichts Substantielles tatsächlich dabei rumkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn da noch nichts angekündigt ist und noch nichts klar ist, dass das gewissermaßen den Weg freigemacht hat und dann auch hier am Ende Kanzler Scholz zu empfangen oder möglicherweise eben dann irgendwann auch mal den Bundespräsidenten Steinmeier. Paul, danke für den Moment und deine Einordnungen nach Kiew. Die Kämpfe gehen unterdessen in der Ukraine unverändert weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belegten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk Harren aus. Angeblich sollen sich noch mindestens 100 Zivilisten in den Ruinen befinden. Also der Krieg geht unvermindert weiter. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist nun bei uns im Studio. Guido, bring uns mal auf den neuesten Stand, wie der aktuelle Frontverlauf aussieht. Ja, vielleicht erst einmal ein Mitglied der US-Regierung hat die Erfolge der Russen im Donbass als blutarm bezeichnet. Soll wahrscheinlich bedeuten, dass es da nicht wirklich vorangeht, aber trotzdem ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen missverstanden werden kann. Vor allem, wenn man sieht, wie blutig die Gefechte dort geführt werden zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Popasna, Kramatorsk, Charki, Fluhans, da toben wirklich schwere Gefechte. Dort gibt es immer wieder Artillerieangriffe der russischen Streitkräfte. Und dort versuchen sie weiterhin, Geländegewinne zu erzielen. Aber das geht sehr, sehr langsam voran und die Ukrainer verteidigen da sehr effektiv. Gucken wir auf Mariupol. In den letzten 24 Stunden 34 Luftangriffe alleine, unter anderem mit strategischen Bombern, die dort Bomben abgeworfen haben. Aber auch Schiffsartillerie ist eingesetzt worden, um Mariupol zu beschießen. Und dann gehen wir auf Odessa. Oder dort die Angriffe unter anderem mit drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal mit herkömmlichen Sprengköpfen. Denn diese Raketen können auch Nuklearsprengköpfe befördern. Und ganz interessant, groß taktisch ist das eigentlich nicht zu begründen. Dafür sind diese Hightech-Waffen eigentlich viel zu teuer und viel zu aufwendig. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer sehr geschickt in den letzten Tagen dort Nadelstiche gesetzt haben gegen die Schwarzmeerflotte der Russen und auch auf die Schlangeninsel. Wir sehen hier mal ein paar Bilder, wo man mit Drohnen, mit Kampfdrohnen aus türkischer Produktion, der sogenannten Bayraktar, die russischen Truppen auf der Schlangeninsel angegriffen hat. Und auch immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen hat und zerstören konnte. Und das sind große Erfolge, weil man natürlich ein wenig dafür sorgt, dass die Schwarzmeerflotte nicht zu dicht an die Küste herangelangt und man damit verhindert, dass es möglicherweise zu einer amphibischen Landungsaktion der Russen kommt. Keto, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, diese Hyperschallrakete, die die Russen eingesetzt haben. Was macht diese Waffe denn so besonders? Ja, dass sie so gut wie nicht verteidigt werden kann. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und zu dieser hohen Geschwindigkeit kommt, dass sie lenkbar ist. Wir können uns mal Bilder angucken von der Kindschall. Das Trägerflugzeug sehen wir hier ist eine MiG-31. Es kann aber durchaus auch von einem taktischen Bomber transportiert werden. Die Rakete wird praktisch im Flug gestartet und fällt erstmal ein bisschen und dann erst zünden die Feststofftriebwerke und katapultieren die Rakete dann bis auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer. Und dann wird die Rakete praktisch in einer semi-ballistischen Flugbahn, das kann man hier mal ein bisschen so sehen, nach oben befördert und dann die Erdanziehung sorgt dafür, dass die Rakete wieder nach unten Richtung Erde transportiert wird. 4000 Kilo Gewicht, 500 Kilogramm Sprengkopf, also eine Menge Splittersprengkopf, wenn sie denn einschlägt. Große Zerstörung, das haben wir jetzt auch in Odessa gesehen und mehr als 12.000 Stundenkilometern, das ist das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit, also extrem hoch. Und die ist schon gefürchtet, weil es momentan eigentlich keine richtige Waffe dagegen gibt. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach mehr symbolisch eingesetzt in Odessa, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr uns mit solchen Nadelstichen bekämpft, dann setzen wir unsere Hightech-Waffen ein. Und ganz interessant vielleicht noch, dadurch, dass die Rakete außerhalb der Erdatmosphäre beschleunigt wird und dann wieder auf die Erde niederfällt, ist sie speziell beschichtet. Denn ansonsten würde diese hohe Kompressionswärme dafür sorgen, dass sie praktisch verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Also eine sehr effektive Waffe, aber taktisch gesehen hätte man das jetzt nicht nutzen müssen, um Odessa zu bombardieren. Und Guido Schmidtke, diesmal mit Anschauungsmaterial bei uns im Studio, vielen Dank dafür. Ich habe vergessen, aufzuräumen, du, ja? Danke. Und auch im Süden der Ukraine stockt ja der Vormarsch der Russen, wie Guido uns eben gezeigt hat. Kiviri, das ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie auch Saborizia. Sie galten ja schon als die nächsten potenzielle Ziele von Wladimir Putin. Denn von einer schnellen Eroberung kann aber längst keine Rede mehr sein. Und von der Grenze zur russisch besetzten Region Kherson berichtet unser Kollege Michael Wöhlenweber. Das ist eine Kriegshochzeit. Pavlo und Inna haben beschlossen, überstürzt zu heiraten. Pavlo hat zwei Tage Fronturlaub bekommen. Gäste sind nicht geladen. Wir sind im Süden der Ukraine, in Kiviri. Schnelles Ja-Wort, Ringe tauschen. Überglücklich trägt Pavlo seine Braut über die Schwelle. Zumindest für ein paar glückliche Momente wird versucht, den Krieg zu vergessen. Ja, wie soll ich es sagen? Wir wollten ohnehin heiraten. Aber wegen des Krieges haben wir uns entschlossen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, versucht Pavlo, schneidig zu erklären. Die Braut frage ich, ob sie denn keine Angst um ihren Mann habe. Die Gefahr lacht Inna weg. Nein, wir werden groß feiern mit der Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Am Tag darauf muss Pavlo wieder in den Krieg. Wir fahren im schon gewohnten Slalom nach Seljynodolsk. Frontstadt. Ab und zu hören wir von weiten Detonationen. Es war mal mehr, heißt es. Die wenigen Menschen, die noch hier sind, scheinen sich daran zu gewöhnen. Hier habe ich keine Angst. Ich hatte Angst vor den Russen in meinem Dorf. Das ist nicht weit von hier. Mein Leben hat sich nicht viel geändert. Ich bin überzeugt, unsere Armee wird die Stadt verteidigen. Die Region gehört im Süden zu den meist Beschossenen. Aber die Russen kommen nicht mehr richtig voran, freut sich dieser Offizier, der uns erklärt, wo die Front sich schlängelt. Die Russen sind im nächsten Dorf, keine 10 Kilometer entfernt. Die Front hier ist rund 100 Kilometer lang. Viele Menschen haben sich mit dem Fahrrad nach Seljynodolsk gerettet, sind einfach durch die Front geradelt. 400 Drahtesel stapeln sich inzwischen hier mit weißen Bändern am Lenkrad. Die sollten bei der Flucht vor Beschuss aus dem Hinterhalt schützen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, hofft Evgeny, werden die Besitzer sie abholen. Nach dem Sieg. Und bei uns im Studio begrüßen wir Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Es ist guten Abend, Herr Roth. Guten Abend, Herr Roth. Danke für die Einladung. Sie kommen ja direkt aus der Fraktionssitzung im Prinzip. Heute ist Annalena Baerbock als erstes Kabinettsmitglied in Kiew zu Besuch. Wie ist denn so die Stimmung in der Fraktion? Sie hat den richtigen Ton dort getroffen? Das ist ein weiteres wichtiges Signal der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine. In dramatischen Zeiten. Am vergangenen Sonntag war die Bundestagspräsidentin in Kiew und hat dort hochrangige Gespräche geführt. Das hat auch nochmal ein ganz wichtiges Signal ausgesendet, auch seitens des Parlaments. Denn wir haben im Deutschen Bundestag vor anderthalb Wochen einen wegweisenden Beschluss getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und dieser Beschluss ist mit breiter Mehrheit getroffen worden, auch mit großen Teilen der Opposition von CDU und CSU. Das ist gut und dafür sind wir auch dankbar. Und heute nochmal die Eröffnung unserer Botschaft in Kiew. Auch das ist nochmal ein wichtiges Zeichen unserer Präsenz, auch in Kriegszeiten. Und wir schließen damit an, an das, was auch andere europäische Staaten und andere Partner in der Welt schon getan haben, ihre Botschaften gerade jetzt wieder zu eröffnen. Aber wir sprechen von einer Minimalbesetzung und andere Partner aus Europa und auch die Vereinigten Staaten haben das bereits vor Wochen getan. Kommt das nicht ein bisschen zu spät? Das ist sehr abhängig von der Sicherheitslage. Das ist sehr abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Ich glaube nicht, dass da jetzt die Tage zählen. Ich finde es aber gut, dass die Außenministerin persönlich hingefahren ist, um diese Botschaft zu eröffnen. Dann machen wir uns nichts vor. Das ist nach wie vor noch lebensgefährlich. Und ich finde, dass auch wir Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung stehen, gegenüber unseren Diplomatinnen und Diplomaten verantwortbarer Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt ein Signal, das hoffentlich auch ausstrahlt über die Ukraine hinaus. Und deswegen ist das heute sicherlich eine wichtige und eine notwendige Reise gewesen. Herr Roth, Sie waren ja selber dort. Jetzt ist heute Annalena Baerbock da. Sie sprechen ja von einem Signal, das eben in die Welt hinaus strahlt. Müsste nicht auch der deutsche Bundeskanzler, müsste nicht auch Olaf Scholz dorthin fahren? Also erstmal bin ich froh, dass die Diskussionen zwischen der Ukraine und der Bundesregierung beendet sind. Da hat es ein gutes, klärendes Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten Zelensky gegeben. Und damit ist auch dieser Stein aus dem Weg geräumt. Mich nervt an der Diskussion eigentlich nur eines. Es ist eine sehr persönliche Geste. Und ich finde, dass es nicht hilfreich ist, wenn fortwährend auch Druck von außen ausgeübt wird. Ich möchte jetzt nichts miteinander vergleichen, was man nicht vergleichen sollte. Und ich möchte es erst recht nicht gleichsetzen. Aber stellen wir uns mal einen Moment vor. Willy Brandt wäre damals wochenlang aufgefordert worden, nach Warschau zu fahren und auf die Knie zu gehen. Und ich glaube, so eine Geste, die muss ohne Druck aus freier Entscheidung heraus geschehen. Und deswegen respektiere ich die Entscheidung des Bundeskanzlers. Bin mir aber ziemlich sicher, dass auch weitere Mitglieder der Bundesregierung vielleicht sogar in Bälde der Bundespräsident reisen werden. Es wird noch genügend Anlässe geben, weil ich befürchte, auch nach der furchtbaren Rede von Putin gestern anlässlich des Ende des Zweiten Weltkrieges, wir noch mit einem etwas längeren Verlauf dieses Krieges werden rechnen müssen. Und das heißt, wir müssen weiter unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg übersteht als freies, souveränes, demokratisches Land. Das ist das eine. Das andere ist, hat Annalena Berberk heute ganz klar gemacht, die EU soll ihre Paragrafenreiterei lassen. Und die Ukraine ist Teil Europas und muss schnellstens in die EU aufgenommen werden. Mit einer Aussicht auf einen Kandidaten, dass man jetzt wird. Man hat ja auch den Antrag jetzt eingereicht. Wie sehen Sie das? Jetzt hat sich tatsächlich von Olaf Scholz diesen Auftrag bekommen, weil Scholz und Macron halten sich ja genau in dieser Frage der Mitgliedschaft noch zurück. Also ich bin für einen Kandidatenstatus für die Ukraine. Wir haben den Staaten des östlichen Europas, die unsere Werte teilen wollen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu lange die kalte Schulter gezeigt. Und es ist jetzt überfällig und es wäre ein mutmachendes Zeichen für diese geplagte Bevölkerung, die massiv unter den Folgen dieses grauenhaften Krieges leidet, wenn wir jetzt sagen, ihr gehört zu uns. Das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Es gibt ja kein Schnellverfahren. Auch das lehne ich ab. Aber jetzt ein Signal zu setzen, in diesen entscheidenden Wochen und Monaten für die Ukraine, setzt vielleicht auch noch mal Kräfte frei in der Ukraine, die sie dringend braucht, um sich gegenüber dem russischen Aggressor zu wehren. Aber Frankreichs Präsident Macron hat ja gesagt, er stellt sich eben so eine europäische politische Gemeinschaft vor, der nicht nur die EU angehört, sondern auch Beitrittskandidaten wie Bosnien, wie eben auch dann die Ukraine. Würde damit die EU nicht absolut obsolet? Also ich finde es erst mal gut, dass man Kandidatenländern schon auf dem langen Weg in Richtung EU ein Angebot unterbreitet, mit der Europäischen Union enger zusammenzuarbeiten. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Was aber nicht geht, ist, dass das ein Ersatz ist für eine vollständige EU-Mitgliedschaft. Also eine engere Zusammenarbeit während dieses Weges, finde ich richtig. Und deswegen sollten wir diesen Vorschlag von Präsident Macron auch prüfen. Aber es darf nicht der Ersatz sein. Denn den Staaten des westlichen Balkans, den Staaten haben wir seit 2003 eine EU-Perspektive eröffnet. Es ist viel geleistet worden. Deswegen müssen wir auch dort unsere Versprechungen erfüllen, insbesondere gegenüber Nordmazedonien und Albanien, aber auch gegenüber dem Kosovo, was die Visa-Liberalisierung anbelangt. Und die Ukraine möchte gar nicht irgendwie so Mitglied eines lockeren Teams werden, sondern sie will Mitglied der EU werden. Und wenn sie die Bedingungen erfüllt und dabei sollten wir sie nach Kräften unterstützen, hat sie es auch verdient, vollständiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und dass das Zeit braucht, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite haben wir dieses EU-Öl-Embargo gegen Russland, was kommen soll. Und da hat Annalena Baerbock heute auch nochmal sich nicht klar geäußert. Und die Ukraine hat es ja nochmal gefordert. Aber in diesem Punkt, da eigentlich steht der Westen geschlossen. Die EU, die NATO hinter diesem Aggressionskrieg gegen Russland hat bereits fünf Sanktionspakete beschlossen. Aber warum dauert es so lange mit dem Sechsten? Warum spricht die EU da nicht mit einer Stimme? Vor allen Dingen, ist da dieses Vetorecht, was Ungarn hat, wirklich das große Problem? Muss sich da die EU ändern in der Zukunft? Natürlich muss sie sich ändern. Sie muss entscheidungsfähiger werden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja weitreichende Sanktionspakete beschlossen, die nicht nur sehr, sehr schmerzhaft für Russland sind, sondern die auch uns einiges abverlangen. Und trotzdem haben wir in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, inzwischen fünf Pakete auf den Weg gebracht. Und ja, es wurde ja immer wieder fälschlicherweise behauptet, Deutschland stünde auf der Bremse. Jetzt erleben wir, dass Ungarn partout nicht will. Und da muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber ich bin auch Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er jetzt auch mit dem Team G7 verabredet hat, dass auch alle G7-Staaten dem amerikanischen Beispiel folgen und sich dem Öl-Embargo anschließen werden. Das heißt, sie werden die Öllieferungen aus Russland stoppen. Das ist gut. Michael Roth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. So, Christina, wir sind mit einer Einmeldung aus der Welt des Sportes eingestiegen. Jetzt haben wir schon wieder eine Einmeldung. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt verkaufst. Als Münchnerin, als Berliner? Ja. Also als Berliner bin ich natürlich sehr stolz. Berlin wird nämlich Gastgeber des Finales der EM 2024 in Berlin werden. Ich sage ja, wir haben das schönste Stadion in Deutschland. Aber naja, du als Münchnerin. Und das Öffnungsspiel, was er jetzt vergessen wollte fast, das vergab das Exitivkomitee der Europäischen Fußballunion UEFA am Dienstag, nämlich nach München. München, die schöne bayerische Landeshauptstadt. Genau. Ist okay. Du kriegst eins, ich kriegst eins. Es sind ja noch mehr Spieler, aber finde ich schon okay. München als Öffnungsspiel. Und wir sollten beide Urlaub einreichen, um das Öffnungsspiel zu sehen. Ist nicht. Wir werden hier sitzen und moderieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie ja zeitweise geschlossen werden. Und ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag. Das entschieden die Karlsruher Richter. Geklagt hatte eine Restaurantbetreiberin aus Berlin. Erstmals seit mehr als 60 Jahren, da war sie das letzte Mal schwanger. Nämlich fehlte Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung in London. Und stattdessen hielt der Thronfolger, der älteste Sohn der Königin Prinz Charles, die Regierungserklärung. Mit der prunkvollen Zeremonie wird ja traditionell eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Zuvor hatte der Buckingham Palace mitgeteilt, dass die 96-Jährige wegen eingeschränkter Beweglichkeit auf diese Rede verzichten hätte. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtperks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er führte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger nun gefasst worden. Seit Februar müssen sich ja bereits sechs Verdächtige wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Am Ende des Prozesses konnte jetzt ein 22-Jähriger festgenommen werden. Er soll das grüne Gewölbe im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Bei dem Raub wurden 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Der Raub geht vermutlich auf das Konto von Mitgliedern der kriminellen libanesischen Großfamilie Remmo. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch der Kiewer Vororte Butschau und Irpin erschüttert von den dort begangenen Kriegsverbrechen gezeigt. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, so die grünen Politikerin. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba erklärte sie, Deutschland werde künftig komplett ohne Energie aus Russland auskommen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist ist. Ja, und das lassen wir natürlich einordnen von unserem politischen Korrespondenten Achim Unser. Er ist für uns vor dem Kanzleramt. Achim, man kann es ja so sagen, Außenministerin Baerbock nun in Kiew, aber vom Kanzler geschickt. Hat sie ihren Auftrag erfüllt? Ich würde schon mal sagen, ja, sie hat ja vor allem eben sich auch ein Bild von der Lage vor Ort machen wollen, um eben auch dann dieses Bild an den Kanzler weiterzugeben. Das war bestimmt eine der Aufgabenstellungen. Das andere war natürlich auch, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und sie ist ja auch hingegangen, um den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen bei der Aufklärung jener Taten in Butschar. Das hat sie ja explizit auch nochmal gesagt. Also das waren schon mal so die drei Aufgabenstellungen, die sie hatte. Und ich habe darüber über diese Reise mit Jürgen Trittin gesprochen, dem Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss, und habe ihn nochmal dazu befragt, was er sich von der Reise von Annalena Baerbock erhofft. Ich glaube, von dieser Reise geht ein klares Signal aus. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest an der Seite der angegriffenen Ukrainer und wir wollen unseren Kurs der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Sie hat ja auch gesagt, bei der Reise ist auch hier, um den Internationalen Strafgerichtshof sozusagen ihn zu unterstützen, weil eben diese Taten in Butschar zum Beispiel nicht ungesünd bleiben dürfen. Es sind dort Taten begangen worden, die auch nach den internationalen Regeln und nach dem Weltstrafrechtsprinzip in Deutschland und anderswo strafbar sind. Es ist nötig, das aufzuklären, weil Straflosigkeit ist eine Ermunterung für künftige Täter. Frau Baerbock trifft da jetzt auch Herrn Selenski und der sagt ja immer, mit leeren Händen brauchen wir nicht kommen. Was bringt sie ihm denn mit? Ich glaube, sie bringt etwas mit, was, glaube ich, sehr viel wert ist, nämlich das gemeinsame Willen fast aller demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Ukraine weiterhin nach den besten Möglichkeiten zu unterstützen. Jetzt war es ja so, dass die Regierung bei den Waffenlieferungen immer erst gesagt hat, Frau Baerbock war eine der Ersten, die gesagt hat, übrigens schwere Waffen werden auch gebraucht, oder das sollten wir liefen, die aber sich doch da zögerlich verhalten hat. Das wurde ja auch im Ausland, auch in der Ukraine beobachtet. War das wirklich eine zielführende Strategie, da immer so ein bisschen scheibchenweise da mit Neuerungen herauszukommen? Es geht nicht um scheibchenweise, sondern die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, der Bundeskanzler waren in dieser Frage immer völlig klar. Wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie, aber wir sorgen dafür, dass Deutschland und die NATO nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland reingezogen werden. Und das ist etwas, was man sorgfältig abwägen muss. Und ich glaube, es ist klug, dass wir das sorgfältig abgewogen haben. Das entspricht auch dem Bedürfnis vieler Menschen in diesem Lande. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die haben frühzeitiger schwere Waffen geliefert, die auch schon dort sind. Unsere sind ja erst auf dem Weg. Es kommt hinzu, dass wir teilweise über das nicht verfügen, was gerne gewünscht worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne meinen europäischen Nachbarn zu nahe treten wollen, da sind auch viele Waffenlieferungen in der Presse angekündigt werden. Wenn ich mir die Gesamtbilanz angucke, stehen die Deutschen nicht so schlecht. Glauben Sie, dass die deutsche Presse und auch die Opposition zu kritisch in diesem Punkt mit der Regierung umgehen? Ich habe gar nicht zu beurteilen, wie die Presse sich an dieser Stelle verhält. Ich glaube aber, dass der Grundsatz, dass wir der Ukraine zur Seite stehen, aber jede Kriegsbeteiligung Deutschlands vermeiden werden, dass dieser Grundsatz von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung so getragen wird. Und das verbietet es, schlanke Erklärungen zu machen, weil man beispielsweise von einem Partygate ablenken will oder ähnlichen Dingen. Der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, wann er reist. Auch da ist es ähnlich, dass da der Druck groß auf ihn ist. Er wirkt teilweise ein bisschen wie ein Getriebener. Einerseits die Einladung von Herrn Zelensky, andererseits wieder auch die Opposition, die sagt, wann reisen Sie denn endlich, Herr Scholz? Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss er denn bald reisen? Relativ ganz einfach. Wenn Herr Zelensky nicht unter Anstiftung der Bild-Zeitung Frank Steinmeier ausgeladen hätte, wäre Herr Scholz schon lange da gewesen. Heißt das, dass Herr Steinmeier zuerst reisen muss, dann kann Herr Scholz? Ich glaube, dass Herr Scholz und Herr Steinmeier sich darüber genau verständigen werden. Und mit der Korrektur der Position der Ukraine war ja auch erst die Reise von Frau Baerbock möglich. Genau. Jetzt ist es so, dass ja am Ende Mai dann ein EU-Gipfel zu dem Thema ist. Wäre das nicht, sage ich mal, der späteste Zeitpunkt, dass er dort, wenn er dort ankommt, dass er sagen kann, ja, ich war dort, habe mir ein Bild über die Lage gemacht? Ich gehe davon aus, dass wir so eine Reise sehen werden. Und wir werden sie sehen, wenn die Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind. Und nochmal, es wäre klüger gewesen, wenn man den Bundespräsidenten nicht ausgeladen hätte. Dann hätten wir diese Diskussion. Und die ist aber nicht dem deutschen Bundeskanzler anzulasten, sondern die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der ukrainischen Seite. Gestern war der französische Staatspräsident zu Gast bei Olaf Scholz. Und da sprach Emmanuel Macron von einem neuen Gebilde, einem politischen europäischen Bündnis, in das dann auch die Ukraine eintreten könnte, wo man dann eben sozusagen auch Möglichkeit bei Sicherheit oder bei anderen, auf anderen Themenfeldern eng zusammenarbeitet. Natürlich vor dem Hintergrund, weil Emmanuel Macron auch gesagt hat, ein EU-Beitritt sei eben ein sehr langwieriges Projekt. Ist das die mögliche, sage ich mal, Ausweichlösung dieses Problems, dass die Ukraine ja eigentlich schnell in die EU will? Wir haben ein reales Problem. Die Ukraine war schon vor dem Krieg, den Russland da vom Zaun gebrochen hat, am 24. Februar, kaum wäre nicht in der Lage gewesen, der Europäischen Union beizutreten. Das ist ja nicht so, als wenn man einem Sportverein beitritt. Dann muss man beispielsweise die gesamte Wirtschaft entsprechend umbauen. Man muss wettbewerbsfähig sein, um am Wienmarkt bestehen zu können. Deswegen ist der Hinweis von Emmanuel Macron richtig, dass ein solcher Beitrittsprozess eine Weile braucht. Ich bin auch sehr dafür, den beschleunigt und so schnell wie möglich zu führen. Aber er wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es gibt gleichzeitig das Erfordernis, wenn in einer politischen Beendigung der Feindseligkeiten, ich vermeide das Wort Waffenstillstand und das Wort Frieden sowieso, wenn dort ist, dass es dann auch Garantien geben muss für die Ukraine, dass sie nicht erneut wieder überfallen wird. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das steht nicht im Widerspruch zu einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union, sondern ist Bestandteil desselben. Also das heißt, Sie befürworten das, dass man an einem möglichen neuen Konstrukt da arbeitet? Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zeit, wo der Beitritt läuft, parallel dazu auch Maßnahmen finden, wie die Ukraine besser mit Europa verbunden werden kann. Ja, wir haben es gehört, Jürgen Trittin als Vertreter der Ampelkoalition ist der Meinung, dass vor allem diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier der Hinderungsgrund war, warum Olaf Scholz noch nicht die Ukraine bereist hat. Aber dieser Hinderungsgrund ist ja jetzt weg, ist ja ausgeräumt. Insofern können wir davon ausgehen, dass Olaf Scholz demnächst in die Ukraine reist. Jürgen Trittin war da auch ganz guter Dinge, dass das demnächst passiert. Guten Abend in Die Welt am Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelensky Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscha und Irpin, dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantol berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscha anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscha, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscha. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporter-Kollege Paul Sonntag ist zu uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert. Aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budja wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt, sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist, man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft zieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Wir sind mitten im Krieg und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Asowstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut. Auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und Weltreporter Alfred Hackensberger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Ja, Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast. Immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unter dem Tag. Aber wir waren heute in Siversk. Das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist. Und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche, typische Feuerwerk dieser einzelnen Bomben für über eine Minute. Die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das macht die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter. Es sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschließt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Gradraketen. Und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Wie bewegt ihr euch fort? Wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Man handelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren, ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau. Und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und konnten ja sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht, so wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne und da mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für diese Eindrücke nach Dozh Kivka und du und dein Kameramann. Ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensberger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt bzw. in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden. Und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm. Also sehr, sehr schwer. Splittersprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern. Und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten. Aber die deutsche Botschafterin Frau Feldenhusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen, wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihm gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein. Wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA, es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa, aber die Deutschen wollten es nicht hören. Und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung. Und leider Gottes hat es sich bewahrheitet und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also dem Diktator der Chinesen in der westlichen Welt und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also solche, die oftmals Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein. Denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studio, Carsten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm. Zum ersten Mal, muss man sagen. Lea Freist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige liest die Vorhaben der Regierung vor, die Queens Speech ohne die Queen. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, obgleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußballnationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins The Athletic einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er wechselt ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Premier League Verein verlassen werde. So, und noch ein weiterer Wechsel ist jetzt bestätigt. Nach wochenlangem Theater steht fest, dass Erling Haaland den BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereine bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 75 Millionen Euro betragen, denn der 21-Jährige hatte beim BVB eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach dem Ersatz scheint der BVB auch schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. Und wir blicken aufs Börsenparkett. Die Börse im Überblick von Franziska Schimpke. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte März gerutscht. An diesem Dienstag hat man einen klassischen Turnaround-Tuesday aufs Parkett gelegt. Im Tageshoch der DAX sogar über den 13.700 Punkten. Allerdings eine erneut schwächelnde Wall Street, die drückt auf die Stimmung, kostet dem DAX ein bisschen Kraft. Trotzdem kann er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel gehen. 13.535 der Schlussstand in Frankfurt. Größter Gewinner das Papier von Bayer. Da gab es Zahlen, die werden von Seiten der Experten als sehr stark eingestuft. Und letztlich hat sich dieses Bild auch bei den Anlegern durchgesetzt. Über 5 Prozent fester geht die Aktie aus dem Handel. Die Deutsche Post Henkel oder aber auch Siemens gefragt. Auf der Verliererseite hingegen das Papier der Porsche Holding. Den Gewinn hat man verdoppelt. Es gab aber weiter keine Details zu einem Börsengang von Porsche. Die Aktie am Ende 3 Prozent im Minus. Fresenius nach einem negativen Analystenkommentar schwächer. Aber auch HelloFresh und Kia gehen im roten Bereich. Das berühmte Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Der stolze Kaufpreis beträgt umgerechnet 185 Millionen Euro. Damit ist das Werk der teuerste Warhol, der jemals versteigert wurde. Der Pop-Up-Künstler schuf das bemalte Foto des Hollywood-Stars 1964. Der Siebdruck ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte... Guten Abend in die Welt am Abend. Guten Abend. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Ja, nach den diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine dankte Selenskien und der Bundesrepublik für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo das Massaker und das heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold fasst diesen Baerbock-Besuchstag in Kiew zusammen. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und damit schauen wir nach Kiew, direkt vor die deutsche Botschaft, also in Kiew, die heute wieder in Minimalbesetzung geöffnet worden ist. Max Hermes ist für uns dort und Max, du hast den ganzen Tag über Außenministerin Baerbock beobachtet und natürlich auch begleitet. Dein Eindruck? Ja, die Bundesaußenministerin hat sich hier ein Bild der Lage gemacht und sie hat es selbst ein bisschen so beschrieben. Eine trügerische Ruhe, die ja man hier feststellt in Kiew. Wenn man hier auf die Straße geht, da sieht man Menschen, die sich hier ein Eis kaufen, die hier essen gehen. Alles wirkt hier sehr, sehr friedlich. Der Krieg wirkt hier sehr weit weg. Deshalb hat sie auch schon so ein bisschen darüber geflaxt. Eigentlich könne man die Botschaft ja schon wieder mit vollem Personal eröffnen. Aber natürlich ist der Krieg hier weiterhin im Land vor Ort. Und das hat man auch ganz deutlich eben dort gesehen, wo die Bundesaußenministerin gewesen ist, nämlich in Butscha, Irpin. Da hat sie sich nochmal ein Bild der Zerstörung machen können. Und insbesondere Butscha, das ist ja weltweit bekannt geworden durch die Massengräber dort. Da hat sie sich noch einmal die Bilder auch angeschaut von den Menschen, die dort auf der offenen Straße erschossen wurden. Und da war ihr ganz eindringlicher Appell, man möchte helfen. Wie möchte man helfen mit justiziabler Hilfe, nämlich die Menschen zur Verantwortung ziehen, die dafür habhaft gemacht werden können. Also man möchte Ermittler schicken, die auch die Ukraine dabei unterstützen, dass die vielen Zivilprozesse, die jetzt gegen mögliche Kriegsverbrecher hier geführt wurden, dass die auch wirklich alle vollstreckt werden, damit jeder seine gerechte Strafe bekommt, der hier Kriegsverbrechen begangen hat. Das war hier ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hat man natürlich gesprochen. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch einmal der mögliche EU-Beitritt der Ukraine ein Thema. Da hat Annalena Baerbock so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie selbst ein großer Fan des Ganzen natürlich ist, möchte aber allerdings auch nicht, dass man dieses Verfahren jetzt überstürzt. Man muss sich da einmal vor Augen führen, was da alles dazu gehört. Und da geht es eben beispielsweise auch um die Außengrenzen eines Landes. Und wie möchte man über die Außengrenzen der Ukraine momentan jetzt etwas verhandeln können? Die Außengrenzen bestehen jetzt noch nicht einmal richtig, das ist Kriegsgebiet. Also all das hat sie ein bisschen dann eingedämpft und gesagt, man dürfe da keine Erwartungen schüren, die jetzt erst einmal nicht erfüllt werden können. Das Ganze könne viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern, bis da diese Beitrittsverhandlungen bis zum Ende geführt wurden. Ob sie dann letztlich erfolgreich werden oder nicht, das wird man dann auch sehen. Die weiteren Zugeständnisse, die sie gemacht hat, eben sie hat noch einmal betont, wie wichtig es jetzt gewesen ist, dass man jetzt eben die Leopardpanzer geliefert hat. Das hätte hier in der Ukraine auch einen großen, großen Beifall aus der Politik gefunden. Das hat sie auch von ihrem Amtskollegen Kuleba noch einmal gehört. Das wäre wichtig gewesen, dass Deutschland jetzt da Leoparden liefert. Und der Gesamteindruck, man möchte helfen vor allem, man hilft jetzt militärisch einerseits schon und man möchte vor allem auch bei der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen helfen. Max, danke für diese Einordnungen nach Kiew. Und damit blicken wir direkt weiter zu Achim Unser am Bundeskanzleramt zugeschaltet. Achim, eine große Mehrheit der Deutschen würde es befürworten, wenn auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen würde. Aber auf seiner Pressekonferenz heute hat er wieder eine Frage dazu unbeantwortet gelassen. Ja, da hat sich zumindest eines geändert. Vor einiger Zeit war es noch so, dass sie ja die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, er soll nicht reisen. Da stand aber eben auch noch diese Steinmeier-Ausladung im Raum. Die ist ja jetzt mehr oder weniger ausgeräumt worden durch dieses Telefonat von Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten. Annalena Baerbock ist heute nun auch als erstes Regierungsmitglied dann in die Ukraine gereist. Und jetzt sehen wir es, okay, jetzt haben wir eine Mehrheit dafür, dass Olaf Scholz dann auch reist. Aber er hat es eben nicht beantwortet, diese Frage, weil er ist dann natürlich in der Position des Getriebenen mittlerweile. Immer wieder Fragen, dann der Druck von der Opposition, dann auch die Vorwürfe von ukrainischer Seite, dass er eben nicht kommt oder wo er denn bliebe. Man kann das vielleicht mehr so formulieren. Und Olaf Scholz mag das natürlich nicht, in dieser Rolle zu sein, des Getriebenen. und verweigert sich dem bislang. Jetzt muss man einfach mal abwarten. Irgendwann wird er vermutlich dann tatsächlich reisen. Ich denke, es könnte sein, dass das tatsächlich noch diesen Monat passiert, weil Ende des Monats ist ja ein großer EU-Gipfel dazu, zu dem Thema. Und ich denke, da wird er sich nicht vorwerfen lassen, dass er sich noch kein Bild von der Lage in der Ukraine gemacht hat. Achim, vielen Dank dir vor das Kanzleramt. Die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen also unverändert weiter. Die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun ja vor allem weiterhin auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die hochmodernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben davon. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Und aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Vedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Export läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Schönen guten Abend, Frau Barley. Guten Abend. Guten Abend. Frau Barley, die Ukraine treibt ja den EU-Beitritt voran. Präsident Zelensky will schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erreichen. Seine Regierung hat ja sogar den Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag bereits fertig übergeben. Was spricht denn für einen möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine Ihrer Meinung nach? Dieser EU-Beitritt oder das Verfahren dazu ist ja im Moment vor allen Dingen ein symbolischer Akt. Also wir wollen ganz klar festhalten und auch der Ukraine zeigen, dass sie zu Europa gehört und dass sie ihren Platz in unserer Gemeinschaft hat. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Aufnahme dann nochmal sehr klare Kriterien erfüllen muss. Und davon ist die Ukraine noch eine ganze Weile entfernt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat ja heute nochmal klar gesagt, die EU soll von ihrer Paragrafenreiterei runterkommen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Ist sie da vielleicht ein bisschen schnell gewesen? Denn der französische Präsident und auch der Bundeskanzler, die halten sich da ja noch ein bisschen bedeckt. Ja, also ich finde das eine ziemlich gewagte und wenig nachvollziehbare Äußerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir ein Land in die Europäische Union aufnehmen, dann ist es da. Und zwar hoffentlich für immer. Und wir haben jetzt schon einige Mitgliedstaaten, mit denen wir große Probleme haben. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob die Europäische Union im jetzigen Status überhaupt aufnahmefähig ist. Und wenn wir ein Land aufnehmen, dann muss es klare Kriterien erfüllen. Und zwar im politischen Bereich, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im wirtschaftlichen Bereich. Es muss mithalten können in der Europäischen Union. Und dann muss es den sogenannten AKI erfüllen. Also es muss in der Rechtsetzung vergleichbare Regeln haben mit der Europäischen Union. Das ist ein Prozess. Selbst Finnland, was uns sehr ähnlich schon war vor dem Beitritt, hat dafür vier Jahre gebraucht. Was kann denn, Frau Barley, das EU-Parlament unternehmen, um zur Unterstützung der Ukraine beizutragen, sowohl was den EU-Beitritt angeht, aber eben auch das geplante Öl-Embargo gegen Russland zu beschleunigen? Das Europäische Parlament hat sehr klare Positionen bezogen. Das bezieht sich auf den Krieg selbst, auf die Aggressorolle Russlands, auf die Sanktionen, auf das, was man tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Natürlich müssen wir ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Wir müssen ihnen die Waffen zur Verfügung stellen und wir müssen Russland sanktionieren, so gut das eben geht. Dazu gehört auch ein Öl-Embargo. Dieses Öl-Embargo gehört dazu, sagen Sie, Frau Barley. Aber auf der anderen Seite haben wir Ungarn. Und bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass die Ungarn das Budapest also auch mitzieht. Es gibt in der EU das Veto-Rett. Das heißt, alles muss einstimmig beschlossen werden. Also muss die EU sich da nicht auch reformieren? Muss das Parlament da nicht Druck auf die Kommission und vor allem die Staats- und Regierungschefs ausüben? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hier alles einstimmig beschlossen werden muss. Das stimmt nicht. Es sind nur, fast alles wird mit Mehrheit beschlossen. Es sind ganz wenige Entscheidungen, die mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen. Aber dazu gehört eben alles, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Und Steuern gehören dazu und auch die Energie immer dann, wenn die Europäische Union nicht originär zuständig ist. Viktor Orban blockiert. Orban ist ein Freund Putins. Wir haben diese Entwicklung, dass er eigentlich ein Stellvertreter Russlands am EU-Tisch ist, schon lange kommen sehen. Wir haben lange die Kommission davor gewarnt, dass sie nichts dagegen tut. Jetzt ist es so. Jetzt ist er da. Jetzt vertritt er die Positionen Russlands. Man muss allerdings sagen, an dem Punkt Öl-Embargo ist er nicht allein. Auch die Slowakei und andere Länder haben große Probleme, weil sie eben viel, viel abhängiger sind von russischer Energie als wir sogar. Frau Barley, heute ist ja die Außenministerin Deutschlands in der Ukraine, Annalena Baerbock. Welche deutschen und europäischen Spitzenpolitiker sollten Ihrer Ansicht nach denn dort ebenfalls so bald wie möglich hinreisen? Vielleicht liegt das daran, dass ich das Ganze hier mit etwas Entfernung betrachte aus Brüssel. Ich finde diese Diskussion seltsam. Es ist sicherlich nicht das, was am Ende der Ukraine hilft, wenn jetzt möglichst viele Leute dorthin reisen und möglichst schnell. Das sind auch symbolische Gesten. Das ist gut, das soll man tun. Aber daran hängt nun wirklich gar nichts. Viel wichtiger ist eine effektive Hilfe sowohl der Europäischen Union als auch Deutschlands. Und beides tun wir. Das ist der entscheidende Faktor. Und das bedeutet also auch, wie kann man der Ukraine denn weiterhin jetzt helfen? Nicht nur durch die Waffenlieferungen, die ja extrem wichtig sind, aber wir haben ja heute auch gehört, dass alleine dort in der Ukraine Getreide für 8 Milliarden Euro festsitzt. Also muss man da nicht auch Wege finden unter dem europäischen Aspekt, dass man genau diese wichtigen Getreidelieferungen irgendwie rausbekommt? Das wäre natürlich ein wichtiges Ziel, sowohl für die Ukraine als auch für die Menschen, die auf diese Getreidelieferungen dringend angewiesen sind. Vor allen Dingen in Afrika sehen wir jetzt schon eine sich rasant ausbreitende Hungersnot. Natürlich ist das praktisch nicht einfach. Wir wissen, dass die Bahnstrecken zum Teil zerstört sind. Über die Schiffe, wie normalerweise das Getreide außer Landes gebracht wird, geht im Moment gar nichts, weil die Schwarzmeerküste ja nun ein Kriegsschauplatz ist. Und auf dem sonstigen Landweg können Sie sich vorstellen, solche große Mengen mit LKWs zu transportieren, ist auch nicht so einfach. Also da tut man, was man kann, aber das wird ohne eine Vereinbarung mit Russland, das über Schiffe zu erlauben, nicht möglich sein. Und die sehe ich im Moment nicht kommen. Katharina Barley, ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend nach Brüssel. Ihnen auch, danke schön. Ja, da brauchen wir jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schauen. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist bei uns im Studio. Guido, gib uns mal ein Update zum aktuellen Frontverlauf. Ja, ein Vertreter der US-Regierung hat den bisherigen Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass als blutarm bezeichnet. Das ist natürlich schon ein interessanter Ausdruck, wenn man sieht, welch blutige Kämpfe dort im Donbass stattfinden. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1.000 bis 2.000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt. Und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen. Fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Also eine Hightech-Waffe, die man da jetzt wieder eingesetzt hat in Odessa, aber man muss sagen, taktisch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch andere Systeme einsetzen können. Also auch große Symbolwirkung, um zu zeigen, ihr greift uns an und sorgt dafür, dass wir herbe Niederlagen dort haben mit unserer Schwarzmeerflotte. Wir haben moderne Waffen und zeigen euch, was wir können. Guido, danke für deine Ausführungen. Aber Xenia und ich weisen dich nochmal darauf hin. Du hast es heute so plastisch für uns alles gezeigt. Du räumst das Studio nachher noch auf. Und ich hole den Besen persönlich. Danke, Guido. Guido, danke dir. Guido, danke dir. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, wie unser Kollege Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum heraus begangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Nach dem wochenlangen Wechseltheater steht nun endgültig fest, dass Erling Haaland, den die BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereinigten bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen. Der 21-Jährige hatte nämlich eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach Ersatz scheint der BVB schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizin-Check in Dortmund gesichtet. So viel also zum Thema Fußball, Carsten. Und wir müssen noch diskutieren, Eröffnungsspiel, ja, WM in München oder Finalspiel in Berlin. Schauen wir es beides an. Es ist das große Turnier, die Europameisterschaft 2024. Und du als Münchnerin, ich als Berliner, wir sind natürlich froh. Tja, die beiden schönsten Stadionen in der Republik, oder? Absolut, ich freue mich drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da. Noch eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie also bei uns. Schauen wir natürlich jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock ist dort und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die Grünpolitikerin wurde auch von Präsident Zelensky empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte er Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sicher einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantold berichtet. Gleich zu Beginn ihres nicht ungefährlichen Besuchs kommt Annalena Baerbock nach Butscher, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwältin sammelt seit dem Abzug der Russen Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock schaut sich in der Kirche von Butscher die schrecklichen Fotos an. Von Massengräbern und Leichen, die gefesselt am Straßenrand liegen. Sie verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen verkündet Baerbock, sie hat nicht nur Worte mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Paul Sonntag ist uns jetzt direkt aus Kiew zugeschaltet. Paul, wir haben es also gehört, Annalena Baerbock trifft Präsidenten Zelensky. Was wird denn erwartet von diesem Gespräch? Offenbar hat sie ihn auch schon getroffen. Es sei ein offenes, konstruktives Gespräch gewesen. Man muss dazu sagen, jeder Termin der Außenministerin heute war nur ganz kurzfristig vorher angekündigt worden. Unter strenger Geheimhaltung auch vorher. Da ist nicht viel nach außen gedrungen. Ich würde sagen, allein dieses Symbol, das Zelensky jetzt auch tatsächlich die Außenministerin schon empfangen hat und nicht noch auf den Kanzler wartet, kann man als positives Zeichen werten und vielleicht auch gewissermaßen als Zeichen dahingehend, dass sich die Verhältnisse doch wieder normalisiert haben. Das hat man heute beim Treffen mit dem Außenminister Kuleba auch schon gemerkt. Das war demonstrative Freundschaft, die man da wirklich dargestellt hat. Man hat sich geduzt, man hat sich immer wieder Freundinnen und Freund genannt, immer wieder aufeinander Bezug genommen. Also da war eine deutliche Veränderung, zumindest was die Stimmung anging, dann zu merken. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch gemerkt hat. Annalena Baerbock hat sich doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, gerade wenn es um die Frage des möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Da haben wir ganz andere Töne von ihr gehört, als beispielsweise von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der das doch etwas auf die lange Bank schieben wollte. Ein kleines Hintertürchen hat sie sich noch aufgelassen, indem sie gesagt hat, naja, diese Beitrittsverhandlungen, die dauern gewöhnlicherweise sehr, sehr lange und man müsse da vielleicht eine Reform anstreben. Das an sich dauert aber natürlich auch wieder. Also insofern trotzdem aber das Signal klar gewesen, dass sie das eigentlich befürworten würde. Man hat den Eindruck, jetzt ist die Basis geschaffen, um möglicherweise eben in eine andere Zusammenarbeit, in eine andere Unterstützung in Zukunft dann überzuführen. Sie hat ja sogar davon gesprochen, Paul, dass die EU-Paragrafenreiterei im Fall Ukraine jetzt nun ein Ende haben muss. Aber wir haben es ja auch gesehen, sie hat mehrere Termine gehabt. Sie war ein Butcher, sie war ein Irpin. Was bleibt von diesem Besuch? Hat sie vielleicht auch die Tür geöffnet für Kanzler Scholz, dass er der Nächste sein könnte oder aber auch der Bundespräsident? Ja, das zeigt auch einmal mehr, wie leicht sich Reporter auch in der Einschätzung irren können. Ich dachte eigentlich immer, dass das genau der Sinn und Zweck dieses Termins ist, dass man sich auf Außenminister-Ebene trifft, so wie das üblich ist. Und am Ende dann, wenn eben die Stimmungen passen, wenn eben die gegenseitigen Ankündigungen und Unterstützungen passen, dass man dann eben das große Treffen zwischen Scholz und Zelensky einfach vorbereitet. Jetzt hat man dem vorgegriffen. Aber zumindest dahingehend ist das ein Erfolg für Annalena Baerbock, wenn sie dann wirklich tatsächlich auch von Zelensky schon empfangen wurde, auch wenn da nichts Substantielles tatsächlich dabei rumkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn da noch nichts angekündigt ist und noch nichts klar ist, dass das gewissermaßen den Weg freigemacht hat. Und dann auch hier am Ende Kanzler Scholz zu empfangen oder möglicherweise eben dann irgendwann auch mal den Bundespräsidenten Steinmeier. Paul, danke für den Moment und deine Einordnungen nach Kiew. Die Kämpfe gehen unterdessen in der Ukraine unverändert weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belegten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfe über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Ankaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk, einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Charkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk Harren aus. Angeblich sollen sich noch mindestens 100 Zivilisten in den Ruinen befinden. Also der Krieg geht unvermindert weiter. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist nun bei uns im Studio. Guido, bring uns mal auf den neuesten Stand, wie der aktuelle Frontverlauf aussieht. Ja, vielleicht erst einmal ein Mitglied der US-Regierung hat die Erfolge der Russen im Donbass als blutarm bezeichnet. Soll wahrscheinlich bedeuten, dass es da nicht wirklich vorangeht, aber trotzdem ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen missverstanden werden kann. Vor allem, wenn man sieht, wie blutig die Gefechte dort geführt werden zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Popasna, Kramatorsk, Kharkiv, Luhansk, da toben wirklich schwere Gefechte. Dort gibt es immer wieder Artillerieangriffe der russischen Streitkräfte und dort versuchen sie weiterhin Geländegewinne zu erzielen. Aber das geht sehr, sehr langsam voran und die Ukrainer verteidigen da sehr effektiv. Gucken wir auf Mariupol. In den letzten 24 Stunden 34 Luftangriffe alleine, unter anderem mit strategischen Bombern, die dort Bomben abgeworfen haben. Aber auch Schiffsartillerie ist eingesetzt worden, um Mariupol zu beschießen. Und dann gehen wir auf Odessa. Dort die Angriffe unter anderem mit drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal mit herkömmlichen Sprengköpfen. Denn diese Raketen können auch Nuklearsprengköpfe befördern. Und ganz interessant, groß taktisch ist das eigentlich nicht zu begründen. Dafür sind diese Hightech-Waffen eigentlich viel zu teuer und viel zu aufwendig. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer sehr geschickt in den letzten Tagen dort Nadelstiche gesetzt haben, gegen die Schwarzmeerflotte der Russen und auch auf die Schlangeninsel. Wir sehen hier mal ein paar Bilder, wo man mit Drohnen, mit Kampfdrohnen aus türkischer Produktion, der sogenannten Bayraktar, die russischen Truppen auf der Schlangeninsel angegriffen hat und auch immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen hat und zerstören konnte. Und das sind große Erfolge, weil man natürlich ein wenig dafür sorgt, dass die Schwarzmeerflotte nicht zu dicht an die Küste herangelangt und man damit verhindert, dass es möglicherweise zu einer amphibischen Landungsaktion der Russen kommt. Keto, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, diese Hyperschallrakete, die die Russen eingesetzt haben. Was macht diese Waffe denn so besonders? Ja, dass sie so gut wie nicht verteidigt werden kann. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und zu dieser hohen Geschwindigkeit kommt, dass sie lenkbar ist. Wir können uns mal Bilder angucken von der Kindschall. Das Trägerflugzeug sehen wir hier ist eine MiG-31. Es kann aber durchaus auch von einem taktischen Bomber transportiert werden. Die Rakete wird praktisch im Flug gestartet und fällt erstmal ein bisschen und dann erst zünden die Feststofftriebwerke und katapultieren die Rakete dann bis auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer. Und dann wird die Rakete praktisch in einer semi-ballistischen Flugbahn, das kann man hier mal ein bisschen so sehen, nach oben befördert und dann die Erdanziehung sorgt dafür, dass die Rakete wieder nach unten Richtung Erde transportiert wird. 4000 Kilo Gewicht, 500 Kilogramm Sprengkopf, also eine Menge Splittersprengkopf, wenn sie denn einschlägt. Große Zerstörung, das haben wir jetzt auch in Odessa gesehen und mehr als 12.000 Stundenkilometern. Das ist das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit, also extrem hoch. Und die ist schon gefürchtet, weil es momentan eigentlich keine richtige Waffe dagegen gibt. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach mehr symbolisch eingesetzt in Odessa, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr uns mit solchen Nadelstichen bekämpft, dann setzen wir unsere Hightech-Waffen ein. Und ganz interessant vielleicht noch dadurch, dass die Rakete außerhalb der Erdatmosphäre beschleunigt wird und dann wieder auf die Erde niederfällt, ist sie speziell beschichtet. Denn ansonsten würde diese hohe Kompressionswärme dafür sorgen, dass sie praktisch verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Also eine sehr effektive Waffe, aber taktisch gesehen hätte man das jetzt nicht nutzen müssen, um Odessa zu bombardieren. Guido Schmidtke, diesmal mit Anschauungsmaterial bei uns im Studio. Die vergessen aufzuräumen, du, ja? Und auch im Süden der Ukraine-Stock, der Vormarsch der Russen, wie Gideon es eben gezeigt hat, Kiviri, das ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie auch Saporizhia. Sie galten ja schon als die nächsten potenzielle Ziele von Wladimir Putin. Denn von einer schnellen Eroberung kann aber längst keine Rede mehr sein. Und von der Grenze zur russisch besetzten Region Kherson berichtet unser Kollege Michael Wühlenweber. Das ist eine Kriegshochzeit. Pavlo und Inna haben beschlossen, überstürzt zu heiraten. Pavlo hat zwei Tage Fronturlaub bekommen. Gäste sind nicht geladen. Wir sind im Süden der Ukraine. In Kiviri. Schnelles Ja-Wort. Ringe tauschen. Überglücklich trägt Pavlo seine Braut über die Schwelle. Zumindest für ein paar glückliche Momente wird versucht, den Krieg zu vergessen. Ja, wie soll ich es sagen? Wir wollten ohnehin heiraten. Aber wegen des Krieges haben wir uns entschlossen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, versucht Pavlo, schneidig zu erklären. Die Braut frage ich, ob sie denn keine Angst um ihren Mann habe. Die Gefahr lacht Inna weg. Nein, wir werden groß feiern mit der Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Am Tag darauf muss Pavlo wieder in den Krieg. Wir fahren im schon gewohnten Slalom nach Seljynodolsk. Frontstadt. Ab und zu hören wir von weiten Detonationen. Es war mal mehr, heißt es. Die wenigen Menschen, die noch hier sind, scheinen sich daran zu gewöhnen. Hier habe ich keine Angst. Ich hatte Angst vor den Russen in meinem Dorf. Das ist nicht weit von mir. Mein Leben hat sich nicht viel geändert. Ich bin überzeugt, unsere Armee wird die Stadt verteidigen. Die Region gehört im Süden zu den meist Beschossenen. Aber die Russen kommen nicht mehr richtig voran, freut sich dieser Offizier, der uns erklärt, wo die Front sich schlängelt. Die Russen sind im nächsten Dorf, keine 10 Kilometer entfernt. Die Front hier ist rund 100 Kilometer lang. Viele Menschen haben sich mit dem Fahrrad nach Seljynodolsk gerettet, sind einfach durch die Front geradelt. 400 Radesel stapeln sich inzwischen hier mit weißen Bändern am Lenkrad. Die sollten bei der Flucht vor Beschuss aus dem Hinterhalt schützen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, hofft Evgeny, werden die Besitzer sie abholen. Nach dem Sieg. Und bei uns im Studio begrüßen wir Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Es ist guten Abend, Herr Roth. Schönen Abend, Herr Roth. Danke für die Einladung. Sie kommen ja direkt aus der Fraktionssitzung im Prinzip. Heute ist Annalena Baerbock als erstes Kabinettsmitglied in Kiew zu Besuch. Wie ist denn so die Stimmung in der Fraktion? Sie hat den richtigen Ton dort getroffen? Das ist ein weiteres wichtiges Signal der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine. In dramatischen Zeiten. Am vergangenen Sonntag war die Bundestagspräsidentin in Kiew und hat dort hochrangige Gespräche geführt. Das hat auch nochmal ein ganz wichtiges Signal ausgesendet, auch seitens des Parlaments. Denn wir haben im Deutschen Bundestag vor anderthalb Wochen einen wegweisenden Beschluss getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und dieser Beschluss ist mit breiter Mehrheit getroffen worden, auch mit großen Teilen der Opposition von CDU und CSU. Das ist gut und dafür sind wir auch dankbar. Und heute nochmal die Eröffnung unserer Botschaft in Kiew. Auch das ist nochmal ein wichtiges Zeichen unserer Präsenz, auch in Kriegszeiten. Und wir schließen damit an, an das, was auch andere europäische Staaten und andere Partner in der Welt schon getan haben, ihre Botschaften gerade jetzt wieder zu eröffnen. Aber wir sprechen von einer Minimalbesetzung und andere Partner aus Europa und auch die Vereinigten Staaten haben das bereits vor Wochen getan. Kommt das nicht ein bisschen zu spät? Das ist sehr abhängig von der Sicherheitslage. Das ist sehr abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Ich glaube nicht, dass da jetzt die Tage zählen. Ich finde es aber gut, dass die Außenministerin persönlich hingefahren ist, um diese Botschaft zu eröffnen. Dann machen wir uns nichts vor. Das ist nach wie vor noch lebensgefährlich. Und ich finde, dass auch wir Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung stehen, gegenüber unseren Diplomatinnen und Diplomaten verantwortbare Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt ein Signal, das hoffentlich auch ausstrahlt über die Ukraine hinaus. Und deswegen ist das heute sicherlich eine wichtige und eine notwendige Reise gewesen. Herr Roth, Sie waren ja selber dort. Jetzt ist heute Annalena Baerbock da. Sie sprechen ja von einem Signal, das eben in die Welt hinaus strahlt. Müsste nicht auch der deutsche Bundeskanzler, müsste nicht auch Olaf Scholz dorthin fahren? Also erstmal bin ich froh, dass die Diskussionen zwischen der Ukraine und der Bundesregierung beendet sind. Da hat es ein gutes, klärendes Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten Zelensky gegeben. Und damit ist auch dieser Stein aus dem Weg geräumt. Mich nervt an der Diskussion eigentlich nur eines. Es ist eine sehr persönliche Geste. Und ich finde, dass es nicht hilfreich ist, wenn fortwährend auch Druck von außen ausgeübt wird. Ich möchte jetzt nichts miteinander vergleichen, was man nicht vergleichen sollte. Und ich möchte es erst recht nicht gleichsetzen. Aber stellen wir uns mal einen Moment vor. Willy Brandt wäre damals wochenlang aufgefordert worden, nach Warschau zu fahren und auf die Knie zu gehen. Und ich glaube, so eine Geste, die muss ohne Druck aus freier Entscheidung heraus geschehen. Und deswegen respektiere ich die Entscheidung des Bundeskanzlers. Bin mir aber ziemlich sicher, dass auch weitere Mitglieder der Bundesregierung, vielleicht sogar in Wälde der Bundespräsident reisen werden. Es wird noch genügend Anlässe geben, weil ich befürchte, auch nach der furchtbaren Rede von Putin gestern, anlässlich des Ende des Zweiten Weltkrieges, wir noch mit einem etwas längeren Verlauf dieses Krieges werden rechnen müssen. Und das heißt, wir müssen weiter unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg übersteht als freies, souveränes, demokratisches Land. Das ist das eine. Das andere ist, hat Annalena Berber heute ganz klar gemacht, die EU soll ihre Paragrafenreiterei lassen und die Ukraine ist Teil Europas und muss schnellstens in die EU aufgenommen werden. Mit einer Aussicht auf einen Kandidaten, dass man jetzt wird. Man hat ja auch den Antrag jetzt eingereicht. Wie sehen Sie das? Hat Sie tatsächlich von Olaf Scholz diesen Auftrag bekommen? Weil Scholz und Macron halten sich ja genau in dieser Frage der Mitgliedschaft noch zurück. Also ich bin für einen Kandidatenstatus für die Ukraine. Wir haben den Staaten des östlichen Europas, die unsere Werte teilen wollen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu lange die kalte Schulter gezeigt und es ist jetzt überfällig. Und es wäre ein mutmachendes Zeichen für diese geplagte Bevölkerung, die massiv unter den Folgen dieses grauenhaften Krieges leidet. Wenn wir jetzt sagen, ihr gehört zu uns, das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Es gibt ja kein Schnellverfahren. Auch das lehne ich ab. Aber jetzt ein Signal zu setzen in diesen entscheidenden Wochen und Monaten für die Ukraine, setzt vielleicht auch noch mal Kräfte frei in der Ukraine, die sie dringend braucht, um sich gegenüber dem russischen Aggressor zu wehren. Aber Frankreichs Präsident Macron hat ja gesagt, er stellt sich eben so eine europäische politische Gemeinschaft vor, eben, der nicht nur die EU angehört, sondern auch Beitrittskandidaten wie Bosnien, wie eben auch dann die Ukraine. Würde damit die EU nicht absolut obsolet? Also ich finde es erst mal gut, dass man Kandidatenländern schon auf dem langen Weg in Richtung EU ein Angebot unterbreitet, mit der Europäischen Union enger zusammenzuarbeiten. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Was aber nicht geht, ist, dass das ein Ersatz ist für eine vollständige EU-Mitgliedschaft. Also eine engere Zusammenarbeit während dieses Weges, finde ich richtig. Und deswegen sollten wir diesen Vorschlag von Präsident Macron auch prüfen. Aber es darf nicht der Ersatz sein. Denn den Staaten des westlichen Balkans, den Staaten haben wir seit 2003 eine EU-Perspektive eröffnet. Es ist viel geleistet worden. Deswegen müssen wir auch dort unsere Versprechungen erfüllen, insbesondere gegenüber Nordmazedonien und Albanien, aber auch gegenüber dem Kosovo, was die Visa-Liberalisierung anbelangt. Und die Ukraine möchte gar nicht irgendwie so Mitglied eines lockeren Teams werden, sondern sie will Mitglied der EU werden. Und wenn sie die Bedingungen erfüllt, und dabei sollten wir sie nach Kräften unterstützen, hat sie es auch verdient, vollständiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und dass das Zeit braucht, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite haben wir dieses EU-Öl-Embargo gegen Russland, was kommen soll. Und da hat Annalena Baerbock heute auch nochmal sich nicht klar geäußert. Und die Ukraine hat es ja nochmal gefordert. Aber in diesem Punkt, eigentlich steht der Westen geschlossen. Die EU, die NATO, hinter dieser Aggressionskriege gegen Russland, hat bereits fünf Sanktionspakete beschlossen. Aber warum dauert es so lange mit dem Sechsten? Warum spricht die EU da nicht mit einer Stimme? Vor allen Dingen, ist da dieses Vetorecht, was Ungarn hat, wirklich das große Problem? Muss sich da die EU ändern in der Zukunft? Natürlich muss sie sich ändern, sie muss entscheidungsfähiger werden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja weitreichende Sanktionspakete beschlossen, die nicht nur sehr, sehr schmerzhaft Russland sind, sondern die auch uns einiges abverlangen. Und trotzdem haben wir in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, inzwischen fünf Pakete auf den Weg gebracht. Und ja, es wurde ja immer wieder fälschlicherweise behauptet, Deutschland stünde auf der Bremse. Jetzt erleben wir, dass Ungarn partout nicht will. Und da muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber ich bin auch Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er jetzt auch mit dem Team G7 verabredet hat, dass auch alle G7-Staaten dem amerikanischen Beispiel folgen und sich dem Öl-Embargo anschließen werden. Das heißt, sie werden die Öllieferungen aus Russland stoppen. Das ist gut. Michael Roth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. So, Christina, wir sind mit einer Einmeldung aus der Welt des Sportes eingestiegen. Jetzt haben wir schon wieder eine Einmeldung. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt verkaufst. Naja. Als Münchnerin, als Berliner. Ja, also als Berliner bin ich natürlich sehr stolz. Berlin wird nämlich Gastgeber des Finales der EM 2024 in Berlin werden. Ich sage ja, wir haben das schönste Stadion in Deutschland. Aber naja, du als Münchnerin, du als Münchnerin. Und das Öffnungsspiel, was er jetzt vergessen wollte fast, das vergab das Exzertivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA am Dienstag nämlich nach München. Die schöne bayerische Landeshauptstadt. Ist okay. Du kriegst eins, ich kriegst eins. Es sind ja noch mehr Spieler, aber finde ich schon okay. Und wir sollten beide Urlaub einreichen, um das Öffnungsspiel zu sehen. Ist nicht, wir werden hier sitzen und moderieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie ja zeitweise geschlossen werden. Und ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag. Das entschieden die Karlsruher Richter. Geklagt hatte eine Restaurantbetreiberin aus Berlin. Erstmals seit mehr als 60 Jahren, da war sie das letzte Mal schwanger. Nämlich fehlte Queen Elizabeth die zweite bei der Parlamentseröffnung in London. Und stattdessen hielt der Thronfolger, der älteste Sohn der Königin Prinz Charles, die Regierungserklärung. Mit der punktvollen Zeremonie wird ja traditionell eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Zuvor hatte der Buckingham Palace mitgeteilt, dass die 96-Jährige wegen eingeschränkter Beweglichkeit auf diese Rede verzichten will. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtperks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er führte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger nun gefasst worden. Seit Februar müssen sich ja bereits sechs Verdächtige wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Am Ende des Prozesses konnte jetzt ein 22-Jähriger festgenommen werden. Er soll das grüne Gewölbe im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Bei dem Raub wurden 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Der Raub geht vermutlich auf das Konto von Mitgliedern der kriminellen libanesischen Großfamilie Remmo. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch der Kiefer Vororte Butschau und Irpin erschüttert von den dort begangenen Kriegsverbrechen gezeigt. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, so die grüne Politikerin. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba erklärte sie, Deutschland werde künftig komplett ohne Energie aus Russland auskommen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist ist. Ja, und das lassen wir natürlich einordnen von unserem politischen Korrespondenten Achim Unser. Er ist für uns vor dem Kanzleramt. Achim, man kann es ja so sagen, Außenministerin Baerbock nun in Kiew, aber vom Kanzler geschickt. Hat sie ihren Auftrag erfüllt? Ich würde schon mal sagen, ja. Sie hat ja vor allem eben sich auch ein Bild von der Lage vor Ort machen wollen, um eben auch dann dieses Bild an den Kanzler weiterzugeben. Das war bestimmt eine der Aufgabenstellungen. Das andere war natürlich auch, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und sie ist ja auch hingegangen, um den internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen bei der Aufklärung jener Taten in Butscha. Das hat sie ja explizit auch nochmal gesagt. Also das waren schon mal so die drei Aufgabenstellungen, die sie hatte. Und ich habe darüber über diese Reise mit Jürgen Trittin gesprochen, dem Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss, und habe ihn nochmal dazu befragt, was er sich von der Reise von Annalena Baerbock erhofft. Ich glaube, von dieser Reise geht ein klares Signal aus. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest an der Seite der angegriffenen Ukrainer. Und wir wollen unseren Kurs der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Sie hat ja auch gesagt, bei der Reise ist es auch hier, um den internationalen Strafgerichtshof sozusagen ihn zu unterstützen, weil eben diese Taten in Butscha zum Beispiel nicht ungesünd bleiben dürfen. Es sind dort Taten begangen worden, die auch nach den internationalen Regeln und nach dem Weltstrafrechtsprinzip in Deutschland und anderswo strafbar sind. Es ist nötig, das aufzuklären, weil Straflosigkeit ist eine Ermunterung für künftige Täter. Frau Baerbock trifft da jetzt auch Herrn Zelensky, und der sagt ja immer, mit leeren Händen brauchen wir nicht kommen. Was bringt sie ihm denn mit? Ich glaube, sie bringt etwas mit, was, glaube ich, sehr viel wert ist, nämlich das gemeinsame Willen fast aller demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Ukraine weiterhin nach den besten Möglichkeiten zu unterstützen. Jetzt war es ja so, dass die Regierung bei den Waffenlieferungen immer erst gesagt hat, Frau Baerbock war eine der Ersten, die gesagt hat, übrigens schwere Waffen werden auch gebraucht, oder sollten wir liefen, die aber sich doch da zögerlich verhalten hat. Das wurde ja auch im Ausland, auch in der Ukraine beobachtet. War das wirklich eine zielführende Strategie, da immer so ein bisschen scheibchenweise da mit Neuerungen herauszukommen? Es geht nicht um scheibchenweise, sondern die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, der Bundeskanzler waren in dieser Frage immer völlig klar. Wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie, aber wir sorgen dafür, dass Deutschland und die NATO nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland reingezogen werden. Und das ist etwas, was man sorgfältig abwägen muss. Und ich glaube, es ist klug, dass wir das sorgfältig abgewogen haben. Das entspricht auch dem Bedürfnis vieler Menschen in diesem Lande. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die haben frühzeitige schwere Waffen geliefert, die auch schon dort sind. Und unsere sind ja erst auf dem Weg. Es kommt hinzu, dass wir teilweise über das nicht verfügen, was gerne gewünscht worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne meinen europäischen Nachbarn zu nahe treten wollen, da sind auch viele Waffenlieferungen in der Presse angekündigt werden. Wenn ich mir die Gesamtbilanz angucke, stehen die Deutschen nicht so schlecht an. Glauben Sie, dass die deutsche Presse und auch die Opposition zu kritisch in diesem Punkt mit der Regierung umgehen? Ich habe gar nicht zu beurteilen, wie die Presse sich an dieser Stelle verhält. Ich glaube aber, dass der Grundsatz, dass wir der Ukraine zur Seite stehen, aber jede Kriegsbeteiligung Deutschlands vermeiden werden, dass dieser Grundsatz von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung so getragen wird. Und das verbietet es, schlanke Erklärungen zu machen, weil man beispielsweise von einem Partygate ablenken will oder ähnlichen Dingen. Der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, wann er reist. Auch da ist es ähnlich, dass da der Druck groß auf ihn ist. Er wirkt teilweise ein bisschen wie ein Getriebener. Einerseits die Einladung von Herrn Selensky, andererseits wieder auch die Opposition, die sagt, wann reisen Sie denn endlich, Herr Scholz? Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss er denn bald reisen? Das ist relativ ganz einfach. Wenn Herr Selensky nicht unter Anstiftung der Bild-Zeitung Frank Steinmeier ausgeladen hätte, wäre Herr Scholz schon lange da gewesen. Heißt das, dass Herr Steinmeier zuerst reisen muss, dann kann Herr Scholz? Ich glaube, dass Herr Scholz und Herr Steinmeier sich darüber genau verständigen werden. Und mit der Korrektur der Position der Ukraine war ja auch erst die Reise von Frau Baerbock möglich. Genau. Jetzt ist es so, dass ja am Ende Mai dann ein EU-Gipfel zu dem Thema ist. Wäre das nicht, sage ich mal, der späteste Zeitpunkt, dass er dort, wenn er dort ankommt, dass er sagen kann, ja, ich war dort, habe mir ein Bild über die Lage gemacht? Ich gehe davon aus, dass wir so eine Reise sehen werden. Und wir werden sie sehen, wenn die Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind. Nochmal, es wäre klüger gewesen, wenn man den Bundespräsidenten nicht ausgeladen hätte. Dann hätten wir diese Diskussion. Und die ist aber nicht dem deutschen Bundeskanzler anzulasten, sondern die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der ukrainischen Seite. Gestern war der französische Staatspräsident zu Gast bei Olaf Scholz. Und da sprach Emmanuel Macron von einem neuen Gebilde, einem politischen europäischen Bündnis, in das dann auch die Ukraine eintreten könnte, wo man dann eben sozusagen auch Möglichkeit bei Sicherheit oder bei anderen, auf anderen Themenfeldern eng zusammenarbeitet. Natürlich vor dem Hintergrund, weil Emmanuel Macron auch gesagt hat, ein EU-Beitritt sei eben ein sehr langwieriges Projekt. Ist das die mögliche, sage ich mal, Ausweichlösung dieses Problems, dass die Ukraine ja eigentlich schnell in die EU will? Wir haben ein reales Problem. Die Ukraine war schon vor dem Krieg, den Russland da vom Zaun gebrochen hat, am 24. Februar, kaum wäre nicht in der Lage gewesen, der Europäischen Union beizutreten. Das ist ja nicht so, als wenn man einem Sportverein beitritt. Dann muss man beispielsweise die gesamte Wirtschaft entsprechend umbauen. Man muss wettbewerbsfähig sein, um am Binnenmarkt bestehen zu können. Deswegen ist der Hinweis von Emmanuel Macron richtig, dass ein solcher Beitrittsprozess eine Weile braucht. Ich bin auch sehr dafür, den beschleunigt und so schnell wie möglich zu führen. Aber er wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es gibt gleichzeitig das Erfordernis, wenn in einer politischen Beendigung der Feindseligkeiten, ich vermeide das Wort Waffenstillstand und das Wort Frieden sowieso, wenn dort ist, dass es dann auch Garantien geben muss für die Ukraine, dass sie nicht erneut wieder überfallen wird. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das steht nicht im Widerspruch zu einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union, sondern ist Bestandteil desselben. Also das heißt, Sie befürworten das, dass man an einem möglichen neuen Konstrukt da arbeitet? Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zeit, wo der Beitritt läuft, parallel dazu auch Maßnahmen finden, wie die Ukraine besser mit Europa verbunden werden kann. Ja, wir haben es gehört, Jürgen Trittin als Vertreter der Ampelkoalition ist der Meinung, dass vor allem diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier der Hinderungsgrund war, warum Olaf Scholz noch nicht die Ukraine bereist hat. Aber dieser Hinderungsgrund ist ja jetzt weg, ist ja ausgeräumt. Insofern können wir davon ausgehen, dass Olaf Scholz demnächst in die Ukraine reist. Jürgen Trittin war da auch ganz guter Dinge, dass das demnächst passiert. Guten Abend in Die Welt am Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grüne Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelenskyy Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscha und Irpin, dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantol berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscha anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscha, von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen. Dazu seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscha. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporterkollege Paul Sonntag ist zu uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert. Aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budja wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt. Sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist. Man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft sieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Denn wir sind mitten im Krieg und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auch vor Dessa wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Und aus dem belagerten Stahlwerk Asowstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Ankaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Andrea? Und Weltreporter Alfred Hackensberger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast, immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unterm Tag. Aber wir waren heute in Siversk, das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche typische Feuerwerk dieser einzelnen Bomben für über eine Minute, die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das macht die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert. Und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter. Es sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschließt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Radraketen. Und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Oder wie bewegt ihr euch fort, wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist. Und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Hangelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren. Ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau, und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und konnten sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht, so wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne. Und dann mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für diese Eindrücke nach Dozh Kivka und du und dein Kameramann. Ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensberger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter-Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten, aber die deutsche Botschafterin Frau Feldenhusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet, direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen? Wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihnen gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein. Wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA. Es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa. Aber die Deutschen wollten es nicht hören und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung. Und leider Gottes hat es sich bewahrheitet und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also die Diktator der Chinesen in der westlichen Welt und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also solche Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein. Denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studio, Carsten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm. Zum ersten Mal, muss man sagen. Lea Freist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige ließ die Vorhaben der Regierung vor, die Queens Speech ohne die Queen. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, ob gleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins The Athletic einen 4-Jahres-Vertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er wechselt ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Premier League-Verein verlassen werde. So, und noch ein weiterer Wechsel ist jetzt bestätigt. Nach wochenlangem Theater steht fest, dass Erling Haaland den BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereine bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 75 Millionen Euro betragen werden. Der 21-Jährige hatte beim BVB eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach dem Ersatz scheint der BVB auch schnell fündig geworden zu sein. Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. Und wir blicken aufs Börsenparkett. Die Börse im Überblick von Franziska Schimpke. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte März gerutscht. An diesem Dienstag hat man einen klassischen Turnaround-Tuesday aufs Parkett gelegt. Im Tageshoch der DAX sogar über den 13.700 Punkten. Allerdings eine erneut schwächelnde Wall Street, die drückt auf die Stimmung, kostet dem DAX ein bisschen Kraft. Trotzdem kann er mit einem Plus von 1,2 Prozent aus dem Handel gehen. 13.535 der Schlussstand in Frankfurt. Größter Gewinner, das Papier von Bayer. Da gab es Zahlen, die werden von Seiten der Experten als sehr stark eingestuft. Und letztlich hat sich dieses Bild auch bei den Anlegern durchgesetzt. Über 5 Prozent fester geht die Aktie aus dem Handel. Die Deutsche Post Henkel oder aber auch Siemens gefragt. Auf der Verliererseite hingegen das Papier der Porsche Holding. Den Gewinn hat man verdoppelt. Es gab aber weiter keine Details zu einem Börsengang von Porsche. Die Aktie am Ende 3 Prozent. Im Minus Fresenius nach einem negativen Analystenkommentar schwächer. Aber auch HelloFresh und Kia gehen im roten Bereich. Das berühmte Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Der stolze Kaufpreis beträgt umgerechnet 185 Millionen Euro. Damit ist das Werk der teuerste Warhol, der jemals versteigert wurde. Der Pop-Up-Künstler schuf das bemalte Foto des Hollywood-Stars 1964. Der Siebdruck ist jetzt das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte. Guten Abend in Die Welt am Abend. Guten Abend. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grünen Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine dankte Selenskien und der Bundesrepublik für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo das Massaker und das heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantholt fasst diesen Baerbock-Besuchstag in Kiew zusammen. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut. Dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher. Von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und damit schauen wir nach Kiew, direkt vor die deutsche Botschaft, also in Kiew, die hier heute wieder in Minimalbesetzung geöffnet worden ist. Max Hermes ist für uns dort. Und Max, du hast den ganzen Tag über Außenministerin Baerbock beobachtet und natürlich auch begleitet. Dein Eindruck? Ja, die Bundesaußenministerin hat sich hier ein Bild der Lage gemacht. Und sie hat es selbst ein bisschen so beschrieben, eine trügerische Ruhe, die man hier feststellt in Kiew. Wenn man hier auf die Straße geht, da sieht man Menschen, die sich hier ein Eis kaufen, die hier essen gehen. Alles wirkt hier sehr, sehr friedlich. Der Krieg wirkt hier sehr weit weg. Deshalb hat sie auch schon so ein bisschen darüber geflaxt. Eigentlich könne man die Botschaft ja schon wieder mit vollem Personal eröffnen. Aber natürlich ist der Krieg hier weiterhin im Land vor Ort. Und das hat man auch ganz deutlich eben dort gesehen, wo die Bundesaußenministerin gewesen ist, nämlich in Butscha, Irpin. Da hat sie sich nochmal ein Bild der Zerstörung machen können. Und insbesondere Butscha, das ist ja weltweit bekannt geworden durch die Massengräber dort. Da hat sie sich noch einmal die Bilder auch angeschaut von den Menschen, die dort auf der offenen Straße erschossen wurden. Und da war ihr ganz eindringlicher Appell, man möchte helfen. Wie möchte man helfen mit justiziabler Hilfe, nämlich die Menschen zur Verantwortung ziehen, die dafür habhaft gemacht werden können. Also man möchte Ermittler schicken, die auch die Ukraine dabei unterstützen, dass die vielen Zivilprozesse, die jetzt gegen mögliche Kriegsverbrecher hier geführt wurden, dass die auch wirklich alle vollstreckt werden, damit jeder seine gerechte Strafe bekommt, der hier Kriegsverbrechen begangen hat. Das war hier ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hat man natürlich gesprochen. Auf der anderen Seite war natürlich auch noch einmal der mögliche EU-Beitritt eben der Ukraine ein Thema. Da hat Annalena Baerbock so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie selbst ein großer Fan des Ganzen natürlich ist. Möchte aber allerdings auch nicht, dass man dieses Verfahren jetzt überstürzt. Man muss sich da einmal vor Augen führen, was da alles dazu gehört. Und da geht es eben beispielsweise auch um die Außengrenzen eines Landes. Und wie möchte man über die Außengrenzen der Ukraine momentan jetzt etwas verhandeln können. Die Außengrenzen bestehen jetzt noch nicht einmal richtig. Das ist Kriegsgebiet. Also all das hat sie ein bisschen dann eingedämpft und gesagt, man dürfe da keine Erwartungen schüren, die jetzt erst einmal nicht erfüllt werden können. Das Ganze könne viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern, bis da diese Beitrittsverhandlungen bis zum Ende geführt wurden. Ob sie dann letztlich erfolgreich werden oder nicht, das wird man dann auch sehen. Die weiteren Zugeständnisse, die sie gemacht hat, eben sie hat noch einmal betont, und wie wichtig es jetzt gewesen ist, dass man jetzt eben die Leopardpanzer geliefert hat. Das hätte hier in der Ukraine auch einen großen, großen Beifall aus der Politik gefunden. Das hat sie auch von ihrem Amtskollegen Kuleba noch einmal gehört. Das wäre wichtig gewesen, dass Deutschland jetzt da Leoparden liefert. Und der Gesamteindruck, man möchte helfen vor allem, man hilft jetzt militärisch einerseits schon, und man möchte vor allem auch bei der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen helfen. Max, danke für diese Einordnungen nach Kiew. Und damit blicken wir direkt weiter zu Achim Unser, am Bundeskanzleramt zugeschaltet. Achim, eine große Mehrheit der Deutschen würde es befürworten, wenn auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen würde. Aber auf seiner Pressekonferenz heute hat er wieder eine Frage dazu unbeantwortet gelassen. Ja, da hat sich zumindest eines geändert. Vor einiger Zeit war es noch so, dass sie ja die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, er soll nicht reisen. Da stand aber eben auch noch diese Steinmeier-Ausladung im Raum. Die ist ja jetzt mehr oder weniger ausgeräumt worden durch dieses Telefonat von Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten. Annalena Baerbock ist heute nun auch als erstes Regierungsmitglied dann in die Ukraine gereist. Und jetzt sehen wir es, okay, jetzt haben wir eine Mehrheit dafür, dass Olaf Scholz dann auch reist. Aber er hat es eben nicht beantwortet, diese Frage, weil er ist dann natürlich in der Position des Getriebenen mittlerweile. Immer wieder Fragen, dann der Druck von der Opposition, dann auch die Vorwürfe von ukrainischer Seite, dass er eben nicht kommt oder wo er denn bliebe. Man kann das vielleicht mehr so formulieren. Und Olaf Scholz mag das natürlich nicht, in dieser Rolle zu sein des Getriebenen und verweigert sich dem bislang. Jetzt muss man einfach mal abwarten. Irgendwann wird er vermutlich dann tatsächlich reisen. Ich denke, es könnte sein, dass das tatsächlich noch diesen Monat passiert, weil Ende des Monats ist ja ein großer EU-Gipfel dazu zu dem Thema. Und ich denke, da wird er sich nicht vorwerfen lassen, und dass er sich noch kein Bild von der Lage in der Ukraine gemacht hat. Achim, vielen Dank dir vor das Kanzleramt. Die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen also unverändert weiter. Die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun ja vor allem weiterhin auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die hochmodernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben davon. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk, einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Schönen guten Abend, Frau Barley. Guten Abend. Guten Abend. Frau Barley, die Ukraine treibt ja den EU-Beitritt voran. Präsident Zelensky will schon im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten erreichen. Seine Regierung hat ja sogar den Fragebogen für den Mitgliedschaftsantrag bereits fertig übergeben. Was spricht denn für einen möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine Ihrer Meinung nach? Dieser EU-Beitritt oder das Verfahren dazu ist ja im Moment vor allen Dingen ein symbolischer Akt. Also wir wollen ganz klar festhalten und auch der Ukraine zeigen, dass sie zu Europa gehört und dass sie ihren Platz in unserer Gemeinschaft hat. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Aufnahme dann nochmal sehr klare Kriterien erfüllen muss. Und davon ist die Ukraine noch eine ganze Weile entfernt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat ja heute nochmal klar gesagt, die EU soll von ihrer Paragrafenreiterei runterkommen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Ist sie da vielleicht ein bisschen schnell gewesen? Denn der französische Präsident und auch der Bundeskanzler, die halten sich da ja noch ein bisschen bedeckt. Ja, also ich finde das eine ziemlich gewagte und wenig nachvollziehbare Äußerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir ein Land in die Europäische Union aufnehmen, dann ist es da. Und zwar hoffentlich für immer. Und wir haben jetzt schon einige Mitgliedstaaten, mit denen wir große Probleme haben. Es gibt Menschen, die darüber diskutieren, ob die Europäische Union im jetzigen Status überhaupt aufnahmefähig ist. Und wenn wir ein Land aufnehmen, dann muss es klare Kriterien erfüllen. Und zwar im politischen Bereich, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im wirtschaftlichen Bereich. Es muss mithalten können in der Europäischen Union. Und dann muss es den sogenannten AKI erfüllen. Also es muss in der Rechtsetzung vergleichbare Regeln haben mit der Europäischen Union. Das ist ein Prozess. Selbst Finnland, was uns sehr ähnlich schon war vor dem Beitritt, hat dafür vier Jahre gebraucht. Was kann denn, Frau Barley, das EU-Parlament unternehmen, um zur Unterstützung der Ukraine beizutragen, sowohl was den EU-Beitritt angeht, aber eben auch das geplante Öl-Embargo gegen Russland zu beschleunigen? Das Europäische Parlament hat sehr klare Positionen bezogen. Das bezieht sich auf den Krieg selbst, auf die Aggressorrolle Russlands, auf die Sanktionen, auf das, was man tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Natürlich müssen wir ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Wir müssen ihnen die Waffen zur Verfügung stellen und wir müssen Russland sanktionieren, so gut das eben geht. Dazu gehört auch ein Öl-Embargo. Dieses Öl-Embargo gehört dazu, sagen Sie, Frau Barley. Aber auf der anderen Seite haben wir Ungarn. Und bisher gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass die Ungarn das Budapest also auch mitzieht. Es gibt in der EU das Veto-Rett. Das heißt, alles muss einstimmig beschlossen werden. Also muss die EU sich da nicht auch reformieren? Muss das Parlament da nicht Druck auf die Kommission und vor allem die Staats- und Regierungschefs ausüben? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hier alles einstimmig beschlossen werden muss. Das stimmt nicht. Es sind nur, fast alles wird mit Mehrheit beschlossen. Es sind ganz wenige Entscheidungen, die mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen. Aber dazu gehört eben alles, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Und Steuern gehören dazu und auch die Energie immer dann, wenn die Europäische Union nicht originär zuständig ist. Viktor Orban blockiert. Orban ist ein Freund Putins. Wir haben diese Entwicklung, dass er eigentlich ein Stellvertreter Russlands am EU-Tisch ist, schon lange kommen sehen. Wir haben lange die Kommission davor gewarnt, dass sie nichts dagegen tut. Jetzt ist es so. Jetzt ist er da. Jetzt vertritt er die Positionen Russlands. Man muss allerdings sagen, an dem Punkt Öl-Embargo ist er nicht allein. Auch die Slowakei und andere Länder haben große Probleme, weil sie eben viel, viel abhängiger sind von russischer Energie als wir sogar. Frau Barley, heute ist ja die Außenministerin Deutschlands in der Ukraine, Annalena Baerbock. Welche deutschen und europäischen Spitzenpolitiker sollten Ihrer Ansicht nach denn dort ebenfalls so bald wie möglich hinreisen? Vielleicht liegt das daran, dass ich das Ganze hier mit etwas Entfernung betrachte aus Brüssel. Ich finde diese Diskussion seltsam. Es ist sicherlich nicht das, was am Ende der Ukraine hilft, wenn jetzt möglichst viele Leute dorthin reisen und möglichst schnell. Das sind auch symbolische Gesten. Das ist gut, das soll man tun. Aber daran hängt nun wirklich gar nichts. Viel wichtiger ist eine effektive Hilfe sowohl der Europäischen Union als auch Deutschlands. Und beides tun wir. Das ist der entscheidende Faktor. Und das bedeutet also auch, wie kann man der Ukraine denn weiterhin jetzt helfen? Nicht nur durch die Waffenlieferungen, die ja extrem wichtig sind, aber wir haben ja heute auch gehört, dass alleine dort in der Ukraine Getreide für 8 Milliarden Euro festsitzt. Also muss man da nicht auch Wege finden unter dem europäischen Aspekt, dass man genau diese wichtigen Getreidelieferungen irgendwie rausbekommt? Das wäre natürlich ein wichtiges Ziel, sowohl für die Ukraine als auch für die Menschen, die auf diese Getreidelieferungen dringend angewiesen sind. Vor allen Dingen in Afrika sehen wir jetzt schon eine sich rasant ausbreitende Hungersnot. Natürlich ist das praktisch nicht einfach. Wir wissen, dass die Bahnstrecken zum Teil zerstört sind. Über die Schiffe, wie normalerweise das Getreide außer Landes gebracht wird, geht im Moment gar nichts, weil die Schwarzmeerküste ja nun ein Kriegsschauplatz ist. Und auf dem sonstigen Landweg können Sie sich vorstellen, solche große Mengen mit LKWs zu transportieren, ist auch nicht so einfach. Also da tut man, was man kann, aber das wird ohne eine Vereinbarung mit Russland, das über Schiffe zu erlauben, nicht möglich sein. Und die sehe ich im Moment nicht kommen. Katharina Barley, ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend nach Brüssel. Ihnen auch, danke schön. Dann wollen wir jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schauen. Unser Militärexperte Guido Schmidke ist bei uns im Studio. Guido, gib uns mal ein Update zum aktuellen Frontverlauf. Ja, ein Vertreter der US-Regierung hat den bisherigen Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass als blutarm bezeichnet. Das ist natürlich schon ein interessanter Ausdruck, wenn man sieht, welch blutige Kämpfe dort im Donbass stattfinden. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben, unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen, Odessa. Dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben, unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien, denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistrien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt. Und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelschliche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31 und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen. Fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm, der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm, also sehr, sehr schwer. Splitter Sprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Also eine Hightech-Waffe, die man da jetzt wieder eingesetzt hat in Odessa, aber man muss sagen, taktisch eigentlich nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch andere Systeme einsetzen können. Also auch große Symbolwirkung, um zu zeigen, ihr greift uns an und sorgt dafür, dass wir herbe Niederlagen dort haben mit unserer Schwarzmeerflotte. Wir haben moderne Waffen und zeigen euch, was wir können. Guido, danke für deine Ausführungen. Aber Xenia und ich weisen dich nochmal darauf hin. Du hast es heute so plastisch für uns alles gezeigt. Du räumst das Studio nachher noch auf. Und ich hole den Besen persönlich. Danke, Guido. Guido, danke dir. Ja, der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtparks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er füllte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, wie unser Kollege Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29% mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22% der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46%. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23%. Rund 40% dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Nach dem wochenlangen Wechseltheater steht nun endgültig fest, dass Erling Haaland, den die BVB Richtung Manchester City verlässt. Beide Vereinigten bestätigten den Transfer. Der Norweger wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und ca. 24,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine offiziellen Angaben. Sie soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen. Der 21-Jährige hatte nämlich eine Ausstiegsklausel. Bei der Suche nach Ersatz scheint der BVB schnell fündig geworden zu sein. Das Nachspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg wurde bereits beim Medizincheck in Dortmund gesichtet. So viel also zum Thema Fußball, Carsten. Und wir müssen noch diskutieren. Eröffnungsspiel, ja, WM in München oder Finalspiel in Berlin. Schauen wir es beides an. Es ist das große Turnier der Europameisterschaft 2024 und du als Münchnerin, ich als Berliner, wir sind natürlich froh. Tja, die beiden schönsten Stadien in der Republik, oder? Absolut, ich freue mich drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da, machen eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie also bei uns. Schauen wir natürlich jetzt auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine. Die Ukraine-Außenministerin Annalena Baerbock ist dort und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die Grünpolitikerin wurde auch von Präsident Zelensky empfangen. Nach den diplomatischen Verwerfungen dankte er Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sicher einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin. Dort, wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Plantholt berichtet. Gleich zu Beginn ihres nicht ungefährlichen Besuchs kommt Annalena Baerbock nach Butscher, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwältin sammelt seit dem Abzug der Russen Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock schaut sich in der Kirche von Butscher die schrecklichen Fotos an. Von Massengräbern und Leichen, die gefesselt am Straßenrand liegen. Sie verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen verkündet Baerbock, sie hat nicht nur Worte mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Paul Sonntag ist uns jetzt direkt aus Kiew zugeschaltet. Paul, wir haben es also gehört, Annalena Baerbock trifft Präsidenten Zelensky. Was wird denn erwartet von diesem Gespräch? Offenbar hat sie ihn auch schon getroffen. Es sei ein offenes, konstruktives Gespräch gewesen. Man muss dazu sagen, jeder Termin der Außenministerin heute war nur ganz kurzfristig vorher angekündigt worden. Unter strenger Geheimhaltung auch vorher, da ist nicht viel nach außen gedrungen. Ich würde sagen, allein dieses Symbol, das Zelensky jetzt auch tatsächlich die Außenministerin schon empfangen hat und nicht noch auf den Kanzler wartet, kann man als positives Zeichen werten und vielleicht auch gewissermaßen als Zeichen dahingehend, dass sich die Verhältnisse doch wieder normalisiert haben. Das hat man heute beim Treffen mit dem Außenminister Kuleba auch schon gemerkt. Das war demonstrative Freundschaft, die man da wirklich dargestellt hat. Man hat sich geduzt, man hat sich immer wieder Freundin und Freund genannt, immer wieder aufeinander Bezug genommen. Also da war eine deutliche Veränderung, zumindest was die Stimmung anging, dann zu merken. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch gemerkt hat. Annalena Baerbock hat sich doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, gerade wenn es um die Frage des möglichen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Da haben wir ganz andere Töne von ihr gehört als beispielsweise von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der das doch etwas auf die lange Bank schieben wollte. Ein kleines Hintertürchen hat sie sich noch aufgelassen, indem sie gesagt hat, naja, diese Beitrittsverhandlungen, die dauern gewöhnlicherweise sehr, sehr lange und man müsse da vielleicht eine Reform anstreben. Das an sich dauert aber natürlich auch wieder. Also insofern trotzdem aber das Signal klar gewesen, dass sie das eigentlich befürworten würde. Man hat den Eindruck, jetzt ist die Basis geschaffen, um möglicherweise eben in eine andere Zusammenarbeit, in eine andere Unterstützung in Zukunft dann überzuführen. Sie hat ja sogar davon gesprochen, Paul, dass die EU-Paragrafenreiterei im Fall Ukraine jetzt nun ein Ende haben muss. Aber wir haben es ja auch gesehen, sie hat mehrere Termine gehabt. Sie war ein Butcher, sie war ein Irrpin. Was bleibt von diesem Besuch? Hat sie vielleicht auch die Tür geöffnet für Kanzler Scholz, dass er der Nächste sein könnte oder aber auch der Bundespräsident? Ja, das zeigt auch einmal mehr, wie leicht sich Reporter auch in der Einschätzung irren können. Ich dachte eigentlich immer, dass das genau der Sinn und Zweck dieses Termins ist, dass man sich auf Außenminister-Ebene trifft, so wie das üblich ist. Und am Ende dann, wenn eben die Stimmungen passen, wenn eben die gegenseitigen Ankündigungen und Unterstützungen passen, dass man dann eben das große Treffen zwischen Scholz und Zelensky einfach vorbereitet. Jetzt hat man dem vorgegriffen, aber zumindest dahingehend ist das ein Erfolg für Annalena Baerbock, wenn sie dann wirklich tatsächlich auch von Zelensky schon empfangen wurde, auch wenn da nichts Substantielles tatsächlich dabei rumkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn da noch nichts angekündigt ist und noch nichts klar ist, dass das gewissermaßen den Weg freigemacht hat und dann auch hier am Ende Kanzler Scholz zu empfangen oder möglicherweise eben dann irgendwann auch mal den Bundespräsidenten Steinmeier. Paul, danke für den Moment und deine Einordnungen nach Kiew. Die Kämpfe gehen unterdessen in der Ukraine unverändert weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes. Auf Odessa wurden die modernen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagten Stahlwerk Asovstal in der Hafenstadt Mariupol berichten die letzten ukrainischen Kämpfe über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte, sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Drössland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren aus. Angeblich sollen sich noch mindestens 100 Zivilisten in den Ruinen befinden. Also der Krieg geht unvermindert weiter. Unser Militärexperte Guido Schmidt ist nun bei uns im Studio. Guido, bring uns mal auf den neuesten Stand, wie der aktuelle Frontverlauf aussieht. Ja, vielleicht erst einmal ein Mitglied der US-Regierung hat die Erfolge der Russen im Donbass als blutarm bezeichnet. Soll wahrscheinlich bedeuten, dass es da nicht wirklich vorangeht, aber trotzdem ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen missverstanden werden kann. Vor allem, wenn man sieht, wie blutig die Gefechte dort geführt werden zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Popasna, Kramatorsk, Charki, Fluhans, da toben wirklich schwere Gefechte. Dort gibt es immer wieder Artillerieangriffe der russischen Streitkräfte. Und dort versuchen sie weiterhin, Geländegewinne zu erzielen. Aber das geht sehr, sehr langsam voran und die Ukrainer verteidigen da sehr effektiv. Gucken wir auf Mariupol. In den letzten 24 Stunden 34 Luftangriffe alleine, unter anderem mit strategischen Bombern, die dort Bomben abgeworfen haben. Aber auch Schiffsartillerie ist eingesetzt worden, um Mariupol zu beschießen. Und dann gehen wir auf Odessa. Dort die Angriffe unter anderem mit drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal mit herkömmlichen Sprengköpfen. Denn diese Raketen können auch Nuklearsprengköpfe befördern. Und ganz interessant, groß taktisch ist das eigentlich nicht zu begründen. Dafür sind diese Hightech-Waffen eigentlich viel zu teuer und viel zu aufwendig. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer sehr geschickt in den letzten Tagen dort Nadelstiche gesetzt haben gegen die Schwarzmeerflotte der Russen und auch auf die Schlangeninsel. Wir sehen hier mal ein paar Bilder, wo man mit Drohnen, mit Kampfdrohnen aus türkischer Produktion, der sogenannten Bayraktar, die russischen Truppen auf der Schlangeninsel angegriffen hat. Und auch immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen hat und zerstören konnte. Und das sind große Erfolge, weil man natürlich ein wenig dafür sorgt, dass die Schwarzmeerflotte nicht zu dicht an die Küste herangelangt und man damit verhindert, dass es möglicherweise zu einer amphibischen Landungsaktion der Russen kommt. Keto, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, diese Hyperschallrakete, die die Russen eingesetzt haben. Was macht diese Waffe denn so besonders? Ja, dass sie so gut wie nicht verteidigt werden kann. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und zu dieser hohen Geschwindigkeit kommt, dass sie lenkbar ist. Wir können uns mal Bilder angucken von der Kindschall. Das Trägerflugzeug sehen wir hier ist eine MiG-31. Es kann aber durchaus auch von einem taktischen Bomber transportiert werden. Die Rakete wird praktisch im Flug gestartet und fällt erstmal ein bisschen und dann erst zünden die Feststofftriebwerke und katapultieren die Rakete dann bis auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer. Und dann wird die Rakete praktisch in einer semi-ballistischen Flugbahn, das kann man hier mal ein bisschen so sehen, nach oben befördert und dann die Erdanziehung sorgt dafür, dass die Rakete wieder nach unten Richtung Erde transportiert wird. 4000 Kilo Gewicht, 500 Kilogramm Sprengkopf, also eine Menge Splittersprengkopf, wenn sie denn einschlägt. Große Zerstörung, das haben wir jetzt auch in Odessa gesehen und mehr als 12.000 Stundenkilometern, das ist das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit, also extrem hoch. Und die ist schon gefürchtet, weil es momentan eigentlich keine richtige Waffe dagegen gibt. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach mehr symbolisch eingesetzt in Odessa, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr uns mit solchen Nadelstichen bekämpft, dann setzen wir unsere Hightech-Waffen ein. Und ganz interessant vielleicht noch, dadurch, dass die Rakete außerhalb der Erdatmosphäre beschleunigt wird und dann wieder auf die Erde niederfällt, ist sie speziell beschichtet. Denn ansonsten würde diese hohe Kompressionswärme dafür sorgen, dass sie praktisch verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Also eine sehr effektive Waffe, aber taktisch gesehen hätte man das jetzt nicht nutzen müssen, um Odessa zu bombardieren. Und Guido Schmidtke, diesmal mit Anschauungsmaterial bei uns im Studio. Vielen Dank dafür. Ich habe vergessen, aufzuräumen, du, ja? Danke. Und auch im Süden der Ukraine-Stock, der Vormarsch der Russen, wie Gideon es eben gezeigt hat, Kiviri, das ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie auch Saborizia. Sie galten ja schon als die nächsten potenzielle Ziele von Wladimir Putin. Denn von einer schnellen Eroberung kann aber längst keine Rede mehr sein. Und von der Grenze zur russisch besetzten Region Kherson berichtet unser Kollege Michael Wöhlenweber. Das ist eine Kriegshochzeit. Pavlo und Inna haben beschlossen, überstürzt zu heiraten. Pavlo hat zwei Tage Fronturlaub bekommen. Gäste sind nicht gelandet. Wir sind im Süden der Ukraine, in Kiviri. Schnelles Ja-Wort, Ringe tauschen. Überglücklich trägt Pavlo seine Braut über die Schwelle. Zumindest für ein paar glückliche Momente wird versucht, den Krieg zu vergessen. Ja, wie soll ich es sagen? Wir wollten ohnehin heiraten. Aber wegen des Krieges haben wir uns entschlossen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, versucht Pavlo, schneidig zu erklären. Die Braut frage ich, ob sie denn keine Angst um ihren Mann habe. Die Gefahr lacht Inna weg. Nein, wir werden groß feiern mit der Familie, wenn der Krieg vorbei ist. Am Tag darauf muss Pavlo wieder in den Krieg. Wir fahren im schon gewohnten Slalom nach Seljynodolsk. Frontstadt. Ab und zu hören wir von weiten Detonationen. Es war mal mehr, heißt es. Die wenigen Menschen, die noch hier sind, scheinen sich daran zu gewöhnen. Hier habe ich keine Angst. Ich hatte Angst vor den Russen in meinem Dorf. Das ist nicht weit von mir. Mein Leben hat sich nicht viel geändert. Ich bin überzeugt, unsere Armee wird die Stadt verteidigen. Die Region gehört im Süden zu den meist Beschossenen. Aber die Russen kommen nicht mehr richtig voran, freut sich dieser Offizier, der uns erklärt, wo die Front sich schlängelt. Die Russen sind im nächsten Dorf, keine 10 Kilometer entfernt. Die Front hier ist rund 100 Kilometer lang. Viele Menschen haben sich mit dem Fahrrad nach Seljynodolsk gerettet, sind einfach durch die Front geradelt. 400 Radesel stapeln sich inzwischen hier mit weißen Bändern am Lenkrad. Die sollten bei der Flucht vor Beschuss aus dem Hinterhalt schützen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, hofft Evgeny, werden die Besitzer sie abholen. Nach dem Sieg. Und bei uns im Studio begrüßen wir Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Guten Abend, Herr Roth. Guten Abend, Herr Roth. Danke für die Einladung. Sie kommen ja direkt aus der Fraktionssitzung im Prinzip. Heute ist Annalena Baerbock als erstes Kabinettsmitglied in Kiew zu Besuch. Wie ist denn so die Stimmung in der Fraktion? Sie hat den richtigen Ton dort getroffen? Das ist ein weiteres wichtiges Signal der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine in dramatischen Zeiten. Am vergangenen Sonntag war die Bundestagspräsidentin in Kiew und hat dort hochrangige Gespräche geführt. Das hat auch nochmal ein ganz wichtiges Signal ausgesendet, auch seitens des Parlamentes. Denn wir haben im Deutschen Bundestag vor anderthalb Wochen einen wegweisenden Beschluss getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und dieser Beschluss ist mit breiter Mehrheit getroffen worden, auch mit großen Teilen der Opposition von CDU und CSU. Das ist gut und dafür sind wir auch dankbar. Und heute nochmal die Eröffnung unserer Botschaft in Kiew. Auch das ist nochmal ein wichtiges Zeichen unserer Präsenz, auch in Kriegszeiten. Und wir schließen damit an, an das, was auch andere europäische Staaten und andere Partner in der Welt schon getan haben, ihre Botschaften gerade jetzt wieder zu eröffnen. Aber wir sprechen von einer Minimalbesetzung und andere Partner aus Europa und auch die Vereinigten Staaten haben das bereits vor Wochen getan. Kommt das nicht ein bisschen zu spät? Das ist sehr abhängig von der Sicherheitslage. Das ist sehr abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Ich glaube nicht, dass da jetzt die Tage zählen. Ich finde es aber gut, dass die Außenministerin persönlich hingefahren ist, um diese Botschaft zu eröffnen. Machen wir uns nichts vor. Das ist nach wie vor noch lebensgefährlich. Und ich finde, dass auch wir Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung stehen, gegenüber unseren Diplomatinnen und Diplomaten verantwortbarer Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt ein Signal, das hoffentlich auch ausstrahlt über die Ukraine hinaus. Und deswegen ist das heute sicherlich eine wichtige und eine notwendige Reise gewesen. Herr Roth, Sie waren ja selber dort. Jetzt ist heute Annalena Baerbock da. Sie sprechen ja von einem Signal, das eben in die Welt hinaus strahlt. Müsste nicht auch der deutsche Bundeskanzler, müsste nicht auch Olaf Scholz dorthin fahren? Also erstmal bin ich froh, dass die Diskussionen zwischen der Ukraine und der Bundesregierung beendet sind. Da hat es ein gutes, klärendes Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten Zelensky gegeben. Und damit ist auch dieser Stein aus dem Weg geräumt. Mich nervt an der Diskussion eigentlich nur eines. Es ist eine sehr persönliche Geste. Und ich finde, dass es nicht hilfreich ist, wenn fortwährend auch Druck von außen ausgeübt wird. Ich möchte jetzt nichts miteinander vergleichen, was man nicht vergleichen sollte. Und ich möchte es erst recht nicht gleichsetzen. Aber stellen wir uns mal einen Moment vor, Willy Brandt wäre damals wochenlang aufgefordert worden, nach Warschau zu fahren und auf die Knie zu gehen. Und ich glaube, so eine Geste, die muss ohne Druck aus freier Entscheidung heraus geschehen. Und deswegen respektiere ich die Entscheidung des Bundeskanzlers, bin mir aber ziemlich sicher, dass auch weitere Mitglieder der Bundesregierung vielleicht sogar in Wälde der Bundespräsident reisen werden. Es wird noch genügend Anlässe geben, weil ich befürchte, auch nach der furchtbaren Rede von Putin gestern, anlässlich des Ende des Zweiten Weltkrieges, wir noch mit einem etwas längeren Verlauf dieses Krieges werden rechnen müssen. Und das heißt, wir müssen weiter unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg übersteht als freies, souveränes, demokratisches Land. Das ist das eine. Das andere ist, hat Annalena Berber heute ganz klar gemacht, die EU soll ihre Paragrafenreiterei lassen. Und die Ukraine ist Teil Europas und muss schnellstens in die EU aufgenommen werden. Mit einer Aussicht auf einen Kandidaten, dass man es jetzt wird. Man hat ja auch den Antrag jetzt eingereicht. Wie sehen Sie das? Hat sie tatsächlich von Olaf Scholz diesen Auftrag bekommen? Weil Scholz und Macron halten sich ja genau in dieser Frage der Mitgliedschaft noch zurück. Also ich bin für einen Kandidatenstatus für die Ukraine. Wir haben den Staaten des östlichen Europas, die unsere Werte teilen wollen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu lange die kalte Schulter gezeigt und es ist jetzt überfällig. Und es wäre ein mutmachendes Zeichen für diese geplagte Bevölkerung, die massiv unter den Folgen dieses grauenhaften Krieges leidet. Wenn wir jetzt sagen, ihr gehört zu uns, das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Es gibt ja kein Schnellverfahren. Auch das lehne ich ab. Aber jetzt ein Signal zu setzen in diesen entscheidenden Wochen und Monaten für die Ukraine, setzt vielleicht auch noch mal Kräfte frei in der Ukraine, die sie dringend braucht, um sich gegenüber dem russischen Aggressor zu wehren. Aber Frankreichs Präsident Macron hat ja gesagt, er stellt sich eben so eine europäische politische Gemeinschaft vor, eben, der nicht nur die EU angehört, sondern auch Beitrittskandidaten wie Bosnien, wie eben auch dann die Ukraine. Würde damit die EU nicht absolut obsolet? Also ich finde es erst mal gut, dass man Kandidatenländern schon auf dem langen Weg in Richtung EU ein Angebot unterbreitet, mit der Europäischen Union enger zusammenzuarbeiten. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Was aber nicht geht, ist, dass das ein Ersatz ist für eine vollständige EU-Mitgliedschaft. Also eine engere Zusammenarbeit während dieses Weges, finde ich richtig. Und deswegen sollten wir diesen Vorschlag von Präsident Macron auch prüfen. Aber es darf nicht der Ersatz sein. Denn den Staaten des westlichen Balkans, den Staaten haben wir seit 2003 eine EU-Perspektive eröffnet. Es ist viel geleistet worden. Deswegen müssen wir auch dort unsere Versprechungen erfüllen, insbesondere gegenüber Nordmazedonien und Albanien, aber auch gegenüber dem Kosovo, was die Visa-Liberalisierung anbelangt. Und die Ukraine möchte gar nicht irgendwie so Mitglied eines lockeren Teams werden, sondern sie will Mitglied der EU werden. Und wenn sie die Bedingungen erfüllt, und dabei sollten wir sie nach Kräften unterstützen, hat sie es auch verdient, vollständiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und dass das Zeit braucht, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite haben wir dieses EU-Öl-Embargo gegen Russland, was kommen soll. Und da hat Annalena Baerbock heute auch nochmal sich nicht klar geäußert. Und die Ukraine hat es ja nochmal gefordert. Aber in diesem Punkt, da eigentlich steht der Westen geschlossen. Die EU, die NATO hinter diesem Aggressionskrieg gegen Russland hat bereits fünf Sanktionspakete beschlossen. Aber warum dauert es so lange mit dem Sechsten? Warum spricht die EU da nicht mit einer Stimme? Vor allen Dingen, ist da dieses Vetorecht, was Ungarn hat, wirklich das große Problem? Muss sich da die EU ändern in der Zukunft? Natürlich muss sie sich ändern, sie muss entscheidungsfähiger werden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja weitreichende Sanktionspakete beschlossen, die nicht nur sehr, sehr schmerzhaft Russland sind, sondern die auch uns einiges abverlangen. Und trotzdem haben wir in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, inzwischen fünf Pakete auf den Weg gebracht. Und ja, es wurde ja immer wieder fälschlicherweise behauptet, Deutschland stünde auf der Bremse. Jetzt erleben wir, dass Ungarn partout nicht will. Und da muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber ich bin auch Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er jetzt auch mit dem Team G7 verabredet hat, dass auch alle G7-Staaten dem amerikanischen Beispiel folgen und sich dem Öl-Embargo anschließen werden. Das heißt, sie werden die Öl-Lieferungen aus Russland stoppen. Das ist gut. Michael Roth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. So, Christina, wir sind mit einer Einmeldung aus der Welt des Sportes eingestiegen. Jetzt haben wir schon wieder eine Einmeldung. Ich bin gespannt, wie du sie jetzt verkaufst. Naja. Als Münchnerin, als Berliner. Ja, also als Berliner bin ich natürlich sehr stolz. Berlin wird nämlich Gastgeber des Finales der EM 2024 in Berlin werden. Ich sage ja, wir haben das schönste Stadion in Deutschland. Aber naja, du als Münchnerin, du als Münchnerin. Und das Eröffnungsspiel, was er jetzt vergessen wollte fast, das vergab das Exzertivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA am Dienstag nämlich nach München. Die schöne bayerische Landeshauptstadt. Ist okay. Du kriegst eins, ich kriegst eins. Es sind ja noch mehr Spieler, aber finde ich schon okay. Wir sollten beide Urlaub einreichen, um das Eröffnungsspiel zu sehen. Ist nicht, wir werden hier sitzen und moderieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie ja zeitweise geschlossen werden. Und ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag. Das entschieden die Karlsruher Richter. Geklagt hatte eine Restaurantbetreiberin aus Berlin. Erstmals seit mehr als 60 Jahren, da war sie das letzte Mal schwanger. Nämlich fehlte Queen Elizabeth die zweite bei der Parlamentseröffnung in London. Und stattdessen hielt der Thronfolger, der älteste Sohn der Königin Prinz Charles, die Regierungserklärung. Mit der punktvollen Zeremonie wird der Tradition eine neue Sitzungsperiode von Unter- und Oberhaus eingeläutet. Zuvor hatte der Buckingham Palace mitgeteilt, dass die 96-Jährige wegen eingeschränkter Beweglichkeit auf diese Rede verzichtet hätte. Der Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge Männer fasste die Jugendkammer einen entsprechenden Beschluss. Im September 2020 hatte eine 15-Jährige die Festwiese des Stadtperks Hamburg besucht und war später auf einen der Vergewaltiger getroffen. Er führte sie in ein Gebüsch, wo weitere Männer hinzukamen und das Mädchen mutmaßlich gemeinschaftlich vergewaltigten. Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger nun gefasst worden. Seit Februar müssen sich ja bereits sechs Verdächtige wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Am Ende des Prozesses konnte jetzt ein 22-Jähriger festgenommen werden. Er soll das grüne Gewölbe im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Bei dem Raub wurden 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Der Raub geht vermutlich auf das Konto von Mitgliedern der kriminellen libanesischen Großfamilie Remmo. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem Besuch der Kiefer Vororte Butschau und Irpin erschüttert von den dort begangenen Kriegsverbrechen gezeigt. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, so die grüne Politikerin. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba erklärte sie, Deutschland werde künftig komplett ohne Energie aus Russland auskommen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist ist. Ja, und das lassen wir natürlich einordnen von unserem politischen Korrespondenten Achim Unser. Er ist für uns vor dem Kanzleramt. Achim, man kann es ja so sagen, Außenministerin Baerbock nun in Kiew, aber vom Kanzler geschickt. Hat sie ihren Auftrag erfüllt? Ich würde schon mal sagen, ja. Sie hat ja vor allem eben sich auch ein Bild von der Lage vor Ort machen wollen, um eben auch dann dieses Bild an den Kanzler weiterzugeben. Das war bestimmt eine der Aufgabenstellungen. Das andere war natürlich auch, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und sie ist ja auch hingegangen, um den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen bei der Aufklärung jener Taten in Butscher. Das hat sie ja explizit auch nochmal gesagt. Also das waren schon mal so die drei Aufgabenstellungen, die sie hatte. Und ich habe darüber über diese Reise mit Jürgen Trittin gesprochen, dem Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss, und habe ihn nochmal dazu befragt, was er sich von der Reise von Annalena Baerbock erhofft. Ich glaube, von dieser Reise geht ein klares Signal aus. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest an der Seite der angegriffenen Ukrainer. Und wir wollen unseren Kurs der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Sie hat ja auch gesagt, bei der Reise ist es auch hier, um den Internationalen Strafgerichtshof sozusagen ihn zu unterstützen, weil eben diese Taten in Butscher zum Beispiel nicht ungesünd bleiben dürfen. Es sind dort Taten begangen worden, die auch nach den internationalen Regeln und nach dem Weltstrafrechtsprinzip in Deutschland und anderswo strafbar sind. Es ist nötig, das aufzuklären, weil Straflosigkeit ist eine Ermunterung für künftige Täter. Frau Baerbock trifft da jetzt auch Herrn Zelensky und der sagt ja immer, mit leeren Händen brauchen wir nicht kommen. Was bringt sie ihm denn mit? Ich glaube, sie bringt etwas mit, was, glaube ich, sehr viel wert ist. Nämlich das gemeinsame Willen fast aller demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Ukraine weiterhin nach den besten Möglichkeiten zu unterstützen. Jetzt war es ja so, dass die Regierung bei den Waffenlieferungen immer erst gesagt hat, Frau Baerbock war eine der Ersten, die gesagt hat, übrigens schwere Waffen werden auch gebraucht, oder sollten wir liefen, die aber sich doch da zögerlich verhalten hat. Das wurde ja auch im Ausland, auch in der Ukraine beobachtet. War das wirklich eine zielführende Strategie, da immer so ein bisschen scheibchenweise da mit Neuerungen herauszukommen? Es geht nicht um scheibchenweise, sondern die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, der Bundeskanzler waren in dieser Frage immer völlig klar. Wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir unterstützen sie, aber wir sorgen dafür, dass Deutschland und die NATO nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland reingezogen werden. Und das ist etwas, was man sorgfältig abwägen muss. Und ich glaube, es ist klug, dass wir das sorgfältig abgewogen haben. Und das entspricht auch dem Bedürfnis vieler Menschen in diesem Lande. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die haben frühzeitiger schwere Waffen geliefert, die auch schon dort sind. Unsere sind ja erst auf dem Weg. Kommt hinzu, dass wir teilweise über das nicht verfügen, was gerne gewünscht worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne meinen europäischen Nachbarn zu nahe treten wollen, da sind auch viele Waffenlieferungen in der Presse angekündigt werden. Wenn ich mir die Gesamtbilanz angucke, stehen die Deutschen nicht so schlecht. Glauben Sie, dass die deutsche Presse und auch die Opposition zu kritisch in diesem Punkt mit der Regierung umgehen? Ich habe gar nicht zu beurteilen, wie die Presse sich an dieser Stelle verhält. Ich glaube aber, dass der Grundsatz, dass wir der Ukraine zur Seite stehen, aber jede Kriegsbeteiligung Deutschlands vermeiden werden, dass dieser Grundsatz von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung so getragen wird. Und das verbietet es, schlanke Erklärungen zu machen, weil man beispielsweise von einem Partygate ablenken will oder ähnlichen Dingen. Der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, wann er reist. Auch da ist es ähnlich, dass da der Druck groß auf ihn ist. Er wirkt teilweise ein bisschen wie ein Getriebener. Einerseits die Einladung von Herrn Zelensky, andererseits wieder auch die Opposition, die sagt, wann reisen Sie denn endlich, Herr Scholz? Wie ist da Ihre Einschätzung? Muss er denn bald reisen? Das ist relativ ganz einfach. Wenn Herr Zelensky nicht unter Anstiftung der Bild-Zeitung Frank Steinmeier ausgeladen hätte, wäre Herr Scholz schon lange da gewesen. Heißt das, dass Herr Steinmeier zuerst reisen muss, dann kann Herr Scholz? Ich glaube, dass Herr Scholz und Herr Steinmeier sich darüber genau verständigen werden. Und mit der Korrektur der Position der Ukraine war ja auch erst die Reise von Frau Baerbock möglich. Genau. Jetzt ist es so, dass ja am Ende Mai dann ein EU-Gipfel zu dem Thema ist. Wäre das nicht, sage ich mal, der späteste Zeitpunkt, dass er dort, wenn er dort ankommt, dass er sagen kann, ja, ich war dort, habe mir ein Bild über die Lage gemacht? Ich gehe davon aus, dass wir so eine Reise sehen werden. Und wir werden sie sehen, wenn die Vorbereitungen dafür abgeschlossen sind. Nochmal, es wäre klüger gewesen, wenn man den Bundespräsidenten nicht ausgeladen hätte. Dann hätten wir diese Diskussion. Und die ist aber nicht dem deutschen Bundeskanzler anzulasten, sondern die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der ukrainischen Seite. Gestern war der französische Staatspräsident zu Gast bei Olaf Scholz. Und da sprach Emmanuel Macron von einem neuen Gebilde, einem politischen europäischen Bündnis, in das dann auch die Ukraine eintreten könnte, wo man dann eben sozusagen auch Möglichkeit bei Sicherheit oder bei anderen, auf anderen Themenfeldern eng zusammenarbeitet. Natürlich vor dem Hintergrund, weil Emmanuel Macron auch gesagt hat, ein EU-Beitritt sei eben ein sehr langwieriges Projekt. Ist das die mögliche, sag ich mal, Ausweichlösung dieses Problems, dass die Ukraine ja eigentlich schnell in die EU will? Wir haben ein reales Problem. Die Ukraine war schon vor dem Krieg, den Russland da vom Zaun gebrochen hat, am 24. Februar, kaum wäre nicht in der Lage gewesen, der Europäischen Union beizutreten. Das ist ja nicht so, als wenn man einem Sportverein beitritt. Dann muss man beispielsweise die gesamte Wirtschaft entsprechend umbauen. Und man muss wettbewerbsfähig sein, um am Binnenmarkt bestehen zu können. Deswegen ist der Hinweis von Emmanuel Macron richtig, dass ein solcher Beitrittsprozess eine Weile braucht. Ich bin auch sehr dafür, den beschleunigt und so schnell wie möglich zu führen. Aber er wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es gibt gleichzeitig das Erfordernis, wenn in einer politischen Beendigung der Feindseligkeiten, ich vermeide das Wort Waffenstillstand und das Wort Frieden sowieso, wenn dort ist, dass es dann auch Garantien geben muss für die Ukraine, dass sie nicht erneut wieder überfallen wird. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das steht nicht im Widerspruch zu einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union, sondern ist Bestandteil desselben. Also das heißt, Sie befürworten das, dass man an einem möglichen neuen Konstrukt da arbeitet? Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zeit, wo der Beitritt läuft, parallel dazu auch Maßnahmen finden, wie die Ukraine besser mit Europa verbunden werden kann. Ja, wir haben es gehört, Jürgen Trittin als Vertreter der Ampelkoalition ist der Meinung, dass vor allem diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier der Hinderungsgrund war, warum Olaf Scholz noch nicht die Ukraine bereist hat. Aber dieser Hinderungsgrund ist ja jetzt weg, ist ja ausgeräumt. Und insofern können wir davon ausgehen, dass Olaf Scholz demnächst in die Ukraine reist. Jürgen Trittin war da auch ganz guter Dinge, dass das demnächst passiert. Guten Abend in Die Welt am Abend. Schönen guten Abend. Außenministerin Annalena Baerbock ist also in die Ukraine gereist und damit das erste deutsche Regierungsmitglied aus dem Kabinett Scholz. Die grüne Politikerin wurde auch vom ukrainischen Präsidenten empfangen. Ja, und nach den diplomatischen Verwerfungen dankte Präsident Zelenskyy Deutschland nun für die Unterstützung. Bevor Baerbock nach Kiew kam, machte sie sich einen Eindruck in den Vororten Butscher und Irpin, dort wo es das Massaker und es heftige Gefechte zu Kriegsbeginn gab. Sebastian Planthold berichtet. Ankunft von Außenministerin Baerbock in der Ukraine mit schusssicherer Weste und schwerbewaffneten Sicherheitskräften. Es sind schreckliche Bilder, die sie sich in der Kirche von Butscher anschaut, dem Vorort von Kiew, wo aus russischen Soldaten Bestien wurden. Anfang April, kurz nach dem Abzug der russischen Armee, gehen die Bilder aus Butscher von Straßen übersät mit Leichen um die Welt. Die Menschen wurden teilweise mit Kopfschüssen hingerichtet. Baerbock verspricht, man werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Die ukrainische Generalstaatsanwältin berichtet Baerbock über ihre Ermittlungen dazu. Seit dem Abzug der Russen sammelt sie Beweise für die Kriegsverbrechen. Rund 1800 Zivilisten wurden in Kiew umgebracht, jeder dritte davon hier in Butscher. Wir haben jetzt damit begonnen, die Täter zu identifizieren, die hier Vergewaltigungen, Erschießungen und Folter begangen haben. Anschließend geht es weiter nach Irpin. Tausende Wohnungen wurden hier zerstört und wieder hunderte Zivilisten getötet. Auch der ukrainische Präsident Zelensky empfängt Baerbock zu einem Gespräch. Und sie hat nach Kiew etwas mitgebracht. Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Deutschland eröffnet also wieder seine Botschaft trotz des Krieges. Ein Zeichen an die Ukraine, aber auch Richtung Moskau. Und unser Reporter-Kollege Paul Sonntag ist uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Paul, du hast diesen Besuch ja auch den ganzen Tag über in der Ukraine beobachtet. Baerbock hat also auch Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Wie wichtig war denn dieser Termin für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Wie schätzt du das ein? Also zunächst einmal war er vor allem überraschend. Wir hatten ja den ganzen Tag immer nur so eine grobe Ahnung von dem Plan, von dem Ablauf. Das hatte Sicherheitshintergründe. Wir haben relativ kurzfristig immer nur erfahren, wo dann die Außenministerin tatsächlich ist. Von einem Treffen mit Zelensky war eigentlich nie die Rede. Natürlich wurde es immer spekuliert. Aber man dachte ursprünglich, das sei eine Art Auftakt. Jetzt erst mal mit Außenminister Kuleba und dann möglicherweise das Terrain ebnen für den Kanzler Scholz, um dann hier am Ende sich mit Zelensky zu treffen. Aber nein, sie hat es direkt gemacht. Ohnehin wurde sehr viel reingepackt in diesen Tag. Das war so der Eindruck, den man hatte. Nicht nur Budja wurde besucht, sondern eben auch Irpin. Genau diese sehr, sehr wichtigen Orte im Verlauf des Krieges. Und da muss man sagen, ging vor allem eine Botschaft immer wieder, ist immer wieder herausgestochen, die die Außenministerin immer wieder erwähnt hat. Man wird diese Kriegsverbrechen verfolgen. Das ging ganz klar in Richtung Moskau. Und trotzdem hat man einen Stimmungswechsel gesehen. Nicht nur bei dem Treffen und bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister. Da wurde immer wieder die Freundschaft erwähnt. Man hat sich freundlich geduzt. Sondern auch eben im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch wenn wenig nach außen gedrungen ist. Man hat sich hier sehr, sehr freundschaftlich und sehr, sehr konstruktiv zusammengezeigt. Also man hat schon den Eindruck, dass das, was in der Vergangenheit war, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Verstimmungen zwischen Kiew und Berlin, dass man das ad acta gelegt hat und jetzt gemeinsam eben in die Zukunft sieht. Und trotzdem steht natürlich auch noch der Besuch des Kanzlers und möglicherweise auch des Bundespräsidenten aus. Und wir sind sehr gespannt, wann die folgen werden. Paul Sonntag, danke dir. Direkt nach Kiew. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Lage, aber in der Ukraine weiter einschauen. Denn wir sind mitten im Krieg und die Angriffe von Putins Truppen konzentrieren sich nun vor allem auf den Osten und Süden des Landes. Auch vor Dessa wurden die modernen russischen Hyperschallraketen abgefeuert, mindestens sieben Stück. Und dabei wurden vor allem zivile Ziele getroffen. Ja, und aus dem belagerten Stahlwerk Asovstahl in der Hafenstadt Mariupol berichteten die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen. Es gäbe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, so der Hilfsappell. Der aktuelle Überblick von unserem Kollegen Thomas Fedder. Die ganze Nacht muss die Feuerwehr in Odessa die Brände löschen. Russland hat wieder Hyperschallgeschosse abgefeuert. Mindestens drei Kinschallraketen treffen die Hafenstadt. Ein Einkaufszentrum wird völlig zerstört. Wieder sterben Zivilisten. Gleichzeitig wird mit alten Waffensystemen angegriffen. Weniger zielgenau. Möglicherweise spart Russland an moderner Munition. Oder es ist einfach nicht genug vorhanden. Wir sehen viele Einschläge von Raketen, die teilweise noch aus der Sowjetzeit stammen. Diese ungenauen Angriffe bedeuten noch mehr zivile Opfer. Wir schätzen das so ein, dass dem Feind möglicherweise die Munition ausgeht. Über die gesamte Frontlinie wird gekämpft. Die Meldungen sind widersprüchlich. Hier versuchen Ärzte bei Donetsk einen ukrainischen Soldaten zu retten. Wir müssen intubieren, ruft der Arzt. Der Zustand ist ernst. Von Nordosten nach Südwesten verläuft die Kampflinie. Heftige Angriffe gab es in der Region Luhansk und auch auf die Städte Kharkiv und Dnipro. Experten vermuten, Russland will die komplette Schwarzmeerküste erobern. Deshalb wird nun offenbar wieder verstärkt Odessa angegriffen. Es sieht weiterhin danach aus, dass man versucht, Odessa weitflächig zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Also es ist ein Teil dieser Terrorstrategie, die wir an anderen Orten in der Ukraine auch seitens der russischen Föderation sehen. Und Odessa ist deshalb wichtig, weil Odessa der Hafen ist, über den sozusagen ein Großteil des ukrainischen Im- und Exports läuft. Und auch in Mariupol, der anderen großen Hafenstadt, wird weiter gekämpft. Russland attackiert. Die verschanzten Verteidiger im Stahlwerk harren mit einigen verbliebenen Zivilisten aus und machen sich mit Liedern Mut, auch wenn ihre Chancen denkbar schlecht stehen. Und Weltreporter Alfred Hackensberger ist ja für uns bereits seit Tagen in der Ostukraine in Drushkivka. Alfred, und wir haben es auch in den Beispielen gesehen, die du uns ja auch den ganzen Tag über überspielt hast. Du hast immer wieder Mörser-Einschläge. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Also die Kämpfe sind weiterhin unverändert in einem hohen Stadion, oder? Ja, die Kämpfe sind sehr, sehr hart, muss man sagen, direkt im Frontbereich. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Raketenbeschüsse in der Nacht oder unter dem Tag. Aber wir waren heute in Siversk. Das ist ein Ort direkt an der, ja nicht weit von der Frontlinie weg, eigentlich direkt an der Frontlinie, muss man sagen. Dort haben wir dann mit eigenen Augen einen Angriff mit Streubomben, mit Streumunition gesehen. Das heißt, es war eine Drohne, die dann rangeflogen ist und man hörte das Pfeifen der Rakete, die runterging und dann in einem Wohngebiet eingeschlagen hat. Und dann gab es dieses buchstäbliche, typische Feuerwerk dieser einzelnen Bomben für über eine Minute, die eben dann, das sind glaube ich so eine Rakete, direkt 40 oder bis 60 Stück, die dann nacheinander explodiert sind. Und diese Munition ist natürlich international geächtet, eigentlich verboten, sollte sie nicht angewendet werden und schon gar nicht in Wohngebieten. Aber das machte die russische Armee mehr oder weniger seit Kriegsbeginn. Es wurde mehrfach dokumentiert. Und wir konnten es jetzt dann mit eigenen Augen sehen, wie die russische Armee diese verbotene Munition einsetzt. Und natürlich da in dieser Stadt drücken sie weiter. Es sind wirklich heftige Kämpfe. Man beschließt sich gegenseitig mit Artillerie, mit Radraketen. Und ja, es geht zur Sache. Aber trotzdem kommen die Russen nicht so schnell voran, wie sie gerne möchten. Alfred, du sagst, dass ihr das Ganze jetzt mit eigenen Augen beobachten konntet, miterlebt habt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen schildern, wie funktioniert denn euer Alltag als Reporter? Wie bewegt ihr euch fort? Wie bringt ihr euch in Sicherheit, auch eben, wenn es so einen Raketenbeschuss gibt? Naja, es fängt damit schon an, dass man sich eigene Zugänge schafft. Das heißt, weil viele Zugänge von den Presseleuten der Armee kontrolliert werden und dann immer mitfahren wollen. Man schafft sich dann eigene Zugänge. Das heißt, man fährt einfach irgendwo hin, wo man denkt, es ist ein Brennpunkt oder wo man weiß, dass es ein Brennpunkt ist. Und fährt halt nicht auf der Hauptstraße, sondern auf Nebenstraßen. Hangelt sich dann von Checkpoint zu Checkpoint oder von Militärbasis zu Militärbasis, um die Lage zu sondieren. Ob es sicher ist, wo die russischen Truppen stehen, wie weit man noch fahren kann. Genau, und so sind wir dann eben auch heute in diesen Ort gelangt, Sivertsk. Und konnten sehen, der Ort liegt eben ein bisschen in einer Mulde. Wir waren auf einer erhöhten Position. Man versteckt so ein bisschen die Autos unter den Bäumen, damit man von den Drohnen nicht gesehen wird. Und dann beobachtet man das Kampfgeschehen und überlegt, ob man in die Stadt fahren kann oder nicht, so wie heute. Das ging nicht, weil die ganze Stadt unter Raketenbeschuss lag und auch sich die Ukrainer gewehrt haben. Und dann genau in dem Augenblick, als wir mehr oder weniger als Beobachter da standen, hörten wir eben eine Drohne und dann mussten wir in Deckung gehen. Vorher gab es schon einige Mörser, die auf die Vororte hier nicht weit von uns, nicht mal einen Kilometer oder 500 Meter entfernt von uns niedergegangen sind. Und dann kam eben diese Drohne, die dann die Rakete abgeschossen hat und dann ein Feuerwerk inszeniert hat. Alfred, danke für dieser Eindruck nach Dozhkivka und du und dein Kameramann. Ihr passt bitte weiterhin gut auf euch auf. An vielen Orten in der Ukraine wurde heute gekämpft. Wir haben es gerade vom Kollegen Alfred Hackensberger gehört. Und besonders schwer war der Angriff auf Odessa. Unser Militärexperte Guido Schmidke, der hat einige Hintergründe und den Frontverlauf zum aktuellen Geschehen. Der Militärgeheimdienst der Amerikaner sieht momentan in der Ukraine militärisch einen Patt zwischen den Russen und den Ukrainern. Und hat auch neue Zahlen zu möglicherweise getöteten russischen Generälen herausgebracht. Nach Angaben des Geheimdienstes sind vermutlich acht bis zehn russische Generäle bisher bei den Kämpfen um die Ukraine gefallen. Wie gesagt, die schwersten Gefechte vor allem im Osten um den Donbass, Popasma, Kramatorsk, Kharkiv. In Mariupol hat es in den letzten 24 Stunden allein 34 Luftangriffe gegeben. Unter anderem mit strategischen Bombern, aber auch mit Schiffsartillerie und mehrfach Raketenwerfern. Also die Soldaten, die da noch ausfahren, 1000 bis 2000 ukrainische Soldaten, die stehen da unter Dauerbeschuss. Gehen wir mal rüber in den Westen. Odessa, dort hat es ja die schweren Angriffe gegeben. Unter anderem mit den sogenannten Hyperschallraketen. Das hat dafür gesorgt, dass es da sehr schwere Schäden gegeben hat. Wieder waren es zivile Ziele, die man getroffen hat. Odessa ist immer noch ganz entscheidend für beide Parteien. Denn die Russen möchten natürlich am liebsten dort die Landverbindung nach Transnistien schließen. Was haben die Ukrainer die letzten Tage gemacht, um Odessa zu schützen? Haben vor allem sehr geschickt ihre Drohnen aus türkischer Produktion, die mit Raketen ausgerüstet sind, eingesetzt und haben unter anderem die Schlangeninsel angegriffen, wo die Russen ja sich niedergelassen haben und Militärmaterial in Stellung gebracht haben. Und haben auch einige Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und haben die versenkt beziehungsweise in Brand geschossen. Also dort hat man zumindest Nadelstiche setzen können. Gucken wir nochmal auf Odessa und den Angriff mit den sogenannten Kinschall-Hyperschall-Lenkflugkörpern. Wir sehen hier Bilder von einem Test mit dieser ganz speziellen Hightech-Waffe. Das Trägerflugzeug ist eine MiG-31. Und diese Hyperschall-Rakete wird praktisch in großer Höhe abgeworfen, fällt dann erstmal ein wenig, bevor die Feststofftriebwerke zünden. Und danach katapultieren die Triebwerke diese Rakete auf eine Höhe von 18 bis 20 Kilometer, sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre. Und danach nimmt die Rakete eine ballistische, semi-ballistische Kurve ein. Ich kann das hier mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Nach oben katapultiert und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Rakete wieder zum Boden fällt. Gewicht 4000 Kilogramm. Der Gefechtskopf allein 500 Kilogramm. Also sehr, sehr schwer. Splittersprengkopf herkömmlich, kann aber auch Nuklearsprengkopf sein. Bis zu 12.000 Stundenkilometern. Und das Entscheidende, diese Waffe ist trotz der hohen Geschwindigkeit weiterhin manövrierbar und deshalb sehr, sehr schwer abzufangen. Und hat darüber hinaus eine spezielle Beschichtung. Denn wenn die Rakete wieder eintritt in die Erdatmosphäre, dann wird praktisch sehr große Kompressionshitze erzeugt. Und diese würde ohne diese spezielle Beschichtung dafür sorgen, dass die Rakete verglüht. Und während Ihres Besuches in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock auch die deutsche Botschaft in Kiew wieder eröffnet. Sie war im Umfeld des russischen Angriffes hier Anfang des Februars aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Zunächst allerdings wird die deutsche Botschaft mit einer Minimalbesetzung arbeiten. Aber die deutsche Botschafterin, Frau Feldenhusen, sie wird auf jeden Fall in Kiew anwesend sein. Christoph Schilz, Weltkorrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet, direkt aus Brüssel. Herr Schilz, Frau Baerbock will also die Ukraine in die EU aufnehmen. Scholz und Macron sind da etwas zurückhaltender. Wie kann man diese Differenzen einordnen? Wie kann man das Ganze verstehen? Am Ende wollen im Grunde beide das Gleiche oder sagen das Gleiche. Frau Baerbock weist nur darauf hin, dass es eine Beitrittsperspektive geben muss. Das heißt, man sollte das Land als Beitrittskandidaten bestimmen. Dagegen hätten Scholz und Macron, glaube ich, auch nichts. Nur gestern haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen der Beitrittsperspektive und einem Status als Beitrittskandidat möglicherweise mehrere Jahrzehnte liegen. Und das ist die Wahrheit. Es ist die einfache Wahrheit. Wenn man es rein formal sieht, ist die Ukraine weder reif für einen Beitritt, das sowieso nicht, aber auch hat im Grunde keine Chance, Beitrittskandidat zu werden. Vor dem Hintergrund des Krieges muss man allerdings sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, dem Land einen Kandidatenstatus zu geben, weil es eine unglaubliche Anerkennung der großartigen Kampfbereitschaft und der Moral der Ukrainer wäre und ihnen gleichzeitig nochmal eine Motivation geben wäre. Und sie hätten es auch verdient. In dem Land ist sicherlich deutlich mehr europäischer Geist als in anderen EU-Ländern, die längst Mitglieder sind, wie in Ungarn oder anderen Ländern. Christoph, die Ukraine ist also das eine Thema und hat auch gezeigt, die Russland-Politik nicht nur Deutschlands, auch der EU muss sich also komplett verändern. Das hat die Außenministerin heute noch einmal unterstrichen. Aber wir reden immer nur über Russland. Was ist eigentlich mit China? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten auf keinen Fall die Fehler, die wir bei Russland gemacht hatten und die exorbitante Fehleinschätzung, die man hatte, diese naive Politik, die sich zumindest retrospektiv als naiv herausgestellt hat, diese Politik des Appeasements, diese Politik des Dialogs, Diese Politik, die so falsch war im Falle Russlands, die sollten wir bei China auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir sollten gewarnt sein. Wir sollten die Fehler der Merkel-Ära, was heißt wir, Bundeskanzler Scholz, die Bundesregierung, sollte die Fehler der Merkel-Ära nicht wiederholen mit Bezug auf China. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden bei Russland und es kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab genügend Warnungen seitens der USA. Es gab genügend Warnungen aus Mitteleuropa, aus Osteuropa. Aber die Deutschen wollten es nicht hören und was ich hier in Brüssel mitbekommen habe, war es oft so, dass man die Deutschen für Besserwisser gehalten hat, für starrsinnig und für rechthaberisch in dieser Beziehung. Und leider Gottes hat es sich bewahrheitet und das sollte nicht nochmal so sein, weil Merkel war sozusagen die wichtigste Verbündete von Xi Jinping, also die Diktator der Chinesen in der westlichen Welt und Scholz sollte es nicht auch werden. Das wäre verheerend. Die Einordnungen von unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Ja, es gibt einen erheblichen Anstieg, allerdings auch bei den antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem auch die pro-palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, wie Stefan Wittmann berichtet. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also solche, die oftmals Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. Christina in Großbritannien könnte tatsächlich heute eine Zeitenwende eingeläutet sein. Denn zum ersten Mal seit 60 Jahren und damals war sie zum letzten Mal schwanger, muss man an dieser Stelle auch betonen, hat Königin Elisabeth II. nicht die Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode gehalten. Ich fühle mich ja sehr royal mit diesem Hintersetzer bei uns hier im Studiokasten. Die 96-Jährige ist ja gesundheitlich angeschlagen, war zwar mit dabei, aber ihr Sohn Prinz Charles als Thronfolger übernahm. Zum ersten Mal, muss man sagen. Lea Freist über einen Tag mit großer Symbolkraft. Das britische Oberhaus wartet gespannt, gewohnt prunkvoll und traditionell darauf, dass es losgeht. Die Royals sind schon auf dem Weg. Die Eröffnung des Parlaments ist bis ins letzte Detail durchgeplant. Doch eigentlich ist nichts wie sonst. Die 96 Jahre alte Queen ist gesundheitlich angeschlagen, sagt die Ansprache ab wegen Mobilitätsproblemen. Nun ist es sein Auftritt. Prinz Charles springt ein. An seiner Seite Frau Camilla und Sohn William. Der 73-Jährige ließ die Vorhaben der Regierung vor. Die Queen's Speech ohne die Queen. Her Majesty's Government's priority is to grow and strength from the economy. Für Adelsexperten ist die Rede die wichtigste Aufgabe im Kalender der Königin. Ganz zu Anfang ging es noch mit Kutsche ins Parlament. Jahrelang auch noch mit Krone, bis sie der Queen zu schwer wurde. Die Wahl ihrer Outfits vielleicht sogar ein wenig politisch. Etwa 2017, als sie einen blauen Hut mit gelben Blumen trug. Angeblich ein Bekenntnis zur EU. Auch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann Prinz Philipp. Gefehlt hat sie bislang nur zweimal. Hochschwanger 1959 und 1963. Umso symbolhafter jetzt die Absage. Es sei der Beginn einer neuen Ära. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir vermutlich Prinz Charles in den kommenden Wochen, Monaten mehr und mehr im Rampenlicht sehen. Die Krone, obgleich per Rolls Royce herbeigefahren und vor ihm gebettet, trägt der Drohnachfolger heute aber natürlich nicht. Der Transfer des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins Diabrile... ...macht jeden Job um Klassen besser. Bike Leasing von Business Bike. Locker leicht leasen. Hol dir jetzt Entertainment ohne Ende. Mit den neuesten Filmen und Serien. Von Sky und Netflix. Entertainment ohne Ende. Zum Bestpreis von nur 25 Euro im Monat. Holst dir auf Sky.de Putins Angriff auf die Ukraine erschüttert die Welt. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Wir berichten live und vor Ort. Fällt die Hauptstadt, dann fällt das ganze Land. Also insofern muss es darum gehen, die Hauptstadt hier irgendwie zu verteidigen. Alle Entwicklungen. Es kann natürlich auch sein, dass die Russen gar nicht so gut vorankommen, wie sie wollen. Keiner legt die Waffen nieder. Wir werden unser Land verteidigen. Alle Reaktionen und alle Analysen. Es scheint wieder eine sehr unruhige Nacht zu werden. Die Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine. Live auf Welt. Musik 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 Willkommen und guten Morgen bei Welt. An der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz beginnt heute die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an der Panzerhaubitze 2000. Zur Verteidigung gegen die russischen Angriffe wollen Deutschland sowie die Niederlande der Ukraine insgesamt zwölf Panzerhaubitzen liefern. Zum Abschluss ihres Besuches in der Ukraine sicherte Bundesaußenministerin Baerbock weitere militärische Unterstützung zu. Russische Soldaten beschießen die Stadt Siversk im Osten der Ukraine. Nach Einschätzung unseres Reporters auch mit verbotener Streumunition hier in Zeitlupe. Unter Lebensgefahr sucht unser Team Deckung hinter den Autos. Man kann in die Stadt nicht reinfahren. Sie wird ständig von Gradrechten beschossen. In demonstrativer Harmonie endet in Kiew rund 650 Kilometer weiter westlich der Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei Xbox-Weltmeister und Bürgermeister Vitali Klitschko. Doch die Ruhe hier trübt. Putin kann den Beschuss der ukrainischen Hauptstadt jederzeit wieder aufnehmen. Der russische Präsident kann jeden Tag seine Strategie wieder verändern und deswegen wissen wir auch, dass wir vor allen Dingen weiterhin die Unterstützung geben müssen, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Am Dienstag sind die ersten ukrainischen Soldaten in Deutschland gelandet, um hier an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet zu werden. Insgesamt zwölf Stück der Artilleriepanzer wollen die Niederlande und Deutschland an die Ukraine liefern. Ich danke all unseren Verteidigern, so Präsident Zelensky, die die Stellung halten und wirklich übermenschliche Stärke zeigen, um die Armee der Eindringlinge zu vertreiben. Unmenschliche Bedingungen herrschen weiter im Asov-Stahlwerk in Mariupol. Rund 1000 ukrainische Kämpfer und eine Handvoll Zivilisten sitzen hier noch fest. In den sozialen Medien kursiert dieses Video. Es soll eine ukrainische Soldatin zeigen, die sich und ihren Kameraden mit ihrem Gesang Mut macht. Damit guten Morgen in die ukrainische Hauptstadt nach Kiew zu Paulsonntag. Paul, lass uns auf den gestrigen Tag noch einmal schauen, zurückblicken. Mit welcher Bilanz würdest du einschätzen, ist dieser Baerbock-Besuch, also der Bundesaußenministerin, abgelaufen? Na gut, man könnte sagen, wer sich minimale, wer sich niedrige Ziele setzt, der muss am Ende ja auch irgendwie Erfolge vorweisen können. Es war nicht sehr viel erwartet worden von diesem Termin und am Ende ist doch deutlich mehr dabei rumgekommen. Das muss man ganz klar bilanzieren. Das Programm, das war fast kanzlerwürdig. Man hat hier mehrere Orte besucht. Es ging unheimlich zügig, immer nur kurze Aufenthalte. Aber vor allem auch, wenn man gesehen hat, wer sie dann am Ende doch auch empfangen hat. Das waren eben nicht nur die Klitschkos, das war eben nicht nur der ukrainische Außenminister, sondern eben auch der ukrainische Präsident Zelensky. Man hatte auch den Eindruck, und vielleicht war das eben das Minimalziel, es ging gar nicht unbedingt um die sachlichen Dinge am Ende, um die Frage, wie viele Waffen liefert Deutschland jetzt tatsächlich oder wann kann die Ukraine möglicherweise auf den Kandidatenstatus bei der EU hoffen, sondern es ging vor allem darum, erstmal wieder die Stimmung zu kitten, irgendwie einen Dialog wieder zu finden, eine Atmosphäre zu schaffen, auf der man aufbauen kann. Und da muss man sagen, alles, was wir zumindest von ukrainischer Seite gehört haben, aber eben auch aus der deutschen Delegation, dass das offensichtlich funktioniert hat. Paul, massive russische Angriffe in der Ukraine. Wie ist die Lage insbesondere in der Donbass-Region aktuell? Also was wir aus der letzten Nacht gehört haben, ist, dass es sich vor allem aktuell rund um die Stadt Charkiv etwas konzentriert hat. Das ukrainische Militär hat dort Erfolge vermeldet. Das ist immer schwer zu überprüfen, aber es deckt sich eigentlich mit dem, was einige Reporter in der Region auch dazu sagen, dass man da einzelne Vororte möglicherweise wieder zurückerobert haben könnte. Also da merken wir verstärkte Aktivität, aber genauso auch wie schon am Tag zuvor im Süden eben auch in Odessa. Und das ist deswegen interessant, weil man da offenbar die Strategie jetzt fährt, möglicherweise hier tatsächlich die ukrainischen Streitkräfte auch komplett eben vom Meer abzuschneiden, um hier auch mögliche Nachschubmöglichkeiten zu verhindern und Ähnliches. Also es ist nicht nur der Donbass, der da tatsächlich im Fokus ist. Die große Befürchtung auf ukrainischer Seite ist immer, dass es möglicherweise sich aus diesem Halbkreis der Frontlinie nach unten bewegen könnte, das Ganze eben zusammenführen könnte. Und ukrainische Truppen irgendwie eingesperrt sein könnten Richtung Kramatorsk. Auch das bewahrheitet sich im Moment noch nicht, aber wir sehen auf jeden Fall keine einkehrende Ruhe, auch zwei Tage nach der Rede von Wladimir Putin. Paul, Dankeschön. Nach Kiew. Die Ukraine hat angekündigt, dass sie ab heute früh im Gebiet Luhansk im Osten des Landes den Transit von russischem Gas stoppen wird. Das hat nach Angaben der Netzbetreiber auch Folgen für Deutschland und den Westen Europas. Bis zu 33 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag fallen weg. Fast ein Drittel der täglich über die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge. Die Ukraine beruft sich auf höhere Gewalt wegen der russischen Besatzung. Der russische Energiekonzern Gazprom bestreitet das. Angesichts der angespannten Lage auf den Gasmärkten ruft die Bundesnetzagentur die Verbraucher dazu auf, Gas zu sparen. Jeder einzelne müsse jetzt seinen Verbrauch reduzieren. Landwirtschaftsminister Özdemir setzt sich dafür ein, die geplanten EU-Vorgaben für den Wechsel von Ackerpflanzen zu verschieben. Damit könnten unsere Bauern mehr Weizen produzieren, sagte der grünen Politiker in einem Interview. Es geht dabei um eigentlich ab 2023 geltende Vorgaben, wonach auf einer Fläche zum Beispiel nicht mehr zwei Jahre in Folge Winterweizen angebaut werden darf. Özdemir will, dass die EU-Kommission die Regelung zurückstellt. Die Ukraine war bisher einer der wichtigsten Getreidelieferanten. Viele Frachtschiffe stecken wegen des Krieges aber fest. Die Preise steigen rasant. Die ukrainische Band Kalush Orchestra ist beim Eurovision Song Contest ins Finale eingezogen. Sie kam am späten Abend mit ihrem Song Stefania im ersten Halbfinale weiter, zusammen mit Vertretern aus neun anderen Ländern. Die Musiker aus der Westukraine gelten beim Grand Prix am Samstag in Turin schon jetzt als Favoriten für den Gesamtsieg. Der deutsche Beitrag Rockstars von Halik Harris war bereits vorher für das Finale gesetzt. Deutschland ist einer der größten Geldgeber beim Eurovision Song Contest. Nach wie vor gilt in Deutschland, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es, aber auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigen vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin. Stefan Wittmann. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also solche Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. 19.600, das ist die Zahl der Morde in den USA im vergangenen Jahr. Und ungefähr genauso viele waren es im Jahr zuvor. Klingt jetzt wie eine gute Nachricht, weil die Zahl nicht gestiegen ist, ist aber in Wahrheit eine ausgesprochen schlechte. Denn das Level der Gewaltdelikte bleibt seit Beginn der Covid-Pandemie extrem hoch. Und schuld, sagen die Behörden, sei tatsächlich das Virus. Aus Washington, Steffen Schwarzkopf. Dies sind Bilder einer Überwachungskamera in Compton nahe Los Angeles. Was als Raubüberfall beginnt, endet in einer wilden Schießerei. Ein Toter, ein Schwerverletzter in diesem Cannabis-Shop. Mord und Totschlag als Alltag in den USA zu bezeichnen, wäre wohl übertrieben. Aber im Schnitt sind es mittlerweile 53 Fälle pro Tag. Drei Viertel davon werden mit Schusswaffen verübt. Mehr als 14.000 im Jahr. Das Center for Disease Control hat jetzt die Ursachen untersucht. Und erklärt Covid zu einem der Hauptfaktoren für den starken Anstieg von Waffengewalt. Die Veränderung des sozialen Angebotes spielt eine Rolle, erklärt der Wissenschaftsdirektor in einer Audio-Präsentation. Dazu kommt die Isolation, wirtschaftlicher Druck wie der Verlust des Arbeitsplatzes und die Schwierigkeit, tägliche Kosten zu decken. Die Zahl der Morde, bei denen Schusswaffen zum Einsatz kamen, stieg im Vergleich zu Vor-Covid-Zeiten um sagenhafte 35 Prozent. Vor allem in den Großstädten ist keine Besserung in Sicht. Hier in Washington wurden in diesem Jahr allein bereits 63 Menschen ermordet, zum Vergleich in der deutschen Hauptstadt. Dort waren es im vergangenen Jahr insgesamt 95 und in Berlin leben fünfmal so viele Menschen wie hier in Washington. Die Waffen von der Straße zu bekommen, es gibt immer wieder neue Versuche, so wie hier in Los Angeles. Für jede abgegebene Waffe spendiert die Polizei dem Besitzer eine Geschenkkarte. Gesamtwert 100.000 Dollar. Ein Schritt in eine sichere Zukunft, allerdings nur ein winzig kleiner. Sobald der geplante Kauf von Twitter abgeschlossen ist, will Tesla-Chef Musk die Sperre für den ehemaligen US-Präsidenten Trump wieder aufheben. Musk sagte, die damalige Entscheidung sei moralisch falsch und einfach nur dumm gewesen. Sie habe Trumps Ansichten im rechten politischen Spektrum nur noch mehr Gehör verschafft. Trump war kurz nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von Twitter verbannt worden. Er hat inzwischen seine eigene Online-Plattform und bereits angekündigt, dass er nicht zu Twitter zurückkehren will. Mit Blick auf eine erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren könnte sich das aber ändern. Wetterexperten schlagen Alarmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bis 2026 zu neuen Hitzerekordjahren kommen wird, steigt um mehr als 90 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren lag sie noch bei 10 Prozent. Schuld sei der Klimawandel. In diesem Zusammenhang ist auch die extrem frühe Trockenheit zu sehen, die derzeit Deutschland betrifft. Zum Schaden der Natur vor allem aber der Landwirtschaft. Auf deutschen Feldern wächst gerade vor allem eines. Die Sorge vor Dürre und einem Ernteausfall. Die Böden brauchen dringend Wasser, doch schneller und ausreichender Regen ist nicht in Sicht. Die Gerste, die wir hier sehen, ist jetzt eigentlich gerade dabei, die Ähre zu bilden. Wenn wir jetzt schon die letzten vier Wochen kein Wasser hatten, dann macht sich das natürlich in der Anzahl der Körner in der Ähre bemerkbar. Und somit am Ende auch auf den Ertrag, der natürlich dadurch sinken wird. Was die Bauern im Großen spürt Otto Normalgärtner im Kleinen. Wer sein grünes Paradies pflegen und eigenes ernten will, macht derzeit vor allem eins, wässern, wässern, wässern. Weil die Regentonnen aber leer bleiben, muss mühsam Grundwasser gepumpt werden. Inzwischen ist das fast eine tägliche Aufgabe und natürlich auch mit der Sorge begleitet, dass bestimmte Sachen, wir haben viel Gemüse auch im Hochbeet, dass diese Sachen einfach nicht ausreichend wachsen oder sogar kaputt gehen. Als Auslöser für die Misere gilt der Klimawandel. Der Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt, dass in den letzten Jahren die Böden bei uns immer stärker austrocknen. Auch dieses Jahr wird es nicht anders sein. Das zeigt sich vor allem in den Wäldern. In Brandenburg herrscht derzeit höchste Waldbrandgefahr, weil einheimische Nadelhölzer verdorren. 88 Mal brannte es schon in diesem Jahr. Für die Zukunft planen Waldbesitzer bereits vermehrt mit hitzeresistenten Bäumen aus dem Mittelmeerraum wie der Zeder. Und auch die Landwirte müssen langsam umdenken. Natürlich muss sich auch die Landwirtschaft anpassen an den Klimawandel, der weiter fortschreiten wird. Und das kann sie eben tun, indem sie andere Sorten und auch andere Anbaufrüchte nutzt. Erste Landwirte experimentieren bereits mit spanischem Hartweizen und asiatischen Sojabohnen. Sie gelten als hitzetolerant und kommen mit der Trockenheit besser zurecht. Könnte eigentlich nicht besser laufen aktuell für die Freibäder, die bereits geöffnet haben. Temperaturen bereits jetzt um die 30 Grad. Da wird es schon mal etwas eng auf den Liegewiesen und im Wasser. Es gibt aber leider auch einige Freibäder, die würden gern öffnen, können aber nicht. Weil das notwendige Personal fehlt. Sommer, Spaß, Abtauchen in Siegen in Nordrhein-Westfalen. Die Freibadsaison ist eingeläutet. Na endlich, sagen die Besucher. Ich bin kein Hallenschwimmer. Von daher gesehen war das für mich schon ziemlich spät. Ich hatte bis vor kurzem noch Schule und wollte unbedingt hier hin. Dass das Freibad offen hat, ist nicht selbstverständlich. Hier fehlen Rettungskräfte. Engpässe beim Freibadpersonal gibt es in etlichen deutschen Städten. Auch in Köln. Auf der Homepage der Stadt wird man mit dem Hinweis begrüßt, es gäbe einen Fachkräftemangel in der Bäderbranche. Der Grund vielerorts nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Badewesen. Saisonkräfte sind wegen der Corona-Pandemie abgewandert. Martin Wagner von der Stadt Siegen erklärt, es fehlt auch an Nachwuchskräften und Auszubildenden. Eigentlich ist es ein sehr schöner Job in Ferien. Stellt man sich also vor, Freibad, Sonne, Eis, Cola, Fritten. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Es ist schon eine gewisse Verantwortung, die auch zu tragen ist. Zwei bis drei könnten wir noch gut gebrauchen. Deswegen auch die Bitte an der Stelle nochmal, falls jemand Lust hat, nach Siegen zu kommen. Schon vor Jahren warnte der DLRG, etwa alle vier Tage schließt ein Hallen- oder Freibad in Deutschland. Und zwar für immer. Die Corona-Krise hat die Situation... Die traurige Wahrheit? Für viele ist das Leben draußen härter als hier drinnen. Vielleicht ist das der Grund, warum einige immer wieder zurückkommen. Ich bin so stolz auf euch. Ihr seid große Jungs. Du schaffst das. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Der Knast hat mir das Leben gerettet. Das Gefängnis HMP Forsten Hall. Heute auf Welt. Oh, it's close. Der Krieg in Europa zwingt Millionen Menschen zur Flucht. Aus Angst um ihr Leben müssen Familien ihre Heimat verlassen. Wir unterstützen die Menschen mit Trinkwasser, Lebensmitteln, Medikamenten und mit psychologischer Betreuung. Unterstützen Sie unsere Nothilfe. Besuchen Sie unsere Webseite Aktion-gegen-den-hunger.de-Ukraine, um zusammen mit uns Menschen in Not zu helfen. Bitte spenden Sie jetzt. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Fällt die Hauptstadt, fällt der Präsidentenpalast, dann fällt das ganze Land. Mein Leben war großartig. Aber am 24. Dezember 1975 änderte sich alles. Als Tommy Sigglers Frau und drei weitere Menschen ermordet werden, bekommt er dafür die Todesstrafe. Neue Beweise könnten seine Unschuld belegen. Doch es wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug hoffen. Eine Frage der Unschuld. Heute auf Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen und guten Morgen bei Welt. An der Artillerie-Schule der Bundeswehr Niederoberstein in Rheinland-Pfalz beginnt heute die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an der Panzerhaubitze 2000. Zur Verteidigung gegen die russischen Angriffe wollen Deutschland sowie die Niederlande der Ukraine insgesamt zwölf Panzerhaubitzen liefern. Zum Abschluss ihres Besuches in der Ukraine sicherte Bundesaußenministerin Baerbock weitere militärische Unterstützung zu. Russische Soldaten beschießen die Stadt Siversk im Osten der Ukraine. Nach Einschätzung unseres Reporters auch mit verbotener Streumunition hier in Zeitlupe. Unter Lebensgefahr sucht unser Team Deckung hinter den Autos. Man kann in die Stadt nicht reinfahren. Die wird ständig von Gradraketen beschossen. In demonstrativer Harmonie endet in Kiew rund 650 Kilometer weiter westlich der Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei Ex-Box-Weltmeister und Bürgermeister Vitali Klitschko. Doch die Ruhe hier trübt. Putin kann den Beschuss der ukrainischen Hauptstadt jederzeit wieder aufnehmen. Der russische Präsident kann jeden Tag seine Strategie wieder verändern und deswegen wissen wir auch, dass wir vor allen Dingen weiterhin die Unterstützung geben müssen, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Am Dienstag sind die ersten ukrainischen Soldaten in Deutschland gelandet, um hier an der Panzerhobitze 2000 ausgebildet zu werden. Insgesamt zwölf Stück der Artilleriepanzer wollen die Niederlande und Deutschland an die Ukraine liefern. Ich danke all unseren Verteidigern, so Präsident Zelensky, die die Stellung halten und wirklich übermenschliche Stärke zeigen, um die Armee der Eindringlinge zu vertreiben. Unmenschliche Bedingungen herrschen weiter im Asov-Stahlwerk in Mariupol. Rund 1000 ukrainische Kämpfer und eine Handvoll Zivilisten sitzen hier noch fest. In den sozialen Medien kursiert dieses Video. Es soll eine ukrainische Soldatin zeigen, die sich und ihren Kameraden mit ihrem Gesang Mut macht. Damit guten Morgen in die ukrainische Hauptstadt nach Kiew zu Paulsonntag. Paul, lass uns auf den gestrigen Tag noch einmal schauen, zurückblicken. Mit welcher Bilanz würdest du einschätzen, ist dieser Baerbock-Besuch, also der Bundesaußenministerin, abgelaufen? Na gut, man könnte sagen, wer sich minimale, wer sich niedrige Ziele setzt, der muss am Ende ja auch irgendwie Erfolge vorweisen können. Es war nicht sehr viel erwartet worden von diesem Termin und am Ende ist doch deutlich mehr dabei rumgekommen. Das muss man ganz klar bilanzieren. Das Programm, das war fast kanzlerwürdig. Man hat hier mehrere Orte besucht. Es ging unheimlich zügig, immer nur kurze Aufenthalte. Aber vor allem auch, wenn man gesehen hat, wer sie dann am Ende doch auch empfangen hat. Das waren eben nicht nur die Klitschkos. Das war eben nicht nur der ukrainische Außenminister, sondern eben auch der ukrainische Präsident Zelensky. Man hatte auch den Eindruck, und vielleicht war das eben das Minimalziel, es ging gar nicht unbedingt um die sachlichen Dinge am Ende, um die Frage, wie viele Waffen liefert Deutschland jetzt tatsächlich oder wann kann die Ukraine möglicherweise auf den Kandidatenstatus bei der EU hoffen, sondern es ging vor allem darum, erstmal wieder die Stimmung zu kitten, irgendwie einen Dialog wieder zu finden, eine Atmosphäre zu schaffen, auf der man aufbauen kann. Und da muss man sagen, alles, was wir zumindest von ukrainischer Seite gehört haben, aber eben auch aus der deutschen Delegation, dass das offensichtlich funktioniert hat. Paul, massive russische Angriffe in der Ukraine. Wie ist die Lage insbesondere in der Donbass-Region aktuell? Also was wir aus der letzten Nacht gehört haben, ist, dass es sich vor allem aktuell rund um die Stadt Charkiv etwas konzentriert hat. Das ukrainische Militär hat dort Erfolge vermeldet. Das ist immer schwer zu überprüfen, aber es deckt sich eigentlich mit dem, was einige Reporter in der Region auch dazu sagen, dass man da einzelne Vororte möglicherweise wieder zurückerobert haben könnte. Also da merken wir verstärkte Aktivität, aber genauso auch wie schon am Tag zuvor im Süden eben auch in Odessa. Und das ist deswegen interessant, weil man da offenbar die Strategie jetzt fährt, möglicherweise hier tatsächlich die ukrainischen Streitkräfte auch komplett vom Meer abzuschneiden, um hier auch mögliche Nachschubmöglichkeiten zu verhindern und Ähnliches. Also es ist nicht nur der Donbass, der da tatsächlich im Fokus ist. Die große Befürchtung auf ukrainischer Seite ist immer, dass es möglicherweise sich aus diesem Halbkreis der Frontlinie nach unten bewegen könnte, das Ganze eben zusammenführen könnte und ukrainische Truppen irgendwie eingesperrt sein könnten Richtung Kramatorsk. Auch das bewahrheitet sich im Moment noch nicht, aber wir sehen auf jeden Fall keine einkehrende Ruhe, auch zwei Tage nach der Rede von Wladimir Putin. Paul, Dankeschön. Nach Kiew. Die Ukraine hat angekündigt, dass sie ab heute Morgen im Gebiet Luhansk im Osten des Landes den Transit von russischem Gas stoppen wird. Das hat nach Angaben der Netzbetreiber auch Folgen für Deutschland und den Westen Europas. Bis zu 33 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag fallen weg, fast ein Drittel der täglich über die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge. Die Ukraine beruft sich auf höhere Gewalt wegen der russischen Besatzung. Der russische Energiekonzern Gazprom bestreitet das. Angesichts der angespannten Lage auf den Gasmärkten ruft die Bundesnetzagentur die Verbraucher dazu auf, Gas zu sparen. Jeder einzelne müsse jetzt seinen Verbrauch reduzieren. Landwirtschaftsminister Öztemir setzt sich dafür ein, die geplanten EU-Vorgaben für den Wechsel von Ackerpflanzen zu verschieben. Damit könnten unsere Bauern mehr Weizen produzieren, sagte der grünen Politiker in einem Interview. Es geht dabei um eigentlich ab 2023 geltende Vorgaben, wonach auf einer Fläche zum Beispiel nicht mehr zwei Jahre in Folge Winterweizen angebaut werden darf. Öztemir will, dass die EU-Kommission die Regelung zurückstellt. Die Ukraine war bisher einer der wichtigsten Getreide-Lieferanten. Viele Frachtschiffe stecken wegen des Krieges aber fest. Die Preise steigen rasant. Die ukrainische Band Kalush Orchestra ist beim Eurovision Song Contest ins Finale eingezogen. Sie kamen am späten Abend mit ihrem Song Stefania im ersten Halbfinale weiter, zusammen mit Vertretern aus neun anderen Ländern. Die Musiker aus der Westukraine gelten beim Grand Prix am Samstag in Turin schon jetzt als Favoriten für den Gesamtsieg. Der deutsche Beitrag Rockstars von Malik Harris war bereits vorher für das Finale gesetzt. Deutschland ist einer der größten Geldgeber beim Eurovision Song Contest. Nach wie vor gilt, Rechtsextremismus ist eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Das zeigt die politisch motivierte Kriminalstatistik 2021. Einen erheblichen Anstieg gibt es allerdings auch bei antisemitisch motivierten Straftaten zu verzeichnen. Das zeigten vor allem pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin. Stefan Wittmann. Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration fallen üble antisemitische Beleidigungen. Kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es 29 Prozent mehr antisemitische Straftaten als im Vorjahr. Oft wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet. Eine Studie scheint das nun zu bestätigen. Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere religiös praktizierende Muslime, also Menschen, die oftmals in die Moschee gehen, anfälliger sind für antisemitische Einstellungen. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland teilen diese antisemitische Einstellungen. Unter den befragten Muslimen sind es sogar 46 Prozent. Dabei widerspricht das eigentlich dem Islam. Jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus ist in unseren Augen eine Sünde, eine Tat, die mit unserem Glauben und mit unserer Religion nicht gedeckt ist. Antisemitismus in Deutschland aber kein rein muslimisches Problem. Der Großteil der Straftaten wird aus dem rechtsextremen Spektrum herausbegangen. Das gilt auch für politisch motivierte Straftaten. 2021 registrierten die Behörden rund 55.000 solcher Delikte. Ein Plus von 23 Prozent. Rund 40 Prozent dieser Straftaten werden ebenfalls dem rechten Spektrum zugeordnet. Deswegen sehen wir auch nach wie vor ja die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung im rechtsextremistischen Bereich und sind dort sehr stark unterwegs. Aber nicht nur dort. Die Statistik zeigt, Straftaten, die weder links noch rechts motiviert sind, haben am stärksten zugenommen. Ein Großteil davon ereignete sich im Rahmen der Corona-Pandemie. 19.600. Das ist die Zahl der Morde in den USA im vergangenen Jahr. Ungefähr genauso viele waren es im Jahr davor. Klingt jetzt wie eine gute Nachricht, weil die Zahl nicht gestiegen ist. Ist in Wahrheit aber eine ausgesprochen schlechte. Denn das Level der Gewaltdelikte bleibt seit Beginn der Covid-Pandemie extrem hoch und schuld, sagen die Behörden, sei tatsächlich das Virus aus Washington. Steffen Schwarzkopf. Dies sind Bilder einer Überwachungskamera in Compton nahe Los Angeles. Was als Raupüberfall beginnt, endet in einer wilden Schießerei. Ein Toter, ein Schwerverletzter in diesem Cannabis-Shop. Mord und Totschlag als Alltag in den USA zu bezeichnen, wäre wohl übertrieben, aber im Schnitt sind es mittlerweile 53 Fälle pro Tag. Drei Viertel davon werden mit Schusswaffen verübt, mehr als 14.000 im Jahr. Das Center for Disease Control hat jetzt die Ursachen untersucht und erklärt Covid zu einem der Hauptfaktoren für den starken Anstieg von Waffengewalt. Die Veränderung des sozialen Angebotes spielt eine Rolle, erklärt der Wissenschaftsdirektor in einer Audiopräsentation. Dazu kommt die Isolation, wirtschaftlicher Druck wie der Verlust des Arbeitsplatzes und die Schwierigkeit, tägliche Kosten zu decken. Die Zahl der Morde, bei denen Schusswaffen zum Einsatz kamen, stieg im Vergleich zu Vor-Covid-Zeiten um sagenhafte 35 Prozent. Vor allem in den Großstädten ist keine Besserung in Sicht. Hier in Washington wurden in diesem Jahr allein bereits 63 Menschen ermordet, zum Vergleich in der deutschen Hauptstadt. Dort waren es im vergangenen Jahr insgesamt 95 und in Berlin leben fünfmal so viele Menschen wie hier in Washington. Die Waffen von der Straße zu bekommen, es gibt immer wieder neue Versuche, so wie hier in Los Angeles. Für jede abgegebene Waffe spendiert die Polizei dem Besitzer eine Geschenkkarte. Gesamtwert 100.000 Dollar. Ein Schritt in eine sichere Zukunft, allerdings nur ein winzig kleiner. Sobald der geplante Verkauf, der Kauf von Twitter abgeschlossen ist, will Tesla-Chef Musk die Sperre für den ehemaligen US-Präsidenten Trump wieder aufheben. Musk sagte, die damalige Entscheidung sei moralisch falsch und einfach nur dumm gewesen. Sie habe Trumps Ansichten im rechten politischen Spektrum nur noch mehr Gehör verschafft. Trump war kurz nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von Twitter verbannt worden. Er hat inzwischen seine eigene Online-Plattform und bereits angekündigt, dass er nicht zu Twitter zurückkehren will. Mit Blick auf eine erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren könnte sich das aber durchaus ändern. Wetterexperten, die schlagen aktuell Alarm. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bis 2026 zu neuen Hitzerekordjahren kommen wird, steigt um mehr als 90 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren lag sie noch bei 10 Prozent. Schuld der Klimawandel. In diesem Zusammenhang ist auch die extrem frühe Trockenheit zu sehen, die derzeit Deutschland betrifft. Zum Schaden der Natur, vor allem aber der Landwirtschaft. Peter Hansjes. Auf deutschen Feldern wächst gerade vor allem eines. Die Sorge vor Dürre und einem Ernteausfall. Die Böden brauchen dringend Wasser, doch schneller und ausreichender Regen ist nicht in Sicht. Die Gerste, die wir hier sehen, ist jetzt eigentlich gerade dabei, die Ehre zu bilden. Wenn wir jetzt schon die letzten vier Wochen kein Wasser hatten, dann macht sich das natürlich in der Anzahl der Körner in der Ehre bemerkbar und somit am Ende auch auf den Ertrag, der natürlich dadurch sinken wird. Was die Bauern im Großen spürt Otto Normalgärtner im Kleinen. Wer sein grünes Paradies pflegen und eigenes ernten will, macht derzeit vor allem eins, wässern, wässern, wässern. Weil die Regentonnen aber leer bleiben, muss mühsam Grundwasser gepumpt werden. Inzwischen ist das fast eine tägliche Aufgabe und natürlich auch mit der Sorge begleitet, dass bestimmte Sachen, wir haben viel Gemüse auch im Hochbeet, dass diese Sachen einfach nicht ausreichend wachsen oder sogar kaputt gehen. Als Auslöser für die Misere gilt der Klimawandel. Der Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt, dass in den letzten Jahren die Böden bei uns immer stärker austrocknen. Auch dieses Jahr wird es nicht anders sein. Das zeigt sich vor allem in den Wäldern. In Brandenburg herrscht derzeit höchste Waldbrandgefahr, weil einheimische Nadelhölzer verdorren. 88 Mal brannte es schon in diesem Jahr. Für die Zukunft planen Waldbesitzer bereits vermehrt mit hitzeresistenten Bäumen aus dem Mittelmeerraum wie der Zeder. Und auch die Landwirte müssen langsam umdenken. Natürlich muss sich auch die Landwirtschaft anpassen an den Klimawandel, der weiter fortschreiten wird. Und das kann sie eben tun, indem sie andere Sorten und auch andere Anbaufrüchte nutzt. Erste Landwirte experimentieren bereits mit spanischem Hartweizen und asiatischen Sojabohnen. Sie gelten als hitzetolerant und kommen mit der Trockenheit besser zurecht. Tja, andererseits könnte nicht besser laufen für die Freibäder, die bereits geöffnet haben. Temperaturen ja jetzt bereits schon um die 30 Grad. Da wird es hier und da schon mal eng auf den Liegewiesen und auch im Wasser. Es gibt leider auch Freibäder in Deutschland, die würden gern öffnen können, aber nicht, weil das notwendige Personal fehlt. Sommer, Spaß, Abtauchen in Siegen in Nordrhein-Westfalen. Die Freibadsaison ist eingeläutet. Na endlich, sagen die Besucher. Ich bin kein Hallenschwimmer. Von daher gesehen war das für mich schon ziemlich spät. Ich hatte bis vor kurzem noch Schule und wollte unbedingt hier hin. Dass das Freibad offen hat, ist nicht selbstverständlich. Hier fehlen Rettungskräfte. Engpässe beim Freibadpersonal gibt es in etlichen deutschen Städten. Auch in Köln. Auf der Homepage der Stadt wird man mit dem Hinweis begrüßt, es gäbe einen Fachkräftemangel in der Bäderbranche. Der Grund vielerorts nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Badewesen. Saisonkräfte sind wegen der Corona-Pandemie abgewandert. Martin Wagner von der Stadt Siegen erklärt, es fehlt auch an Nachwuchskräften und Auszubildenden. Eigentlich ist es ein sehr schöner Job in Ferien. Stellt man sich also vor, Freibad, Sonne, Eis, Cola, Fritten. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Es ist schon eine gewisse Verantwortung, die auch zu tragen ist. Zwei bis drei könnten wir noch gut gebrauchen. Deswegen auch die Bitte an der Stelle nochmal, falls jemand Lust hat, nach Siegen zu kommen. Schon vor Jahren warnte der DLRG, etwa alle vier Tage schließt ein Hallen- oder Freibad in Deutschland. Und zwar für immer. Die Corona-Krise hat die Situation noch einmal verschärft. Hier in Siegen hoffen die Betreiber, dass der ein oder andere Freibad-Fan vielleicht auch beruflich Lust hat, ins Wasser zu springen. So, gleich weitere Meldungen hier bei Welt, dann im Doppel mit Nele Würzbach. Bleiben Sie dran. Mein Leben war großartig. Aber am 24. Dezember 1975 änderte sich alles. Als Tommy Sigglers Frau und drei weitere Menschen ermordet werden, bekommt er dafür die Todesstrafe. Neue Beweise könnten seine Unschuld belegen. Doch es wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug hoffen. Eine Frage der Unschuld. Heute auf Welt. Ebay. Das ist genau das finden, was du gesucht hast. Und dein Geld zurück erhalten, wenn mal was nicht stimmt. Ebay. Das seid ihr. Egal ob Sie schön im Schatten sitzen möchten. Mit nur einem Klick. Oder ihr Zuhause per Sprachbefehl steuern möchten. Mit SOMPHY geht das so bequem. Und alles läuft wie von selbst. SOMPHY. Connect your home to your life. Im Internet ohne NordVPN zu surfen ist so, als würdest du freiwillig all deine persönlichen Daten mit wildfremden teilen. Sichere dir jetzt den Deal von NordVPN und verschlüssel deine persönlichen Daten. Es war Zeit, unser Auto zu verkaufen. Aber Zeit hat man nie. Mit wirkaufendeinauto.de geht das schnell von zu Hause. Zwischen Kaffee und Homeoffice bekam ich einen super Preis. Und dann haben wir das Auto nur noch in einer wirkaufendeinauto.de Filiale abgegeben. Besser und schneller geht's wirklich nicht. Geh jetzt auf wirkaufendeinauto.de Weil die professionelle Bewertung einfach besser war. Als unsere eigene Schätzung. Jetzt kostenlose Immobilienbewertung anfordern auf meckmarkler.de Sie suchen coole Gartenhäuser, exklusive Hot Tubes oder heiße Gartensaunen? Die gibt's beim King auf gartenhausking.de Flexibel und leistungsstark. Entwickelt für komplexe Gärten. Das ist der neue Stieger Swift Aufsitzrasenmäher mit Wechselakkus. Mehr Informationen auf stieger.com Im Mai gehen wir auf eine Reise ins Unbekannte. Von Südamerika bis nach Australien. Wir tauchen ein in fremde Welten. Und konstruieren eine bessere Zukunft. Wir müssen jetzt einen Schritt nach vorne machen und neue Technologien einsetzen. Der Stärkste überlebt. Die Leute sollen etwas erleben, was es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Besser geht's nicht. Mit den Doku-Highlights im Mai. Doku-Highlights im Mai. Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin, Köpenick. Gerade es ist ein bisschen bedeckt und es nieselt auch leicht. Allerdings ist das wirklich nicht viel Regen, der ankommt und der wird ja hier dringend benötigt. Gucken wir gleich mal auf den Strömungsfilm. Es wird aber trotzdem ein sehr warmer Tag heute bleiben. Wir liegen nämlich noch immer im Einflussbereich von warmen Luftmassen. Nur das Tief im Norden, das schickt uns einige Ausläufer und demnach ist es halt eben vor allem in unserer Nordhälfte, insbesondere an den Küsten, dichter bewölkt und hier gibt es dann halt auch leichten Regen. Das zeigt dann auch die Nordkarte Deutschlands. Also direkt an den Küsten erwartet sie heute eher ein Trübertag. Hier kühlt es sich auch aufgrund des Tiefdruckeinflusses etwas ab. Und vor allem es regnet hier auch immer ab und an mal leicht, aber wirklich viel ist es nicht. Und auch in der Nordosthälfte kommt ein bisschen Regen an, so wie gerade jetzt hier in Berlin-Brandenburg. Und vor allem mit den Temperaturen geht es aber dazu, insbesondere hier nochmals ordentlich rauf. Berlin und Dresden erwarten 28 Grad. Ansonsten liegen die Höchstwerte aber auch noch deutlich über der 20 Grad Marke. Und im Süden gibt es heute Sonne satt. Und vor allem hier knacken wir dann auch die 30 Grad Marke im Südwesten. Ja und das eben bei sehr viel Sonnenschein. Hier gibt es wirklich dann kaum mal eine Wolke am Himmel. Das zeigt dann auch die Sonnenstundenkarte. Größer könnte der Unterschied an Sonnenstunden wirklich kaum sein. Also in der Nordhälfte aufgrund der dichten Wolken gibt es gerade mal eine Sonnenstunde. Im äußersten Süden werden es bis zu 15 und auch sonst ja deutlich über der 10 Grad, 10 Marke sozusagen der Sonnenstunden. Ja und die Aussichten sind dann aber für den Süden wiederum nicht ganz so schön. Das heißt also von der Mitte bis runter in den Süden gibt es am Donnerstag und auch Freitag einige zum Teil kräftige Schauern, und auch Gewitter, die können lokal dann auch mal unwetterartig ausfallen, örtlich begrenzt, aber dann halt aufgrund des Starkregens doch wirklich intensiv. In der Nordhälfte bleibt es dafür leider trocken, weiterhin zu trocken. Und vor allem dann Richtung Wochenende hin wird es dann nicht nur wieder sehr sonnig, sondern es geht nach einem kleinen Dämpfer von den Temperaturen her wieder aufwärts. Und das ist auch dann der Trend für die kommende Woche. Starten Sie gut in Ihren Tag. Die Welt am Morgen jetzt für Sie mit den aktuellen Nachrichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017